Herzlich Willkommen hier zurück zum dritten Teil unserer Berichterstattung von den 12 Stunden Silverstone im Rahmen der International GT3 Endurance Multi League Team Championship auf sim-racing.org und wir sind hier, wir sehen hier ein sehr sehr spannendes Rennen und die ersten vier sind innerhalb weniger Sekunden, also jeder Boxenstopp oder jedes Nachtanken alleine reicht schon für Positionswechsel in den ersten vier Positionen das heißt, das wird zum Ende hin höchstwahrscheinlich, wenn hier nicht noch ganz wilde Sachen passieren, wieder sehr 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 spannend und wir freuen uns ungemein auf die Herausforderung, die hier für die Fahrer und Teams zum Ende hin noch ansteht nämlich ihre Strategie so zu planen, dass sie den bestmöglichen Stand hier im Rennen finden und ja, da gibt es halt unterschiedliche Strategien und wir sind mal sehr gespannt, wie die Herrschaften das hier lösen So, um gleich mal das vorwegzunehmen, die Independence Simracer mit ihren 60 Kilo Zusatzgewicht führen vor Allstar Racing und Three Wide Motorsport RSR Gaming Team 1 auf Platz 4 DAL XF Racing 1 auf der 5 Das RML Team 1 ist auf Position 6, Platz 7 für Independence Simracer GT3 DAL XF Racing 3 auf der 8 Will Crave GTR 30 Team Racing auf der 9, auf der 10 Witchwood auf Platz 11 Racing Association 2, 12 für DAL XF Racing 2 GP Racing Team auf der 13, auf der 14 RML Racing Team 3 auf der 15 RTM Racing, LSF Racer auf der 16, auf der 17 RML Racing Team 2 OnlineMotorsport.com auf der 18 Platz 19 für Simracing for Holland Racing Association 1 auf Position 20, Position 21 für SRC und SKS auf der 22 Witchwood Cool Dog Racing auf 23, auf 24 VE Racing 1, Flat Spot Racing auf der 25 Das sind die 25 noch aktiven Teams von 28 gestarteten und ausgefallen sind bisher Independence Simracer GT1 Broadcast Team und Lazy Man Racing So, das haben wir jetzt schön runtergebildet, ohne die Autos dazu zu zeigen Im Bild haben wir gerade Independence Simracer GT3 Der Sascha Siegert Der hier eigentlich relativ nah dran war an Ja, ich glaube schon an Na, RML Aber da war, glaube ich, ein Boxenstopp dazwischen Oder nicht, oder doch Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher Jedenfalls fährt er noch auf Position 7 Da ist aber nichts mehr knapp Und wir haben jetzt auch vorne Äh, doch ein ziemlich ausgeglichenes Feld Und wir sehen das, was der Manuel Hähnel eben so ein bisschen Versucht hat, so andeutungsweise Ja, zu erklären Äh, Independence Simracer führen hier Mit einem bisher einem Boxstopp weniger Und den haben sie schon eine ganze Zeit lang weniger Das heißt, sie werden auf alle Fälle einen Stopp einsparen Und inwieweit das sich dann aufs Gesamtergebnis Also auf den Ob das einen Sieg ermöglicht, das werden wir sehen Allstar momentan auf Platz 2 Mit einem Rückstand von 28 Sekunden 35 Sekunden hinter Allstar Fährt momentan Three-Wide Motorsport mit Daniel Faber Äh, Francesco Bigazzi Für RSR Dann auf Platz 4 und Platz 5 Carsten Willem GLXF 1 Der ist dann auch nochmal 8 Sekunden hinter Äh, nee, stimmt nicht 33 Sekunden hinter RSR So Stimmt auch nicht Ist 20 Sekunden dahinter So Da bin ich auch wieder da Arvatsch Ich hab mal so grad ein bisschen geguckt Äh, ähm Ja Fahrer so aussehen, mit dem wir uns hier zu tun haben Dank Eines Social Networks ist es ja möglich Da ist mir aufgefallen, dass Der, ähm Marius Betz ganz schön jung aussieht Also ich hätte ihn jetzt so 30, 40 geschätzt, um ehrlich zu sein Ja Ich hab ihn aber auch noch nie gehört 30, muss man dazu sagen Also ich hab ihn jetzt durch Zufall in Facebook gefunden Und ja Okay Aber wir begrüßen bei uns den verrücktesten Österreicher, den ich zumindest kenne Max Miller mit Hallo Max Hallo Ja, es ist zumindest der eloquenteste, ja So, was ist jetzt hier passiert gerade? Hey, mein Teamkollege hat ein Disconnect oder was? Also Carsten Willhelm? Ja, und kommt auch direkt wieder aus der Box raus Dasselbe, was dir wahrscheinlich auch passiert ist Ja, und kommt auch direkt wieder aus der Box raus Weiß nicht, was bei ihm geht, aber es kann auch passieren Kann sein, ja Ja Wir haben heute Fortuna noch nicht ganz auf unserer Seite Wir müssen sie glaube ich noch die letzten Ja gut, es ist nichts passiert Ja Ihr fahrt genau da weiter, ihr habt nur die Runde nicht gezählt Ja gut, es ist nichts passiert Also ihr habt keine Sektorenzeiten Aber ihr seid jetzt wahrscheinlich wieder mit dem vollen Auto draußen Und das ist natürlich nicht der Sender Sache Na Carsten, war ja vor einer Runde in der Box, glaube ich Ja, das ist dasselbe wie bei dir Ja, du warst glaube ich zwei Runden draußen, als das bei dir passiert ist Kann er mal schnell fragen gehen, was es ist? Ja, sei mal bitte so gut, was das jetzt wieder war Okay, ich geh mal fragen Kann er mal schnell fragen gehen, was es ist? Ja, sei mal bitte so gut, was das jetzt wieder war Okay, ich geh mal fragen Ja, sei mal bitte so gut, was das jetzt wieder war Na übrigens, Lutz, ich komm nicht mehr auf den ARD drauf Ne, da hast du noch abgeschossen Na übrigens, Lutz, ich komm nicht mehr auf den ARD drauf Ey, wieder bin ich schuldig Ne, da hast du noch abgeschossen Ja, da hast du noch abgeschossen Selbe wie bei mir anscheinend Bug-Boom-A-Box zurückkatapultiert Gut, dann guck mal eben ins Log-File Ich weiß es nicht Ich guck mal eben ins Log-File Ich weiß es nicht Ah Ich weiß es nicht So Das war jetzt Wilhelm Genau Ach nee, nicht Carsten Wilhelm Ach doch, Carsten Wilhelm, ja klar So Nö, da steht nichts davon, dass er hier Escape gepasst hätte Schön Nö Mit 43,7 Er hat aber auch überhaupt keine Zeit verloren Also es muss auch auf der Höhe der Box passiert sein Kann sein, also ich weiß es nicht Ja, also es hat überhaupt keine Zeit gekostet Es war jetzt einfach nur Ich guck nochmal in die Box Äh, aber ich denke mal Ja, gut Runde fehlt ihm, glaube ich, jetzt, ja Bitte? Eine Runde fehlt ihm, glaube ich, jetzt Ne, ne, ne Runde fehlt ihm nicht Also 7,41 Complete Lab 2,13 7,43, also 2 Minuten später in 2,14 7,43, also 2 Minuten später in 2,14 7,43, 7,46, ja stimmt tatsächlich Ich empfiehlt jetzt wieder eine Runde Ach man, ich krieg einen Anfall hier Ja Stimmt tatsächlich Ich empfiehlt jetzt wieder eine Runde Säbewagen hinter RSR Gaming, was weiß ich Ja Hinter dem Francesco Säbewagen hinter RSR Gaming Ja So, ähm So, ähm Wenn du das fertig gemacht hast, fluss, könntest du deine Simrace-TV-Seite schließen Warum? Weil man nur ein Stoppeter Habe ich die offen? Ja Hm Äh Jetzt sollte es weg sein Äh Welche Runde war das jetzt? Wir sind in der Führungsrunde, also die anderen sind in der Runde Bei 16 Der eine fehlt uns einfach jetzt gerade Bei 16 Mal bitte zu schauen Sollte jetzt wieder stimmen, ne? Ja, jetzt sind wir zwar gerade auf Wir auf P Jetzt seid ihr aber, ne, das kann nicht sein Ja, jetzt Ich glaube, wir haben irgendeine Zeit bekommen, dadurch Ich weiß es nicht Wir wollten meines Wissens noch hinter RSR sein Ja, ihr seid jetzt aber deutlich vor RSR und das Moment Äh, Carsten Wilhelm Carsten Wilhelm 13, ne, ihr seid jetzt Ne, das kann gar nicht sein Ihr seid jetzt über 30 Sekunden vor Dann hat War das eine Minute, die ihr da verloren habt Dann Kann ich das So jetzt Muss ich das wieder zurücknehmen Scheiße Ich weiß, das letzte Mal, wenn ich drauf geschaut habe, waren wir hinter RSR Gaming und ich bin dann um die 20 Sekunden 20 Sekunden Das müssen wir Das müssen wir tatsächlich Äh, schauen, weil, wie gesagt Das war jetzt hier ein Ähm Wieder so eine Aktion Ähm, das muss ich So, das war jetzt Äh, welche Runde? 2016 Carsten Wilhelm 2016 Carsten Wilhelm Gut, okay Ja, Max Nichtsdestotrotz Ähm Ganze hin und her Und Chica-Chaka Ähm Wie ist denn die Stimmung so im Team? Joach War schon mal besser Also Bei meinem Stint ist es prinzipiell gut gegangen Der erste Stint war Sehr intensiv mit dem Marius Bert Der erste Stint war sehr spannend, weil ich mich eigentlich die ganze Zeit mit Marius Bert duelliert habe Ja, das hatten wir auch gefehlt eine Stunde drauf So kam es mir langsam vor Und das war relativ hartes Dörr glaube ich und wir haben uns immer noch gerade ausreichend Platz gelassen, also So habe ich es zumindest im Gefühl gehabt, haben uns nie berührt und am Anfang Und am Ende von meinem ersten Stint musste ich Marius dann wieder vorbeilassen, weil mir einfach die Reifen die letzten drei Runden weggegangen sind Ja, im zweiten Stint bin ich dann nach den Boxenstops hinter Marius gewesen, konnte dann aber wieder aufholen und dann gab es da eine kleine Kuscheleinlage, wo er mich wahrscheinlich verbremst hat Und mich gefühlt hat Und auf der Bremse was zur Folge hatte, dass ich einen Ausflug auf den nicht so griffigen Asphalt gemacht habe Hier sieht es da ja keiner Dann hat es mich plötzlich in die Box geschossen Gott weiß warum Und ja, danach ging es eigentlich wieder Also die Rundenzeiten haben gepasst Ich glaube ich auch meine persönlich schnellste Zeit gefahren im Entrim 3.09 oder sowas war das Also ziemlich flott Und das hat mir eigentlich gefallen Und ja Es war halt auch kälter geworden Das kommt mir entgegen Weil die Reifen ein bisschen besser halten Ja und mal schauen was jetzt am Ende rauskommt Jetzt sind es ja noch vier Stunden Und ja, ich bin schon gespannt Ja, gespannt sind wir auch Michael Reiter schreibt mir gerade irgendwie Rucke der Stream Also 30 Sekunden, ist das nur bei ihm so? Hm Also der Stream ist zumindest geht er hier synchron raus Wir haben aber mehrfach am Wochenende Probleme mit Twitch Also wir hoffen, dass wir hier bald wechseln können Und ja, wie gesagt Also wenn es wirklich so sein sollte Da wir keinen Partner-Account bei Twitch bekommen Weil Simracing ist so uninteressant wie man mir geschrieben hat Ähm Hat nicht Bringt nicht genügend Zuschauer Beziehungsweise nicht genügend Werbeeinnahmen Ähm Somit haben wir keine Multiple getraten Und ähm Ja und das ist leider das Problem hier Bei mir läuft der Stream Oh, wenn ich immer hin und wieder schaue Eigentlich Ja, also wir streamen mit 2 Mbit Das heißt, es kann durchaus sein Ähm, damit wir einigermaßen Qualität hier rüber bringen Aber wenn einer eine dünne Leitung hat Dann kann das bei ihm schon mal Aussetzer geben Bei ON3D konnte man dann auf 360p runterstellen Dann hatte man zwar eine schlechtere Qualität Aber ein flüssiges Bild Ähm Das geht hier leider nicht Naja, aber sonst Was macht ihr euch eigentlich so ein bisschen Gedanken um Independence? Weil die sparen tatsächlich einen Boxenstopp ein So wie es aussieht werden sie zumindest Wir haben es durchgehend Sparen, wie es glauben wir noch nicht ganz Aber sie werden auf jeden Fall weniger nachtanken müssen Also sie sind momentan immer noch in Führung Und mit einem Boxstopp weniger Ja Sie stoppen immer Ungefähr bei der Hälfte von unserem Stint So habe ich das Gefühl Also sie werden wahrscheinlich einen Vorteil haben Am Ende Je nachdem wie viel Zeit da noch ist Dass sie einfach weniger tanken müssen Ja Jetzt ist er eh gerade in der Box Jetzt ist er in die Box gekommen genau So 5, 6, 7 Runden nach uns kommt ja An dem Schnitt Und ja, also kommt dann darauf an Also 6 Runden Benzin sind ja doch dann relativ flott getankt Wenn man da den Unterschied hat Also wird spannend Aber sie sind auf jeden Fall da vorne Ganz gut aufgestellt jetzt schon Haben auf jeden Fall Fortuna auf ihrer Seite bis jetzt Wünschen ihnen auch nichts Böses Wie klingt das? Nein, 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 das war jetzt nicht so geil Ich wünsche keinem so Keinem Diskonjunktur Das ist das Bitterste was einem passieren kann Und auch das Ärgerlichste Und ja, dafür uns hoffe ich, dass wir jetzt der Karsten und ich Dass das mit zwei Minuten in die Box fliegen Abgezogen bekommen Abgezogen bekommen Ich kenne mich nicht mehr aus Schaut hoffentlich noch ein guter Platz raus Also ich Wenn ich mir jetzt zum Kopf rein ist Sind wir glaube ich noch in der selben Runde Eigentlich Das Führungsauto nur irgendwie ist da halt gerade Haus Und ich denke mal das wird Vielleicht noch ein paar Tage dann dauern bis das ausgewertet ist Alles Ich denke es gibt sicher auch ein paar andere Teams die vielleicht Wenig Zeit drauf haben oder fehlen Ich weiß es nicht Also Wie gesagt es hilft eigentlich nur das geben und schauen dass man trotzdem so weit wie möglich nach vorne kommt Und ja Also aber der Speed ist ja da Peter, Carsten, Bich sind meiner Meinung nach ziemlich flott unterwegs Und ja Wäre schade wenn da nichts Gutes raus schauen würde dann Also Dann halt immer bitter wenn man weiß wo man sein könnte und wo man dann ist Aber naja Solche Tage und solche Tage und heute ist einer von diesen anderen Ja Richtig Na gut dann werde ich mich wieder verdünnisieren Alles klar Max Also schauen wir mal Und wieder Wir hören uns später Na klar So So Was ist eigentlich hier mit deinem Nico da unten Nägele Ja Der kommt so gegen neune Das ist der unabhängige Ja 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 Schon klar So Klären wir ihnen alles nochmal Aber ich hatte kurz mit ihm nochmal gesprochen Und der ist total faszinierend von diesem Tag und Nacht wechsel Das gibt es ja in iRacing nicht Und allgemein auch wie sie hier fahren Also Ja Ist das ein Fahrer aus Lift4Speed oder was Nee iRacing Ach Gottchen Ja ja Gut Okay Ja Das braucht man nichts weiter zu sagen So wie sich das angehört hat bei dir eben Ja nee Ja gut Woher sollen die das kennen Also Das glaube ich schon dass denen das gefällt Aber iRacing hat halt andere Qualitäten Also ich Würde ja schon fast sagen Dass hier Happy Hour ist Denn der Carsten Der ist ja wirklich immer dran Und wir begrüßen jetzt Na Ich würde sagen fast gefühlt sieben Stunden im Auto Mario fährt Wunderschönen guten Abend Ja guten Abend Lässt du den Daniel nicht mehr ins Auto oder was Warum er fährt er gerade Ja weiß ich nicht Wie viele Stints bist du denn bisher gefahren Ich glaube der Daniel war jetzt das zweite Mal im Auto Ja ja der Daniel ist ein Stint gefahren Da hat es nicht so geklappt Da hat er leider Einen Kontakt irgendwie Mit Marcel gab Von Simracing4land Der hat sich wohl in der ersten Kurve weggedreht Der Daniel wollte noch ausweichen Und dadurch hat er sich irgendwie selbst geschadet Ja dann haben wir entschlossen zu wechseln Dadurch dass der Wagen sehr krumm war Ja dann bin ich jetzt nochmal zwei Stints gefahren Aber eigentlich sollte ich noch einen dranhängen Oder wollte ich Aber irgendwie so langsam lässt die Konzentration schon ein bisschen nach Dann mache ich jetzt lieber noch ein bisschen Pause Und versuche gleich nochmal dran zu gehen Ja das kann ich verstehen Weil ihr müsst auch noch ein paar Sekündchen rausfahren Und ja Ja ne erzähl mal so ein bisschen Also Strategie Was habt ihr jetzt hier vor Ich meine Ihr seid mittendrin im Getümmel Und Also ums Podest Und Ja Über euch schwebt aber noch so ein bisschen Das Damoklesschwert Einer zusätzlichen Ja Strafe ist es ja nicht Aber die Zeit halt Von dieser ersten Geschichte da Ähm Die da eventuell fehlt Das kann sein Das muss nicht Ja was Habt ihr euch da irgendwas Ein Plan B Oder Fahrt da jetzt einfach was geht Ja wir fahren jetzt einfach Schauen mal was nachher geht Ja am Anfang Das habe ich auch irgendwie nicht wirklich verstanden Ehrlich gesagt Keine Ahnung was da vorgefallen ist Das war ganz komisch Also Eigentlich Anzeichen für ein Disconnect Aber Auch wieder nicht Irgendwie aus dem TS nicht rausgeflogen Gar nichts passiert eigentlich Ja Auf einmal als ich dann Links Also nach links gefahren bin Weil der Carsten ja angreifen wollte Also wir waren ja noch Im Positionskreis sozusagen Ähm Um die Führung Ja und dann auf einmal Unten in der Leiste waren keine mehr da Der Carsten war weg Und ja Dann war ich wohl auch weg Ja Und Keine Ahnung Und dann bin ich halt wieder drauf gejoint Und Konnte dann weiterfahren War wieder ein Pulk irgendwie drin Keine Ahnung Ich glaube auch 6 oder so Konnte dann Ja genau Wieder bis auf 3 vorfahren Und dann ging es vorne auch Noch weiter mit den Kämpfen Ja richtig Naja wir werden sehen Also Wir haben das halt gesehen Da ist irgendwie Eine Zeitspanne Die ihr aber nicht im Timing habt Also das ist ganz seltsam Aber gut werden wir sehen Da Sollte man sich jetzt wirklich noch keine Gedanken drum machen Erstmal geht es darum hier Spaß zu haben Im Rennen Um möglichst gut Sich zu platzieren Und das sieht ja momentan ganz gut aus Und hier geht es gerade richtig eng zu Zwischen LSF und RML Ja Das war es dann auch schon Hast du eigentlich ne Ahnung Wer diese ganzen Vollader Jene Jeder Runde wieder aufbaut Die die Jede Runde wieder umfahren Also ich finde das sehr faszinierend Ja da werden sie nicht mehr angeboten Das ist auch viel zu gefährlich Ne da ist jetzt Da ist jetzt tatsächlich Schluss Genau Aber davor Mein Teamkollege Also der Daniel Der hat sich öfter mal abgemeldet Kurz wo ich am Fahren war Weiß ich nicht Vielleicht hat er da noch ein bisschen Geld In der Mühe verdient Ich weiß das nicht Ach so ist das Das würde ich ihm zutrauen Deswegen auch so die paar unkonzentriert halten Weil er zu sehr an die Böller denken musste War gerade am Geld zählen Ja genau Ich konnte das euch in den Augen Bild verschwommen Ja Ne Keine Frage So Jetzt wird es hier wieder Noch einen kleinen Ausritt Naja im Großen und Ganzen Ich meine Wenn es Bei den Teams Die jetzt hier eigentlich Die meisten Probleme haben Nicht so sehr Wenn die nicht alle Irgendwie um die Meisterschaft fahren würden Dann müsste man Da vielleicht nicht so viele Gedanken Daran verschwenden Oder man könnte mit einer Etwas gröberen Aufarbeitung Zeit sparen Aber es geht hier Wirklich um Sekunden Und wer hätte geglaubt Am Anfang dieser Saison Dass wir hier Egal wie Welche Probleme Wir jetzt hier hatten In dem Rennen So enge Rennen sehen werden Also das ist Wirklich Unglaublich Und Naja Jetzt müssen wir mal Bauen Dass wir das hier Sauber aufgearbeitet kriegen Diese Diese Fehlechens Und Naja Mal schauen Ja wo geht es heute noch hin Sieg Zweiter Dritter Top 5 Lange Zeit Mal schauen Da verbremst Sich der Herr Von der Racing Association Wer ist das hier gerade Der Kevin Maas Und der zweite Das waren beide RA-Autos Die sich da verabschiedet haben Ja Echt nicht zu fahren Aber Ne Maas Kommst du nicht Ansage Mach eine Kampfansage Wir versuchen in Top 5 zu bleiben Ja Das war jetzt Sehr diplomatisch Nein Ja wie gesagt Sind halt noch Mehr als 4 Stunden Da kann noch viel passieren Mein Fahrerwechsel Wie man immer schnell sieht Da Ja wie gesagt Mal gucken Ja Irgendwie habe ich gerade mitbekommen Irgendwie der Max war ja auch im Interview Da hatte ich ja auch Einen ganz leichten Kontakt Da auch nochmal Sorry an Max Also da habe ich mich leicht verbremst Ein bisschen verschätzt Ja und dann wollte ich eigentlich warten Also weil er sich da weggedreht hatte Und dann war er auf einmal in der Box Irgendwie habe ich von meinem Teamkollegen Ähm Gehört War irgendwie ganz komisch Weiß nicht Ob der Ja beim Zurückfahren auf die Strecke Ist er ohne dass im Lok irgendwas stand Von Escape oder Disconnect Oder was auch immer In die Box geswitcht worden Und das gleiche ist zu einem Teamkollegen Nach dem nächsten Boxenstopp Auch wieder passiert Weil ihr wart ja gerade zwei Runden Wieder auf der Strecke Ja das ist natürlich sehr komisch Und ähm Es war jetzt kein allzu übler Zeitverlust Ähm Bei Carsten Willem hat es gar keine Zeit gekostet Ähm Aber bei Ähm Sehr seltsam alles Könnt es nicht vielleicht sein Dass das dann irgendwie Bei meiner ersten Aktionen Da auch irgendwas mit zu tun hatte Dass ja irgendwie Was viel schief gelaufen ist Naja bei dir war es ein Escape Bei dir steht ein klares Escape drin Bei denen stand gar nichts drin Gar nichts Im Lok Der hat noch nicht mal gesehen Dass das Auto in der Garage war Ja das komische war ja Bei mir war ja alles weg auf einmal Da musste ich ja nachher drücken Weil ging das mehr Also alle waren weg Ja da steht es aber auch drin Dass du Escape gedrückt hast Und die sind ja direkt In voller Fahrt Guck in die Box Und sofort wieder raus Also ähm Ja und äh das ist halt Sehr seltsam Sehr seltsam Aber gut Wir werden es sehen Ich habe hier einen schönen Zettel Ich hoffe ich finde mich da morgen auch noch durch Was ich hier aufgeschrieben habe Ja Ich bin jetzt mal so ganz kurz nebenbei Gut dass die beiden Hähnilz Nicht gerade am Fahren waren Weil die haben Death Connect erlitten Was? Welche Hähnilz? Alle beide? Ja gleichzeitig Gut dass die gerade nicht am Steuer waren Achso im Teamspeak oder was? Ja Oh ich dachte hier auf der Strecke Ey Nein da war ich doch gerade Gott sei Dank waren sie nicht aufs Fahren Mann Was ist denn das für eine Information hier Wer hier Falsch Nee schon okay Ja kann auch sein dass sie einfach einen Router Dass sie wussten dass sie jetzt einen Disconnect haben Dass sie deswegen jetzt auch gar nicht am Steuer waren Nee nee war nur guter Neustart Okay danke Ranni Ja Ja Gut So Lutz bist du wieder wach? Doch ja jetzt bin ich wach Ja ja Viel geschafft Bei der gleichen Zeit So Will Crave jetzt in der Box Ja Marius Mensch Da werden wir mal eine Wackelturmmeisterschaft drauf fragen Ja ich weiß auch nicht Also ja auf alle Fälle denke ich mal Es ist cooles Racing Aber Mit Abstrichen Ja Muss man so sagen Allerdings wenn ich mich an die Zeiten zurück erinnere Ähm Wo ein Disconnect oder ein Escape auch das Ende des Rennens bedeutet hat Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken Dann hätten wir jetzt hier vielleicht noch 10, 12 Autos in der Bahn Ja das auf jeden Fall Ja wie ich auch ehrlich gesagt sagen muss Dadurch dass es ja jetzt unsere erste Saison ist Hätten wir auch nie mit gerechnet Dass wir jetzt Sagen wir mal so gut Die Rennen immer dabei waren Außer halt wirklich wo wir mal die Disconnects hatten Oder etwas schief gelaufen ist Waren wir eigentlich immer gut mit dabei Und sind auch sehr zufrieden darüber Mal schauen Ja So Wirklich viel da raus Jetzt mit Dietmar Sommerfeld Der hat auch schon ein Stint hinter sich Ja und da haben wir Sebastian Röhn Ja ich glaube der Daniel ist auch Leicht hinter dem Sebastian ne Der Daniel also Ja genau Zweieinhalb Sekunden hat er auf Ähm Auf Independence Auf den Sebastian Allerdings muss ich sagen Die Rundenzeiten auch fast identisch So Na äh Sebastian Ticken schneller Ne Zehntel schneller Nicht mal ganz ne Zehntel Doch doch etwas über ne Zehntel Entschuldigung So RSR Ich hoffe die haben heute keine Probleme Wir hatten ja das Problem Oder die hatten ja das Problem In Daytona Dass sie zwei Disconnects hatten Und äh Dadurch im Prinzip Ihr Rennen Komplett Ja Vergeigt haben So Daniel Hake Haben wir hier auch wieder mal Im Bild Momentan auf der Position 6 Zwei Plätze hinter RSR Dazwischen fährt noch RML Team 1 Und Dahinter dann Das Team 1 Von Ähm GLFX Mit dem Carsten Willhelm So und der hat hier aber gerade Mal ein bisschen Besuch Würde ich mal so meinen Aber ich denke mal Das wurde relativ schnell Gelöst bekommen War wahrscheinlich ne Überrundung Der Nölle für RML Ne Philipp Nölle Nölle So So Entschuldigung Fürs Team 3 Der RML Ja und Witchwood hält sich hier Hartnäckig in den Top 10 War ein relativ unauffälliges Rennen Gut Am Anfang war der Alex ein bisschen auffälliger Mittlerweile Das wohl etwas gelegt So naja Dann gehe ich meinen Teamkollegen nochmal unterstützen Wünsche euch noch viel Spaß Das tu mal Alles klar Alles klar Und man hört sich Bis denn Na klar Bis denn Tschüss Ja Das war Three Ride Motorsport Momentan mit Daniel Faber Auf Position 3 Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen Da gehen wir jetzt auch mal hin Weil hier passiert momentan eh nicht allzu viel Oh ne das ist ja Udo Wagner Da habe ich mich gerade Hier wollten wir hin Genau Patrick van Wolferen Kann mir mal einer sagen Ob der überhaupt schon Fahrer gewechselt hat Glaubt nämlich nicht Christoph Doch Doch Aber frag mich jetzt nicht wer da drin war Also sie haben auf jeden Fall schon geweckt Ja Aber ich glaube den Löwenanteil ist er gefahren hier definitiv Ja Also der Craig Moore Ah ja genau Der Craig Moore Ja Auf jeden Fall alle die vier die im Channel auch sind Ja ja genau Die waren auch schon mal Also Ich finde es sehr cool Weil das ist wieder so ein Team Welches sich hier wirklich durchbeißt Die keine reelle Chance haben Irgendwie nach vorne zu fahren Ja und da haben wir auch gerade einen von den Fahrern Nämlich den Jan Ja ja genau Ja ich höre euch Ah hallo Jan Ne ne Welcome Ich habe euch gerade ein bisschen gelobt Ja Also wirklich eine tolle Leistung Auch wenn ihr jetzt ganz hinten fahrt Aber euch hier so durchzubeißen Ist genauso viel Achtung wert Wie ganz vorne zu fahren Oh danke Macht ja Spaß Ja und wir sind mit dem Fahrerwechsel Wir sind zu viert Drei Holländer und ein Engländer Der Craig das dann der Engländer Ja und wir machen eigentlich Äh die gleiche Stints Ah ok Wir haben das mit dem Fuel eigentlich nicht so gut Wir können mit mehr Wenn wir Fahrerwechsel gemacht haben Haben wir nur zwölf Laps Fuel Und dann schmeißen wir 80 Liter drin Und dann machen wir noch einen Stint Und dann wechseln wir wieder Ach Herr Jiminy Ach so deswegen habt ihr so massig viele Boxenstops Weil ihr jeweils einen zusätzlichen Boxenstopp machen müsst Habt ihr euer Setup nicht eingestellt? Ach wir haben eigentlich nicht so Äh mit äh das Key haben wir nicht Sehr geil Ne wir haben wir eigentlich nicht Ja ok also äh gut Ich find's ihr fahrt Ihr fahrt völlig in Ordnung Also ich habe euch heute schon mal gelobt Weil ihr sowas von umsichtig seid Wenn es ums Überrunden geht Dass ihr wirklich sehr sehr anständig Platz macht Und da wir sehen es jetzt hier gerade wieder Und äh ja äh Disconnect Hake kriege ich gerade gemeldet Oh Ja Dann gehen wir mal ganz kurz da hin Daniel Hake Oh Das ist ein nettes Bild Da kommt aber schon wieder Der Daniel Und äh Ja gucken wir mal in die Penalties Äh Ja DL XF3 Day in the Garage Ja Ja Also Das war ein normaler Disconnect Eieieiei Ja die trifft es aber heute wirklich auch hart Aber Wir sehen Ähm Noch sind sie vorne mit dabei Ja ähm So jetzt wollen wir mal das Ruckeln hier wieder abstellen Ja Jan ähm Äh Erzähl doch mal Wie seid ihr denn hier auf uns überhaupt gekommen Das ist äh Ähm Mit Patrick Und Er hat dann ein Ries gemacht Auf den Anderen deutschen Surfer Ich weiß nicht Mit sechs Stunden zu bringen Ja Der hat da ganz alleine gefahren Oh ja Okay Und der hat nur gesucht auf Google Der wollte gerne Er wollte gerne Langstrecken Langstrecken Fahren Ja Da hat er sich da angemeldet Und konnte er da fahren Und man hat erst mal Probe gemacht Ein Abend Da hab ich gesagt Du kannst du fahren Fiat den Wieder bei euch Ja hat er uns gefragt Ja Das ist eigentlich das erste Mal Heute dass wir Zu viert fahren Ja Eben ein bisschen so ein Freund Freund Gruppe Von allen Herren Länder Eigentlich Die die Fast jeden Abend Fahren Äh WTC Oder Megane Und so was Und nur zehn Zähne Runden rennen Und ganz was anderes Das ist dann Ja Ausmachbar so Ich weiß noch nicht Ob ich da bin Weil ich 24 Stunden Auf der Auf der Reng Dabei bin Aber So Ich kriege hier gerade Ähm Ich kriege hier gerade Eine Nachricht Äh Äh Der Daniel hätte keine Zeit Beim Disconnect Verloren Der hatte den Disconnect Um In der Rennzeit 8.11.33 Ist reconnected Um 8.12.53 Ähm Jetzt Verstehe ich das Allerdings nicht so Ganz Ja Also er hat Ungefähr Eine Minute Muss er verloren haben Was Äh Jetzt natürlich Schwierig ist Also das ist wieder Jetzt so eine Geschichte Da müssen wir Äh Das kommt Muss mit auf den Zettel Zettel Ja Eine Frage Habe ich an den Jan Noch Ähm Warum habt ihr Das Design Des Audis Vom BRT Team Genommen Auf so Einen bestimmten Grund Oder einfach Nur so Ne Einfach Nur so Äh Äh Ja Der Patrick Wollte einen Scan machen Aber Es ging alles Nicht so glatt Wir machen das Eigentlich nie Und da hat Er den Scan Genommen Und hat dann Etwas Abgenommen Glaube ich Nicht Von Von Der Scan Hat er etwas Weg gemacht Hat nur Die Zeit Äh 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 Links und rechts Behalten Glaube ich Ja Aber Vielleicht hat er Erstmal fragen Müssen Aber Das hat Keine Ursache Oder was Ich denke Beim nächsten Werden wir Einen eigenen Skin Haben Ja So schlecht Finde ich den Nicht Ja Natürlich Aber so schlecht Finde ich den Ehrlich gesagt Nicht Nö Geht Doch Ja Vier Stunden Sind noch zu fahren Letzter Renn Drittel Ist damit Eröffnet Ja Ich gehe Auch mal wieder Zurück Nach Unser General Mein lieber Jan Grüß mir Die Leute Da oben Also Wir Freuen uns Sehr Dass sie Hier Dabeis Okay Ich danke Okay Ich danke Wir danken euch Auch Na ja Gut Wir tun das Beste Was geht Alles klar Okay Bis später Tschüss So Okay Dann werden wir mal schauen Was hier geht Und was hier nicht geht Also die Sache eben mit Daniel Hake Ich weiß leider nicht Wie viel Rückstand Er hatte Auf Carsten Wilhelm Jedenfalls ist er Nicht viel geschrieben Worte noch vor Carsten Und er ist dahinter Und Allerdings Zweieinhalb Sekunden Also ich Sehe hier Im Lockfall Dass er Ungefähr Eine Minute Verloren hat So Jetzt haben wir Jemanden vom Worldcraft Auch mal hier Jens Potschka Ja Mensch Jens Guten Abend Jetzt Jetzt haben wir Jetzt kann ich Jetzt kann ich Eigentlich in den Ruhestand Gehen Weil der Jens Macht den Rest Hier Ja Jens erzähl mal Ein bisschen Also Nachdem es Jetzt Es Es schwankt immer mal so Zwischen Platz 15 Und Top 10 Sind auch noch drin Erzähl mal Ja also Mit dem Zusatzgewicht Nach dem Überraschenden dritten Platz Letztes Mal Haben wir uns hier Ehrlich gesagt Nicht so viel ausgerechnet Wenn ich schon Mit einer 59er Zeit Irgendwo auf Platz 11 Ursprünglich gelandet bin Okay Durch die Streichergebnisse Oder durch die Zurücksetzung Sind wir dann noch Glücklicherweise In die Top 10 gekommen Aber viel haben wir uns Nicht ausgerechnet Und Ja Also Wenn man im Schnitt Halt ne Sekunde langsamer Als die vorne fährt Dann kann man eben Nicht vorne bei der Musik Mitspielen Ja das ist richtig Das ist richtig Ja Aber nichtsdestotrotz Macht Spaß soweit Habt ihr ein gutes Rennen Oder Also Mir persönlich Macht's sehr viel Spaß Weil ich Silverstone Schon immer gemocht hab Ich weiß Dass andere Fahrer Bei uns Was nicht so gerne möchten Aber die beißen Die Zähne zappen Zusammen Und ziehen ihre Stints Durch Also Ja alles gut Und wie gesagt Wenn wir ohne Gewicht Zusatzgewicht Dann auf die Nordschleife gehen Sind wir da auch Nicht böse drüber Ja Das kann ich mir vorstellen Gut Wie gesagt Die Geschichte eben Mit Daniel Hake Müssen wir uns anschauen Also Im Lok Steht etwas Von knapp Einer Minute Vom Escape Bis Er wieder Auf der Strecke war Wenn er Wie mir eben Der Ronny schrieb Nur wenige Sekunden Im Vorkasten war Und jetzt Nur wenige Sekunden Dahinter ist Dann kann da Theoretisch Logischerweise Was nicht stimmen Also Das ist aber Es ist nicht Damit getan Ihm eine Runde Wegzunehmen Oder sonst dergleichen Sondern das müssen wir Wirklich gucken Das war keine Runde Ja es kommt dann auch Immer drauf an Wo man vom Vom Server fliegt Wenn es gerade Anfang der Runde ist Und man gleich wieder Resoint Verliert man vielleicht Gar nichts Ja Wir sind glücklicherweise Diesmal auch wieder Bis jetzt verschont geblieben Ich möchte es jetzt nicht beschreien Aber in letzter Zeit Haben wir Seitdem wir das Wirklich so fein Durchorganisieren Und wirklich gucken Dass jeder die gleichen Einstellungen hat Haben wir keine Diskus mehr Ja Ja gut Es ist müßig Tatsächlich Ähm Freut mich natürlich Ungemein Dass das jetzt erstmal Gut läuft Ähm Aber wir haben hier halt auch Zum Beispiel Ähm Hähnl Also Ronny und Sebastian Die sind wirklich Ähm Extrem pingelig Was die Vorbereitung betrifft Ich kenne andere Teams Die installieren sogar Ihr Rechner Vor so einem Ding komplett neu Und achten Installieren sogar Dieselben Treiber Wenn sie die gleiche Hardware haben Und ähm Gucken dass Keine Dienste laufen Die in irgendeiner Form Äh Da nicht hingehören Und 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 trotzdem passiert das Also ob man es jetzt Äh Natürlich ist eine Ist eine saubere Vorbereitung Das A und O Dass man wirklich Darauf achtet Alles Die gleichen Einstellungen zu haben Upgrades Und äh Setups Und weiß ich nicht was Äh Force Feedback Aber Ob es dann Am Ende Ja Dann gut durchläuft Ich glaube Das entscheidet Der ISI Gott Und äh Oder die Leitung Du brauchst ja bloß In drei Sekunden Timeout auf der Leitung zu haben Und schon bist du weg Nicht mal drei Sekunden Eine reicht eigentlich Ja oder so Ne Und äh Das lässt sich eben Nicht immer vermeiden Dass irgendwo Ein kleiner Knoten In der Leitung ist Und äh Ja genau Aber wie gesagt Wir haben jetzt lange Glück gehabt Und es Wir haben nichts dagegen Wenn das so bleibt Also Ich wünsche das den anderen Natürlich auch Weil es macht am meisten Spaß Wenn alle Ja Reell ins Ziel kommen Und ohne Disconnect Man irgendwelche Plätze gewinnt Das macht mir auch Keinen Spaß denn Ja das ist Völlig klar Ein gesunder Zweikampf Ist mir da lieber Ja Und ähm Wir haben ja diesmal Auch das Problem Dass wir eigentlich Jetzt durch den Team Durch das Team Zusammenschließen Äh Wir neun Leute sind Aber letztendlich Fahren heute nur drei Weil der eine kann nicht Der andere will nicht Äh Ja der andere Hat irgendwie Probleme Mit seiner Internetleitung Die ist irgendwie Mal da mal nicht Und So sind dann Klägliche drei Leute Überall geblieben Und äh Ja wir probieren das Jetzt dann zumindest Sauber zu Ende zu fahren Ja Und freuen uns dann Vor allen Dingen Auf die Nordschleife Ja das ist wirklich erstaunlich Was die Nordschleife ausmacht Also wenn du Wenn du für das Ende Der Saison Eine Nordschleife Versprichst Unter der Voraussetzung Dass die Teams Nur die Teams Teilnehmen dürfen Die auch die ganze Saison Gefahren sind Kannst du sicher sein Du hast ein volles Fahrerfeld Würde ich sagen Das ist schon echt spannend Ja okay Ja okay Also ich will mal sagen Ähm Anspruchstechnisch Ist es Das Ding schlechthin Le Mans hat vielleicht Vielleicht noch den Den Gewaltigeren Ruf Aber vom fahrerischen Anspruch her Ist 24 Stunden Hölle Es gibt nichts Größeres Und wenn du da Nur heil durchkommst Die 24 Stunden Dann bist du der King Und vor allen Dingen Hab ich noch persönlich Eine Rechnung mit der Schleife offen Du weißt Dass ich Platz 2 Liegend auf der Döttinger Höhe Ein Disco hatte In der letzten Runde Ja Und ähm Ja Also da müssen die Schleife Und ich nochmal Ein ernsthaftes Wort Miteinander reden Ja das werdet ihr dann tun Am 21.4 Und ähm Ja ist ja dann auch schon Wieder in 4 Wochen Ja mal gut Mal gut Aber diesmal ist es Nicht so dramatisch Mit den 4 Wochen Weil da Die meisten Teams Haben ihre Setups noch Und Da ist dann nur noch Ein bisschen Fahrpraxis Angesagt Okay die Teams Die jetzt in der Zwischenzeit Neu dazu gekommen sind Ja die müssen halt Ein bisschen mehr trainieren Aber Ja Werden wir mal sehen Soll ich dir Soll ich dir was erzählen Ich hab Wir haben ja auch Wir haben auch unser Setup Für die Nordschleife Aber ich wette Mit dir Dass das So Nicht gefahren wird Bei diesem Rennen Wir werden da wieder Rumschrauben Und machen Und tun Und gucken Ob man nicht Doch noch irgendwo Da hier Und da noch Ein bisschen besser Durch die Kurve Gehen kann Und ob man Ob man dann Vielleicht doch nicht Für die Döttinger Höhe Noch einen Heckflügel Runternehmen kann Und 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 Ich wette Da bleibt kein Stein Auf dem anderen Wir drehen das Ding Nochmal komplett Auf den Rücken Und wenn es nicht hilft Dann bauen wir es Wieder zurück Aber Dafür sind wir dann Besonders für die Nordschleife So ärgert sich Ja Und ich wette Auch die anderen Teams Werden das nicht anders machen Denke ich mal auch Ja Ich habe ja auch Immer noch viel Mit dem Jörg Langen zu tun Und wir schnacken Auch regelmäßig Und tauschen uns Auch aus Über Setup Und Also der eine Verstellt hier Der andere Verstellt ja Und probier doch mal das Und hier Ich habe das gemacht Probier dieses Und das geht halt Die ganze Zeit so Und Bis Sagen wir mal Ein, zwei Tage Vorm Rennen Wird immer noch An Kleinigkeiten Auf Gleiterbronn gedreht Ja Zum Schluss hofft man dann Die Zustimmung Der Teamkollegen Zu bekommen Die dann mitfahren Und ja Dann Abspeichern Und los Ja Ja Also Naja gut Ich meine Es geht halt nicht anders Wenn du ewig diskutierst Dann über ein paar Kleinigkeiten In den Einstellungen Der eine kommt Weiß ich nicht Mit Sturz 2,7 Und der andere Mit 2,8 Besser zurecht Naja was willst du denn da machen Da musst du dich irgendwann einigen Ja ja Da kannst du nicht mehr Irgendwie Irgendwann musst du auch sagen Kurz vor Schluss Jetzt nimm und fress Ja genau Und auch jetzt hier bei der Schleife Also ich hab Ich hab Ja Quatsch Bei Silverstone Ich hab gehört Wird das für ein optimales Einlenken 120er 120er Ähm Feder Optimal werden Und ähm Ja Dann wären wir aber Immer nur einen halben Stint gefahren Und dann abgeflogen Weil äh Die Grippe ist da Aber jetzt speziell wo es kälter wird Äh wird dann die Hinterachse So fickrig Und wir haben es dann einfach Auf 180, 120 gelassen Lieber ein Tick mehr untersteuern Und dafür sicher ins Ziel Und Ja Ja wir haben Glaub ich Einen Dreher Einen Dreher insgesamt Haben wir gehabt Ja 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 Das ist äh Natürlich Langstreckenrennen Ist immer Der vorne dabei Der fehlerfrei fährt Naja Nö Nicht immer Naja 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 Also wenn du Wenn du Einen richtigen Bock baust Oder so Dann Ist dann schon erstmal Ein primches Problem Aber guck mal Wir sind Quasi fehlerfrei gefahren Und die anderen Müssen auch Also einen hervorragenden Job diesmal gemacht haben Also nicht so wie ein Daytoner Wo Alle naselangen mal Rechts oder links Einer stand Ja Ne Das muss man den Jungs Hier auch mal sagen Äh Oder 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 Zugutehalten Das äh Das Niveau Äh Ist unheimlich hoch Muss ich sagen Ja Richtig Das hat mir ja schon Schmerzhaft Nach dem Qualifying Festgestellt So Ich hab mich gefreut Dass ich meine eigene Bestzeit Um 13. Geschafft hab Und ne 59.9 Gefahren bin Und bin trotzdem Nicht in den Top 10 Ja 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 es war wieder Sehr sehr eng gestern Also die Ich glaube die ersten 15 Innerhalb von Einer Sekunde Aber gut Da kannst du nicht viel machen Und ich meine So ne Strecke Ist nochmal Ein anderer Schnack Als Als Ähm Ähm Daytona Daytona hast du irgendwie Drei Kurven Und ne Schikane Und das war's Hier ist das schon Noch ein bisschen anders Und äh Trotzdem wieder So ein enges Ergebnis Zeigt schon auch Wie eng die hier Alle eigentlich Beieinander liegen Und Ja und die Fehler Auf der Strecke Schon auch Äh Wichtig Oder einen großen Großen Teil Dazu beitragen Wie man hier am Ende Abschneidet Also Das rein fahrerische Klar muss das stimmen Ist keine Frage Aber da haben wir gut Zehn Teams Die hier Äh Durchaus in der Lage sind Ganz vorne mitzufahren Vielleicht Sieg Teams Vielleicht fünf Aber Zumindest für die Top 5 Haben wir auf alle Fälle Zehn Teams Und äh Ja und da muss man halt Dann schon mal schauen Dass man einigermaßen Sauber hier durchkommt Und ich meine Ihr wart ja Schon in den Top 10 Seid da jetzt Momentan auch wieder Also ähm Pff Ja Ja Jetzt gucken wir mal Wie es mit den Tankstops ausgeht Also wenn es Wenn es so passt Wie wir uns vorstellen Äh Holen wir hintenrum Noch wieder einen Tankstopp raus Und das wird dann Vielleicht in den Top 10 landen Aber vielmehr Wird das nicht bei uns Ja Ja Ne Also wir haben uns das ja Wenn es optimal so weiterläuft Äh Dann wird es so gehen Wie ein Detona Da haben wir ja auch Durch diese optimale Strategie Haben wir ja damit schon So wird hinter uns halten können Ja Ähm Und wenn das so aufläuft Dann ist ein Top 10 Platz Doch noch drin Ja Ja Hoffe ich Na Schau mal Und wenn nicht der Dann werden wir nicht den Tränen ausbrechen Ja Das glaube ich wohl Der Didi meint dann ganz bestimmt Oh der kriegt dann ein dickes Ei Und Ne Dose Tröst Und dann ist alles gut Ja ja Genau Ne ne Ja Was der Didi Und da schrieb sie zurück Im ersten Moment war ich richtig erschrocken Erst als ich gesehen habe Dass dieser Busch da Blüht Äh Wusste ich Dass es nicht heute passiert sein kann Aber Aber im ersten Moment Wirklich Weil ich hatte vorher gesagt Wir haben ja die Tage dann mal Ein Fotoshooting Da fahren sie uns ein Rennauto Auf den Hof Und das fotografieren wir hier Und das habe ich total ernst gesagt So Und das hat sie Sie wusste Im Grunde wusste sie Dass ich sie veralbere Aber sicher war sie sich nicht Und als ich dann das Bild geschickt habe Dann war sie natürlich erstmal von Socken Und ähm Total erschrocken Und ähm Ja Aber Na gut Hat sich ja relativ schnell ausgeklärt Aufgeklärt Außerdem stand das Auto ja Wir haben ja diesen komischen Knick da Man sieht man ja auf dem Bild Um in die linke Garage zu kommen Muss man da so ein bisschen ausholen Das ist mit einem großen Auto Fast nicht zu machen Der MX-5 steht jetzt auf der Seite Und ähm Ähm Mit dem Passat komme ich da gar nicht rein Das heißt ich komme rein Aber nicht wieder raus Ähm Ja Und da haben wir dann auch gesagt Ja nee Wir haben den erstmal in die Garage Gerade reingefahren Sind dann gerade rückwärts rausgefahren Also Sodass der dann da Vor diesem Knick da stand Und so Also War schon lustig Also Es gab wirklich Leute Die haben geglaubt Das ist echt Also Freunde von mir Die Die keine Ahnung von Rändern haben Oder so Die haben wirklich geglaubt Das ist echt Das lustige ist Dann kann er uns vielleicht Den Wildgrave da rein rendern Und Und Zwei 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 Ja ja Das hat was Definitiv Glücklicherweise war ich der erste Der es veröffentlicht hat Alles andere sind nur noch Kopien Ja So Thomas Pache Thomas Pache Jetzt hier Wir haben einen Zweikampf Wir haben einen Zweikampf Einen echten Zweikampf Um Position 11 Thomas Pache Gegen Philipp Nölle GLXF2 Gegen RML Gegen RML Team 3 Oh Der kann Guck mal Der kann das blaue Blinklicht ausmachen Das ist jetzt aber immer weg Ist das vielleicht die Perspektive Ja ja Aber es sieht schon so aus Ja das kommt immer erst ein bisschen später Das blaue Blinklicht Also Ja ist egal Alles gut Also ich wäre ja dafür Dass Die Top 3 Der Oder die Top 4 Die um die Meisterschaft Noch reell um die Meisterschaft Fahren können Dass die auf der Nordschleife Nur diese Lichter bekommen Aber das wäre mal so Kannst ja die Ampelfarben einführen Rot für die ersten vier Dann gelb Bis zehn Und Dann Der Rotz kriegt Dann grün Also wir Ja ja Schon mit der Mob Genau das gemeine Volk So Ich muss mal wieder zu meinem Team zurück Wir haben ja nicht so viele Leute heute Da muss ich mal gucken Ob ich dann noch ein bisschen spottern muss Ich wünsche einen schönen Abend Und noch viel Spaß Ja Alles klar Ähm Christoph Bist du noch da? Ich bin noch da Lutz Das ist schön Ihr wart so schön am reden Und da hab ich gedacht Beantworte ich da mal ein paar Mails bei mir Ja Ja ich müsste halt mal zum Boxenstopp Ja ist die Crewman Bereit? Ja Ja Okay Du wartest schon eine halbe Stunde Alles klar Lustig 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 Ja Okay Okay Ich bin Eine Minute So Dann gucken wir mal Haben wir irgendwo was spannendes Ja natürlich Braundeck gegen Pache Nein Verguckt Zeile verrutscht Ja Ähm So Das aber Pache gegen Nölle Aber Ja, ist klar, guten Morgen. GRL-internes Duell haben wir gleich auch noch. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich zumindest euch noch so erzählen könnte. Möchte ja noch irgendeiner zum Interview kommen? Achso, Carsten will hin, kann ja nicht, der fährt ja. Ich wollte schon sagen, ich will in der Carsten will mal kommen, aber der ist ja gerade am Fahren. Licht. Licht. Vielen Dank. Ja, aber es ist nix los, Lutz. Außer, dass... Oh nein. Was? Nein. Wir hatten noch einen Jans im Interview, ne? Ja. Oh, jetzt ist das Team aufgefallen. Und VE Racing auch. Ja, sehr bitter. Ja, angeblich soll es Duell Pache gegen Kronen Deck, aber das dauert doch noch, Leute. Ihr wollt doch alle nur im Bild sein. Ja, sollt ihr auch. Ich hab ja nur die ganze Zeit, während wir hier gequatscht haben, immer mal so alle zwei, drei Sekunden ein Auto durchgeschaltet, dass ihr auch mal zu sehen seid. Und alle, also, ähm, ja, dass es nicht nur immer dieselben Autos sind. Wir können ja mal hier noch gucken. Achso, das war jetzt Pache, ne? Da sollten wir ja gucken tun. Ähm, ja, wie gesagt, also... Ja, das sind jetzt aber drei Sekunden, die hier angezeigt werden, aber auch Pache hat nur zwei, drei Sekunden, ja, zweieinhalb Sekunden, drei Sekunden Rückstand auf Philipp Nölle. Aber gut, der ist ja erst an ihm vorbei, glaube ich. Das hatten wir ja vorhin, dieses Duell. Als Jans kam. So, dann gehen wir mal zu Herrn Grauendeck. Ach, Mann. Hier, also sollte hier irgendjemand in der Nähe von Bremen-Brinkum wohnen oder sich da gerade aufhalten, dann würde ich ihn bitten, mal eben bei Ikea vorbeizufahren. Meine Freundin hat eine Orchidee da stehen lassen. Und die ärgert sich gerade fürchterlich. Wohne da nicht in der Nähe. Ja, wahrscheinlich war das ja wegen des materiellen Verlust, sondern weil, ja, sondern weil einfach, weil sie das Ding hat stehen lassen. Ja, aber ich habe jetzt unseren, ähm, unabhängigen Zuschauer, der hier nicht mitfährt, aber bei der Airfactor Minus Motorsport Liga mitfährt, nämlich der Nico Nigele. Wunderschön, guten Abend, Nico. Ja, Abend, aber der Nachname hat nicht so übereingestimmt, das heißt Nägele. Ja, okay, ich krieg's irgendwann noch hin. Ja. Ja, du bist, ganz kurz, ganz kurz, normalerweise haben wir ja Fahrer immer zum Interview, äh, wie ein Team zugehören. Du fährst jetzt hier nicht mit, du kommst auch, so wie ich das richtig verstanden hab, aus dem iRacing-Bereich, ne? Ja, genau. Wir hatten ja heute am frühen Abend ja schon mal mit ihm gesprochen und du fährst dieses, ähm, ja, dieses, bleib ich's jetzt. Dieses Dämmerungsverfahren. Tag Nacht wechseln. Genau, Tag Nacht. Ja, das find ich recht gut, also, bin ich's nicht gewohnt vom iRacing her, muss ich echt sagen, da hat Airfactor wirklich was Gutes gemacht, da ist iRacing wirklich noch im Nachteil. Ja, also, ganz kurz, in iRacing gibt's entweder nur Tag oder Nacht, ne? Ja. Genau. Man muss, man muss dafür sagen, iRacing, das sind ja die, wo ja fast alles lasergescannt ist und, ähm, ja. Hattest du denn schon die Ehre, mal so einen McLaren MP4-12C, äh, zu fahren in iRacing? Ja, hatte ich und das war, glaub, ähm, French Edge, wie man das auch ausspricht. Und da war ich eigentlich schon noch recht erfolgreich, bin vorne, ja, im vorderen Mittelfeld bin ich da immer mitgefahren. Und die Umstellung zu Airfactor ist dann da schon mächtig groß, weil es ist immer, von Auto zu Auto ist es immer wieder anders. Ja, ansonsten, ähm, grafikmäßig, da, da ist iRacing ja besser, ne? Sag mal so, da die Autos lasergescannt sind, hast du da halt schon das bessere Schadensimulation, wie hier bei Airfactor. Wenn du da gegen die Wand fährst oder die Wand touchierst, dann merkst du, kratz, okay, ich hab ein Aerodynamikproblem. Und, das hab ich hier, also ich bin jetzt noch nicht so oft Airfactor gefahren, hab ich hier eben noch nicht so empfunden. Ja, ähm, das ist mir die Frage, verdammt, mir fällt sie gleich ein. Mir liegt's ja auf der Zunge. Ja, äh, hast du denn vor, ich mein, du hast ja im Laufe des Tages, äh, schon ein bisschen was gesehen. Äh, schon was gesehen. Reizt es dich denn, äh, eventuell jetzt fürs Nordschleifing-Event in irgendein Team hier einzusteigen? Ja, natürlich. Also, ich bin eigentlich ein recht erfahrener Fahrer, von iRacing her. Und, ich hätt wirklich richtig Lust, hier im 24-Stunden-Rennen, ist ja im 24-Stunden-Rennen, oder? Ja. Hab ich da wirklich richtig Lust, mitzufahren. Ja, gut, äh, wenn, wenn du, musst halt, wir sind hier halt, es ist halt ein reines Team-Event und du musst halt schauen, dass du hier ein Team findest, dem du dich anschließt. Aber wir haben hier einige Teams, die, äh, permanent unter Fahrermangel leiden. Und wenn du mit denen, äh, wenn du die anschreibst, äh, über das Forum, dann, ähm, kannst du, also unter Bitlane einfach einen Post aufmachen oder so. Also, dass du ein Team suchst, dich ein bisschen beschreibst, dann bin ich mir relativ sicher, dass du da ziemlich schnell eine Antwort bekommst. Und, ähm, äh, für, ja, um ein paar Testrunden, äh, zu machen. Und, äh, wenn das gut läuft, dann bin ich sehr sicher, dass, dass du da ganz schnell ein Team hast. Ja. Also, ich bin, ja, bei der Motorsport-Liga, also, wie ihr wisst, und da werde ich wahrscheinlich mal anfragen, wie es aussieht, ob sie noch ein Plätzchen frei hätten, im zweiten Team, oder sonst immer. Das kannst du direkt machen, denn wir begrüßen von RML Team 2 Daniel Schüchbusch. Wunderschönen guten Namen, Daniel. Ja, ich wollte nur mal kurz reinschauen, wollte nur sagen, du brauchst nichts bei Simracing.org, äh, schreiben. Wir suchen auf jeden Fall erstmal noch einen Fahrer, weil für 24 Stunden braucht man ja dort noch einen Fahrer mehr. Und von daher kannst du gerne bei uns testen, frag uns morgen am besten nochmal, dann, und dann wird das schon schief gehen, sag ich mal. Ja, siehste. Und vielleicht ist eine Vermittlung hier. Gerade hier im D-Speak werde ich da schon angeschrieben, sogar. Ja. Siehste. Man muss dazu sagen, der, der Nico, das ist ja nicht so ein bekanntes Gesicht im Airfactor-Bereich, ja, wie, äh, Lutz oder... Was? Meine Wenigkeit. Wie, wir sind bekannt. Träumst du? Gut, ich wollte nicht weiter sterben, ich muss wieder runter, weil ich muss jetzt wieder ins Cockpit. Nee, alles, alles, alles ist gut, Daniel. Ähm, äh, was glaubst du, was passieren würde, wenn ich ins Forum schreiben würde, ich möchte in ein Team mitfahren? Glaubst du, ernsthaft, da würde irgendein Team anfragen, äh, sagen, hier bei uns? Nee, das kannst du ja haben, ich meine, ich hab 2006 letzte Rennen gefahren, die werden sich bedanken. Das ist egal. Ja. Ich meine, ich, ich werd ja Nordschleife ja auch fahren. Okay, bei mir ist jetzt nicht seit 2006 ja, dass ich das letzte Mal gefahren bin, aber, äh, ne? Ja. Also, am Anfang der Saison hatten wir ja doch mal, falls du dich noch daran erinnerst, das Gespräch ja von einem, äh, Special, ich weiß gar nicht, wie hat's Peter Grau genannt? Äh, Seniorenteam? Ja, da bist du natürlich Teamchef. Das denke ich nicht. Hier, Michael Reiter schreibt mir gerade, ich nehme den Enger für Le Mans im All-Star-Team. Ja. Siehste? Ja, da müssen wir es aber wieder umbelennen, da müssen wir das wieder, den ursprünglichen Namen des All-Star-Teams wieder einführen, ne? Ja. Ja, ja, ne, das glaub ich schon, ne, ich glaube, das, äh, möchte ich tatsächlich nicht, obwohl ich die Woche schon ein, zwei Mal auf dem Boden oben war und das Lenkrad schon in der Hand hatte, hab ich gedacht, wenn du das jetzt mit runter nimmst, dann hängt's wieder nur irgendwo am Schreibtisch rum und stört. Also, lass mal mal lieber. Da fahrst du ja zu genügend Tastaturen dran. Ja, super, was glaubst du, wie schnell ich dann mit Tastatur erstmal bin? Ja, ganz großartig. Nee, aber, coole Sache, also ich mein, klar, iRacing hat hier ganz andere Vorteile, die haben mit Sicherheit nicht mit diesen ganzen Problemen zu kämpfen, die, mit denen wir hier zu kämpfen haben, was die permanenten Disconnects und Fahrerwechselprobleme und, na gut, es gibt noch keinen Fahrerwechsel, von daher, aber allein die Tatsache, dass die seit zwei Jahren am Fahrerwechsel rumdoktern, äh, zeigt, dass das nicht einfach so zu lösen ist. Und, ähm, 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 naja, also, ähm, werden wir mal schauen. Und soviel ich weiß, in R-Faktor 2 funktioniert's ja immer noch nicht. Auch das Rejoin to Race funktioniert in R-Faktor 2 nicht, obwohl's in der, in der Multiplayer eine Option bereits dafür gibt, ähm, aber es ist noch nicht aktiv. Das heißt, da warten wir noch auf ein paar Birds, die da noch kommen, und, äh, naja, da müssen wir mal schauen, wenn das mal irgendwann funktioniert, ein vernünftiger Multiplayer auch in R-Faktor 2 dann ist, naja, dann müssen wir mal gucken, was dann geht und was nicht geht. Außerdem haben wir noch Assetto Corsa, da sind wir auch sehr gespannt, was da passiert oder nicht passiert. Die haben mir sehr viel versprochen, was die Multiplayer betrifft. Und, ähm, naja, und wie gesagt, iRacing, HDV-Mismatch auf dem Server. Macht keinen Scheiß. Zummer ist die V-E-N. Hä? Um nochmal zu iRacing zurückzukommen, iRacing hat natürlich auch andere Probleme. Wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, ja, dieses iRating anspricht, das ist eine Rating, wenn man einen Unfall macht oder nicht gut fährt oder unsanft und aufs Gras kommt, dann kriegt man sogenannte Incomings und du bekommst auch Incomings, wenn einer dir hinten reinfährt. Und das ist eben noch, auch noch ein Problem von iRacing, du kannst nicht dafür, kriegst, wirst aber trotzdem bestraft. Und das ist ein bisschen blöd. Ja. Ja, es gibt überall Vor- und Nachteile, aber iRacing ist schon eine sehr geile Summulation. Äh, ich muss mich hier mal eben ausklinken, ich muss mal eben den Support-Channel. Und muss hier mal gucken, was ich hier mit dem Server jetzt mache. Ob er hier in Rester hat, ich würde gleich eben mal Bescheid sagen. Jo. Ja, Nico, haben wir noch ein bisschen Zeit. Äh, ja. Diese iRacing Rating, oder wie man das nennt, ähm, ist es denn auch so, dass man, sagen wir mal, nur einen bestimmten Zahlbereich, die Fahrer fahren oder fahren dürfen in einem Rennen, oder wie ist es da? Also sagen wir es so, es gibt einmal die, ähm, Lizenz, da gibt's, ähm, erst mal fängst du an mit Rookie, dann kommt die D-Lizenz, wenn du hochgestuft hast auf 4.0 Rookie, dann kriegst du die D-Lizenz, bist dann bei D 3.5, kannst dich da auch wieder grad hochleveln, wenn du halt sicher fährst, D 4.0, dann kommst du in die C-Lizenz und kannst auch immer, dann immer bessere Autos fahren und, ja, musstest hier halt immer alles mehr dazukaufen. Und, das kannst du hoch machen bis zur A-Lizenz und wenn du in der A-Lizenz bist, dann kannst du, wenn du 50% von einer Saison an Rennen gewinnst, von die Pro-Lizenz und dann kann man dann mit den, ja, sozusagen Topstars von iRacing, beziehungsweise auch mit den Profis mitfahren. Zum Beispiel, wenn man jetzt spezifisch auf Nesca sich einstellt, kann man dann bei den Profis mitfahren, die, wo halt eben bei iRacing fahren. Ja, ansonsten glaubst du, dass in iRacing eventuell noch langstreckenmäßig was kommt oder ob es wirklich nur aufs Sprint Cup Rennen ausgelegt sein wird? Also, ich mein, Sprint Cup ist bei denen schon mehr so der Mittelpunkt. Langstreckenrennen gibt's meistens nur so als Event, so 4 Stunden lang oder, ja, 5 Stunden lang und, ja, es ist nicht so der Fall von mir. Also, wenn ich lange fahren will, dann will ich dann schon am Stück fahren und nicht nur einfach 5 Stunden und sagen, okay, jetzt bin ich so und so viel da geworden, der hat mich dort abgecrasht, der kriegt keine Strafe dafür. Ja, finde ich nicht so ein Fall eigentlich. Deswegen fahre ich auch zur Zeit mehr so just for fun im Oval und, ja, bin dort eigentlich auch recht erfolgreich, aber es gibt halt immer noch so ein paar Rookies, die dich einfach abschießen. Und was, was macht man dagegen? Sperre oder, äh... Man kann sie reporten, aber das bringt meistens nichts. Beziehungsweise, du weißt nicht, ob es was bringt. Okay, also ich kann erstens nichts steuern, weil, äh, Lutz mit Sicherheit was am machen ist und zweitens ich wieder unser schönes Moderationsprogramm, äh, geschrottet habe. Ja, ich mal wieder. Aber ich hoffe, wir sind noch live drauf. Ähm. Was denkst du, wie lange wird jetzt diese Umstellung dauern von iRacing auf Airfactor? Weil das sind ja eigentlich Welten-Verschiede. Das hängt davon ab, wie oft ich fahre. Also ich bin jetzt ab nächster Woche frei. Da werde ich dann wirklich von morgens bis abends vorm Computer hocken. Okay, mal was mit meiner Freundin machen. Aber, ich werde versuchen, mich bei Airfactor einzusteigen. Brauche natürlich, falls ich dann in der Kette 3 Series mitfahren würde, brauche ich natürlich auch den Mordstür, damit ich es dann auch trainieren kann. Natürlich bin ich für Tipps und Ratschläge natürlich immer offen. Soll ich dir schon mal einen Tipp geben? Ja. Rechts ist das Gaspedal. Ja, das weiß ich. Und links ist die Bremse. Je nachdem, links davon ist meistens auch die Kupplung. Außer bei einem Automatik. Was hast du für einen Lenkrad? Ich habe einen G27 mit einem FK Racing Steed. Oh Gott. Ja, fährt sich gut. Jetzt demnächst kommt bei mir noch ein dritter Bildschirm dazu. Dann habe ich endlich mal einen Triple Screen. Ja, das hört sich irgendwie ja gut an. Ja, sobald ich dich habe, werde ich dann mal meinen Rechner wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Immer so einer High-End-Rechner. Ein Kollege hat einen besseren, ich will, braucht unbedingt einen besseren wie er. Und wir sind uns immer am Hoch stöpseln, wer einen besseren Rechner hat. Und wir sind uns immer noch in der Nähe von der Schweizer Grenze. Ja, 12.000 Seen, Dorf oder Stadt, darf man ja dazu fast gar nicht mehr sagen. Oder in Baden-Württemberg da unten irgendwo auf jeden Fall. Wie ist es dort, äh, motorsporttechnisch, äh, ist es so eine, nicht nur hier Vettel, sondern auch GT-mäßig? Gibt es da ein paar Fans oder eher so hier, Vettel, Vettel? Äh, also es gibt natürlich, also ein Dorf weiter, also, ja, die Öffchen weiter, äh, vielleicht mit ihnen jemand. Die MS Racing, die fahren zur Zeit in der GT Masters mit, mit einem Mercedes SLK. Oh, da war schon, also ich als Motorsport-Profi, oder Kenner, muss mal gleich eingreifen, SLS heißt das. Und MS Racing fährt diese Saison ein Audi R8 Ultra Specification 2013. Letzte Saison, okay, da war die Mercedes gefahren. Genau. Auf jeden Fall diesen Florian Stoll, kennt bestimmt jeder, wo GT Masters verfolgt. Und den kenne ich auch persönlich. Ich bin damals eben auch vom ADAC Südbaden aus, konnte man damals im Go-Kart mitfahren. Das war leider nicht auf den Rennstrecken, sondern es war Go-Kart Slalom. Da ist man durch die Pylonen gesetzt und musste schauen, dass man so wenig Pylonen wie möglich umlässt, weil pro Pylone gab es eine Sekunde Zeitstrafe. Da war ich eigentlich recht erfolgreich dabei. Hätte dann ins Autoslalom hochsteigen können, aber ich hatte keine Lust und keine Zeit mehr, weil ich war jedes Wochenende weg, hatte keine Zeit für Kollegen. Ja, und da hat es dann eben ein bisschen gehangen. Baby, also, wir haben halt so Zwiegespalt so Motorsport und Freundschaft. Was sagen so deine Kumpels dazu, dass du ein bisschen so im Motorsport aktiv warst oder eher dieses Sim Racing? Also, ich bin jetzt auf der Berufsschule und habe da eben ein paar Kollegen. Und dem Kollegen habe ich jetzt einfach mal iRacing gezeigt und der hat gesagt, das ist eine coole Sache, der war jetzt auch letztens bei mir, durfte auch mal fahren. Der ist sich jetzt eigentlich im Überlegen, soll ich es mir auch holen? Und jetzt natürlich, seitdem ich R-Faktor gefahren bin, werde ich ihm auch gleich sagen, R-Faktor kostet nichts oder beziehungsweise die Light-Version kostet nichts. Ihr könnt es eh mal probieren. Ja, wenn ihr Fragen an den Nippo habt, dann könnt ihr sie jetzt an mir schicken. Ich werde sie dann weiterleiten. Währenddessen, ja, du fährst ja bei der R-Faktor-Motorspiegel. Was glaubst du, was geht für das Team noch? Ich meine, du bist zwar jetzt noch nicht so lange in der Liga, aber ein paar Leute kennst du ja schon, unter anderem auch mich, Swinker. Ja, dich kenn ich natürlich schon den ganzen Tag lang. Du spammst mich da schon die ganze Zeit voll. Facebook, unter anderem. Das ist eine Lüge. Also, wenn du mir jetzt alles mal schon besagst, wie viel das Swinker ist gerade nochmal? Also, das 1er-Team ist auf 6, das 3er-Team ist auf 11 und das 2er-Team ist 14. Also, ich hoffe für sie, dass sie noch ein bisschen weiter vorfahren können. Weil die haben ja auch einige gute Männer im Cockpit. Ich hoffe wirklich, dass sie, also ich wünsche ihnen auch, dass sie weiter vorfahren können. So, aber jetzt kriegen wir erstmal Infos von Lutz. Ja, also, wir lassen es jetzt erstmal laufen. Ähm, die Herren, äh, Broadcaster machen da irgendwelche, die haben wohl Probleme mit den Headlights. Die sehen wohl ganz gruselig aus im Stream. Ich habe das, äh, bei mir hier auch einmal gehabt, als ich im Dunkeln getestet habe. Ähm, da hat ein Re-Start geholfen. Ähm, gut, müssen wir, äh, wir werden jetzt nicht neu starten. Äh, es ist momentan nichts weiter passiert. Alle sind normal unterwegs. Ähm, so wie ich sehe, ist VE Racing, ja, die sind ja schon, ja, dann wohl jetzt raus. Ähm, aber, ähm, Will Crave ist wieder auf der Bahn. Die haben tierisch Schwierigkeiten gehabt. Jetzt, der, der Didi ist wohl, da ist wohl was Schlimmeres passiert. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Der, Dietmar Sommerfeld, und, äh, es war kein anderer Fahrer da, der hätte es sofort übernehmen können. Und dann musste der Mike Neumann dran glauben. Und der hat aber erstmal sinken müssen, weil der war gar nicht eingeplant für heute. Und, naja, deswegen hat das gedauert. Und jetzt haben sie natürlich massig Zeit verloren. Und, äh, ja, wir werden mal sehen, was geht und was nicht geht. Äh, ist ein bisschen schade, weil wir haben jetzt vier Teams verloren insgesamt. Aber, gut, werden wir sehen. Ähm, ja, also es gibt erstmal vorerst keinen Restart. Sollte es jetzt einen weiteren Mismatch geben, äh, der von einem aktiven Team ausgelöst wird, dann werden wir die Session definitiv neu starten. Dann machen wir keine Experimente. Ja, hast du noch irgendeine Frage, Lutz, an den Nico? Nö, also wenn er, er hat sein, hat er sein Teamangebote, hat er ja. Was macht hier Racing Association? Das war vielleicht jetzt so nicht geplant. Ähm, war, glaube ich, die falsche Boxeneinfahrt. Ähm, ja, genau. Und, ähm, ja, nee, also, wenn es klappt, würde ich mich freuen. Nico, dann viel Glück, dir, auf der Nordschleife. Und übe, äh, trainiere fahrlässig vorher. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns dann in einem richtigen Interview wieder. Ja, und falls es, ja, nicht klappen sollte, wir sind, ja, wahrscheinlich eh mal wieder auf dem TS drehen. Und, ja, sage ich erst mal Dankeschön. Gerne. Spannendes Rennen noch. Bis später. Bis später. So. Okay. Oh. Krieg hier. Ja. Ach, Unsinn. Ja. So. Also. Wie schaut's aus hier? Allstar führt momentan mal wieder, also die ersten drei wechseln sich hier permanent ab. Allstar, 3Wide, Independence. RSR fährt ziemlich safe auf Position 4, allerdings nur mit 4 Sekunden Rückstand auf Platz 3 im Moment. Ähm. Aber wir haben schon gehört, eventuell Independence Simulator hat vielleicht, beim letzten Boxenstopp einen kleinen Vorteil, in dem sie deutlich weniger tanken müssen. Ähm. GAL XF3 auf Platz 5, auf der 6, dann RML Team 1, GAL XF1 auf der 7, auf der 8 Independence GT3 und auf der 9 Witchwood, auf der 10 dann Racing Association 2, das sind die Top 10 hier momentan. Und ihr seht's ja hier oben auch durchlaufen. Und, ähm, hier im Stream, also könnt ihr euch ja immer ein Bild machen, wie's aussieht. Vielleicht, so ein bisschen wer sich fragt, warum die, äh, die, äh, Positionsnummer zweimal dasteht. Das ist dafür gedacht, wenn man in, unten würde dann die Position in der Klasse stehen, wenn man in mehreren Fahrzeugklassen fährt. Also, da wir hier aber momentan nur eine haben, steht da bei allen das Gleiche. So, Christoph, hast du eigentlich schon was zu Abend gegessen? Hallo? Christoph? Ah, der ist abgünstig gemutet, okay. Ja, also wenn hier noch einer Lust hat auf ein Interview, immer her damit. Ich sehe, bei Doc Racing ist jetzt Stefan Bäumer da. Das heißt, äh, dann kann vielleicht das Problem, der Kai Sichotzki hat wieder ein Problem mit seinem Lenkrad, was, wenn er das Auto übernimmt, komplett nach rechts einschlägt. Keiner weiß, woran das liegt. Genau, so, wie haben wir denn hier noch so? Guten Abend, Hänger. Ah, der Reiter. Ja, da ist er. Da ist er. Da ist er. Na? Mensch, aber mit guter Laune, ne? Ja, ich bin immer gut gelaunt, weißte ja. Neu, oia, 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 oia. Ja, ne, ich bin immer noch so, äh, ja, so ein bisschen freudig, weil Andi macht echt einen Bombenjob, geht man gerade gar nicht. Mhm. Ja, läuft, ne? Ja, läuft richtig gut. Noch 10 Sekunden und dann haben wir einen kompletten Boxenstopp rausgefahren. Ja. Ja, ist doch, ist doch eine coole Nummer. Ja, man, da dauert auch noch. Weißt du, wer das ist? Ja, 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 naja, gut, also die letzte Runde war jetzt nicht so der Brüller. Aber, ja, gut, er muss jetzt gleich in die Box, so. Ja, ja. Ja, es sind dann halt immer diese 30 Sekunden, so um die 30 bis 35 Sekunden sind das ja immer, die ihr dann habt, äh, vor oder zurück. Ja, wir haben uns halt ausgerechnet, ich glaube, knapp 50 bis 54 Sekunden brauchen wir Vorsprung vor Sebastian und Andi hat 20 Sekunden rausgefahren auf ihn eben. Mhm. Joa, wird eng, sag ich mal. Mhm, das wird verdammt eng, ja. Aber ich weiß nicht, dass das Christoph nie da ist, ne? Ja, ich bin noch da. Ja, dann ist schlecht. Äh, wieso? Ja, nee, ist mir eben aufgefallen, weil jedes Team, das im Interview war, hat ein Disconnect gehabt. Ich weiß nicht, aber... Wenn Christoph das Interview hat, genau. Ja, das ist ein Problem, deswegen sei bitte ruhig jetzt, Christoph. Nee, auf jeden Fall, wir hatten doch vorhin hier, dass du Lutz doch gerne im Oyster-Team haben möchtest, ne? Ja, ist richtig. Ja, ja, ist so weit, kennst du das. Und, äh, Michael würde, Michael würde das Team unbedingt als ein Kaffee-Racing-Team. Ja, 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 wir würden das dann Cellini nennen. Ja, wobei, bei so einem, äh, Race of Champions, denke ich, könnte Lutz schon mal mitmachen, oder? Äh, äh, was hab ich, was hab ich denn davon, wenn ich, wenn ich schon in der Vorrunde ausfalle? Ja, ja, du bist mal gefahren, was soll ich denn? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber ich glaub nicht, ich weiß nicht, also, äh, ich weiß gar nicht genau, wann ich das letzte Mal das richtig probiert habe, äh, ich hab nur gemerkt, dass da mir richtig viel Zeit fehlt, also, ähm, keine Ahnung. Wenn du mal draußen bist, ich seh das ja an Thomas, also, Thomas ist ja letztes Mal GTA 2 gefahren. Ja, und der war ja richtig gut. R-Faktor, und der war wirklich in GTA 2 richtig gut, und der kommt bei R-Faktor irgendwie gar nicht in die Gänge. Also, was heißt gar nicht, er ist halt anderthalb bis zwei Sekunden langsamer wie wir jetzt, aber dafür hat der fünf Jahre Pause gehabt. Ja, ja, bei mir ist es ja genauso lange her. Also, wenn du da mal raus bist, äh, ist schwer da wieder reinzukommen. Gar noch länger, ich bin 2007 raus, also, das sind jetzt sechs Jahre. Ich weiß nur, als ich gegen Turbo-Diesel gefahren bin. Ja, 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 das war noch Zeit mit Sicherheit, ne? Das waren aber schöne Zeiten. Ja, ja, das waren definitiv, also, GTA Racing League war definitiv die schönste Zeit im Simracing, keine Frage. Wer hat denn da eigentlich, äh, gewonnen? Du, Micha, oder Lutz? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Naja, also, ich glaube, ich bin in einem Jahr Masters gefahren. Die erste, erste NGT-Serie, ja, bin ich Zweiter geworden. Und, ähm, dann habe ich irgendwann dieses denkwürdige Rennen in Andersdorp gehabt, äh, wo ich eigentlich, äh, ja, wo es so ein bisschen auch, ich weiß jetzt nicht mehr, um welche Position in der Meisterschaft ging, und dann bin ich mit dem Quali-Setup losgefahren. Ach ja, weiß ich noch, das war geil. Ja, und der Karnitz, die alte Rater, hat mich dann da in dieser Stallkurve außenrum überholt. Ähm, ja, aber, äh, es war geil. Es war, äh, ja, es war eine total geile Zeit, und, äh, ja, und, ja, ist, äh, klar, es, ist, sicherlich würde da noch irgendwas gehen, aber mit Sicherheit nicht mit dem Anspruch, den ich immer habe, wenn ich irgendwas mache, und, ähm, nee, nee, also, ich glaube, da würde ich nicht glücklich drüber. Und ich glaube, äh, Beate würde auch ziemlich im Dreieck springen, ähm, weil es reicht schon, die Zeit, die ich investiere hier für, für die Orga, da muss man jetzt nicht auch noch anfangen und trainieren, und es ist ja fast überall so. Entweder der, der organisiert und Rennen fährt und gut ist im Rennen, ist es entweder eine scheiß Organisation oder er ist schlecht im Rennen, also eins von beiden. Also, von daher, äh, wenn man, wenn man das vernünftig machen will, vor allem hier bei Sondergeschichte, ähm, kann man nicht, das, also, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gehen könnte, und, äh, ich kenne eigentlich auch kaum größere Ligen, die, äh, das machen. Ich meine, klar, bei Racers League oder bei, bei der VR, ähm, die haben halt, äh, da fährt auch keiner von den, von den, ähm, oder die, die da aus der, aus der Orga fahren, ähm, sind im Prinzip, äh, gar nicht für die Rennserie verantwortlich, in der sie da fahren, also, das ist, naja, nee, 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 fangen wir gar nicht erst an, das mal nachzudenken. Ja, dann. Ja, dann lass es bleiben. Ja, 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 also, falls es tatsächlich mal so weit kommen sollte, vielleicht machen wir mal irgendwann so ein Abschlussrennen, da muss dann aber auch Olle, Olle Alex lang und, und, äh. Ja, der hat gut geleckt, also, da kann sich drauf verlassen. Ja, ja, die müssen dann da alle wieder antreten. Hat sich jetzt auch irgendwie die Clubsportpedale zugelegt, da, also, er fängt jetzt mal richtig groß wieder an, glaub ich. Ja, für jedenfalls. So ein halbes Jahr oder so, dann hat er wieder keine Lust. Ja, ich würde, ich würde im Leben jetzt kein Geld für ein Lenkrad ausgeben, also, äh, ich hab hier noch meinen Sidewinder, also, äh, ich weiß gar nicht, ob das an aktuellen PCs noch funktioniert mit USB, also, ich weiß gar nicht, ob das an aktuellen PCs noch funktioniert, ja, damit ist bei der Höhle ja auch schnell, ne? Ja, richtig. Wie lange bist du denn schon bei Lutz unterwegs eigentlich, Micha? Bei 2005. Jo. Da hab ich 2005 gemacht, weiß ich gar nicht. Ja, äh, da bist du gerade aus den Kindergarten gekommen. Ja, eben, wollte ich gerade sagen, hast gerade angefangen zu rauchen. Was? Da war ich. Vierte, fünfte Klasse. Ja, sag ich doch, hast gerade angefangen zu rauchen. Genau. Gutes Einstiegsalter. Irgendwo so in der Ecke, oah. Hast du noch eine Zigarette? Ja. Wo man dann... Der heißt ja nicht der Reiter. Ne, ich nicht. Wo man dann so frühmorgens, bevor man an die Schule ging, bei den Eltern an die Schachtel gegangen, sich zwei, drei rausgeholt hat. Ja. Die anderen gut sortiert hat, damit sie es nicht gleich merken. Bis man mal Rothändler gegriffen hat, ne? Ja. Äh, ne, mein Alter hat mir das ziemlich schnell abgewöhnt. Mit neun Jahren gepafft. Bin nach Hause gekommen, hab's gerochen. Mein Vater mich allerseelen Ruhe. Hast geraucht? Hm? Was hast du denn geraucht? Ja, die und die Marke. Wo hast denn die her? Ja, da und da gekauft. Kriegst du doch gar nicht. Doch, ich hab's gesagt, die wären für dich. Was haben die gekostet? Irgendwie, ja, 2,50. Damals. Gut. Er hat mir 2,50 gegeben. Geh hin, kauf noch ne Schachtel. Musste ich durch den ganzen Ort latschen oder ein ganzes Stück Weg. Von nach Hause der Schachtel zu retten. Hatte sie vor mir hingelegt. So, zeig mal, wie hast du das gemacht? Bei der elften Zigarette. Hintereinander rauchen musste. Hatte ich... War ja nicht vollgeschissen bis zum Hals. Und, ähm, als es dann auch vorne rauskam, ähm, hat dann meine Mutter gesagt, jetzt hör auf. Ja. Und das hat gehalten bis zum 26. Lebensjahr. Ja. Das war schon mal gut, ne? Ja, das war... Und dann waren wir im Urlaub irgendwie, da war ich dann 10. Und, äh, die Eltern hatten dann irgendwie so eine Urlaubsbekanntschaft da, so ein, ja, mit denen sie da irgendwie am Mittagstisch saßen. Und, äh, dann fragte der Mann mich, das weiß ich noch wie heute, und raufst du denn auch schon? Und ich dann so völlig coolen, ne, nicht mehr. Mit 10. Ne, hab aufgehört, hab ich gesagt, genau. Ja. Und, ähm, ja. So, wie sieht's denn hier auf der Strecke aus? Wollen wir jetzt hier noch mehr aus unserem Buch erzählen? Ja, kann jetzt fährt jetzt. Kann jetzt fährt jetzt. Naja, gut, das ist jetzt auch nicht so... Ja, ich würd's ja nur mal gesagt haben. Ja, stimmt. Es gibt's gerade in der Runde aus der Box. Ja, 22 Sekunden sind's auf, auf Ronny. Äh, auf, auf die Röne, sag ich ja immer. Ja. Naja, jetzt ist das, äh, Problem natürlich, es darf natürlich nirgendwo ein Auto haveriert auf der Strecke stehen. Wir haben heute sehr, sehr wenig gesehen davon. Das ist auch der Grund, warum Allstar so erfolgreich unterwegs ist heute. Wobei ich ja echt immer Lob an unsere holländischen Freunde machen muss. Also, die sind echt, äh, so genial. Unser Flat Sport Racing. Die machen so genial Platz. Ja, das ist unglaublich, oder? Das ist, ist ja, der Wahnsinn. Ich, da bist du echt noch, ich glaub, zwei, drei Sekunden hinter den Jungs und die fahren dann schon links rüber und lassen dich vorbei. Ja. Also, das ist echt sensationell. Ja. Also, und vor allem mit wirklicher Umsicht. Also, ich hab nicht eine Situation gesehen, wo die irgendwie gesagt haben, nö, du hast auch noch Zeit bis hinter dieser Kurve, bis hinter der nächsten Kurve. Äh, die machen dann einfach Platz. Also, wirklich grandios. Und der Jan war ja vorhin hier, hat der da so ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, ob das gehört hast. Ja, ich hab die holländische Taktik mitbekommen. Also, äh, die fahren dann da los mit, ähm, äh, drei Runden Sprit, fahren da eine Runde, kommen wieder in die Box und tanken. Ja, so spielen sie auf Fußball, ne? Ja, das ist jetzt aber gemein. Ja, war ja nur du. Ja, ja, nee, 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 klar, ich hoffe, das hat er jetzt nicht gehört. Nicht, dass Marcel mir noch schreibt, aber... Ja, das könnte gut sein. ...und zieht mir ne Runde ab nachher, wenn ich noch vor... Ja. Boah. Dass es gleich steht, äh, Stefan Kahn ist disconnected. Ja. Ja. Ja, dann hätten wir aber einen Indiz, wo die herkommen. Jetzt nicht ich! Bitte? Jetzt nicht ich! Nee, 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 nee. Gut. Ich bin ein bisschen schön, wenn ich einmal nicht schuldig bin. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie das da ausgeht. Ich gehe von außen in der letzten halben Stunde, dreiviertel Stunde wird da drin entschieden. Also die letzte... Ich gehe mal... Wann müssen die spätestens, äh, nee, wann können die frühestens, äh, zuletzt in die Box? Bei fünf, fünfzig Minuten, irgend sowas, ne? Ja, ja. Dann fährst du durch, ne? Ja, und da wird es sich halt zeigen. Ich meine, wer jetzt, weiß ich nicht, ähm, im vorletzten Stopp, ähm, dann so fahren kann, dass er, was weiß ich, äh, erst 20 Minuten vor Schluss nochmal rein muss, der holt sich halt wirklich nur noch ein bisschen Sprit und fährt durch. Ja. Und das sind dann die, die den Vorteil haben. Wobei ich das ja immer noch nicht verstehe, wie die mit so viel Kilo da vorne rumgucken. Ja. Also das ist schon sensationell, ja. Ja. Ja, Sebastian aber auch, also... Ja, ja, Sebastian ist überhaupt nicht die Frage, also, ne? Wobei er sagte, das ist viel am Setup, also, er muss wohl wieder, äh, morgens, mittags, abends am Setup gebaut haben. Ja. Und bräuchten wir auch. Ja, ich weiß. Wir würfeln ja immer, welche Fehlereinstellungen wir nehmen. Eins für sechs, ja, würfeln wir, alles klar. Ja. Ah, ja. Ja, haben wir, haben wir keine Zeit für, wir... Ich hatte auch immer in der GTA Racing League, hatte ich immer fantastische Setups. Alle sind super schnell damit gewesen, nur ich nicht. Ich kenn das. Ich hab sogar noch den Ordner, kannst du... Obst, hier, guck dir's an. Da bremsen die sich runter. Weil hier die beiden, äh, Führenden darunter vorbeikommen. Also, die haben da echt den Überblick. Das ist übrigens das Duell um Platz 1, was wir hier sehen. Und den momentanen Platz 1. Das ist ja gut für uns, weil dann nehmen sie sich ein bisschen Zeit. Ich habe, äh, tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob du dich entsinnen kannst. Wir hatten ja mal, äh, eine Saison, wo die führenden, die Rennsieger, die ersten drei Platzierten, alle ihre Setups abgeben mussten. Ja, ja, richtig. Kannst du dann auch schon sehen? Den Ordner hab ich noch. Echt? Hab ich noch, ja, ja. Hab ich neulich erst gefunden und dachte, ach, guck mal. Ja, schade, dass man so wenig damit anfangen kann. Aber ich hab den ganzen Krempel noch. Ich hab noch alle Rennresultate, VCRs, äh, ich hab noch alles. Hast du auch noch, äh, ähm, verrückte Weihnachtsmann-Videos von damals? Ja, ja, das haben wir auch noch. Wir haben auch noch ein paar andere Videos da von, von, von Tom. Die waren ja schon geil, muss man ja schon sagen. Äh, ganz ehrlich, ähm, ich mein, wir haben uns ja irgendwie so ein bisschen in die Haare gekriegt damals. Mittlerweile verstehen wir uns wieder recht gut. Wir haben uns sogar gegenseitig besucht schon, letztes Jahr. Ähm, wäre der damals dabei geblieben, hätten wir heute ein komplett anderes Simracing. Das war der innovativste, äh, äh, Typ, den wir, den ich je hab kennengelernt. Also jetzt mal, Achim Endenbach hat's mal vielleicht ausgenommen, aber Achim ist ja nicht so, äh, in der Organisation von Rennseem, sondern der, der bastelt halt irgendwas drumrum. Aber der Tom war wirklich absolut, also allein schon, wie viel Zeit er sich damals genommen hat für dieses Video, äh, wo die, äh, Autos als Gitter, als Gittermodell losfuhren und dann so langsam texturiert wurden. Da weiß ich noch, da hat er sich extra die 3D-Modelle extrahieren lassen und, und, und. Da hat er wirklich gemacht und getan. Also unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Oder diese, diese 3D-animierten Männchen da von den Nachrichtensendungen und was er da alles gemacht hat. Also, das war wirklich, ähm, ja, wenn das damals nicht gewesen wäre, das war der erste, den ich in meinen Organisationen hatte, der richtig, richtig Ahnung von irgendwas hatte. Äh, und, ähm, ja, das war sehr schade. Ja, richtig. Das wär jetzt schon geil, so ne Kommentation nach, äh, nach dem Rennen, vor dem Rennen. Er hatte schon geile Ideen, also muss man schon sagen. Ja. Ich mein, die ersten Simrace-TV, äh, Übertragungen waren ja halb live. Das heißt, der hat in der, ne, bei diesen 12-Stunden-Rennen, was wir da ins Bar gefahren sind, hat er in den, in seinen Fahrpausen die VCRs zusammengeschnitten und hat ein Video davon geschnitten und das war auch noch richtig geil mit geilen Effekten und, und, und. Und hatte das dann auch noch hochgeladen und man konnte sich's angucken, bis er wieder fuhr. Also, wir hatten, glaube ich, 4 Videos von dem, von dem, von dem Rennen. Ich hab die auch, die hab ich auch noch irgendwo. Also, echt Hammer. So, was ist jetzt hier mit Ronny Hähnel? Ja, die sollen sich da mal schön, äh, noch ein bisschen bekriegen, weil Stefan kommt mit großen Schritten näher. 2 Sekunden letzte Runde. Ja. Ja. Naja, bekriegen ist was anderes, also. Aber kostet sie Zeit, ne? Scheint so, also sie fahren beide 2, 3er-Zeiten. Aber Stefan ist ja jetzt auch gerade erst aus der Box raus, also ist der frische Reifen. Und das könnte unser Vorteil sein. Naja. Eventuell, aber... Eventuell. Es sind noch 3 Stunden. So, RSR, hier auf Platz 4, die sollte man auch niemals außer Acht lassen. Sind zwar jetzt erst mal, ja, ungefähr 30 Sekunden hinter euch. Ja, 48. Aber... Ja, die geht eine Runde vor uns in die Box, also... Ja. Na ja, ihr seid jetzt ausgeglichen, also... Habt beide 10 Boxen-Stops. So, ich geh mal wieder runter zu den Jungs, ja. Alles klar, Michael. Ich wünsche euch noch. Ja, äh... Darf ich nicht verraten. Ja, wir müssen gucken. Wir gucken uns das Ganze erst mal an. Wir wissen noch nicht so ganz, wie sich das ausgeht jetzt mit Stefan's Stints. Und kann sein, dass ich dann noch ein Stint fahre, aber das... Äh... Entscheidend war kurz vor Schluss. Ja. Ja, nicht, dass er fällt, der sagt, ne, guck mal, ist da... Knopf. Nö, nö. Nö, nö. Ich hab Stefan auch gesagt, also so ein Disconnect-Risiko geben wir definitiv nicht ein. Ja. Sollte wirklich nur noch eine halbe Stunde Rest bleiben und dann soll er noch eine halbe Stunde dranhängen. Ja. Es ist, äh... Denk ich besser. Ja, definitiv. Also... Hat ja lange genug auf seiner neuen Couch gelegen, ne, also... Ja, na, dann... Ja, mich ja, dann schöne Grüße da hoch und, äh, viel Glück, ne? Allt klar. Jupp, ciao. Ciao. So. So. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Neuigkeit, dass Alex Lang hier wieder irgendwie ins Lenkrad greifen will, die... macht mir doch sehr viel Freude. Alex war mein erster Co-Kommentator bei Simmerist TV. Da haben wir damals noch in der GTA Racing League haben wir dann die ersten Streams übertragen. nach grauenhaften Qualität, aber sehr geil kommentiert. Das war wirklich grandios und, ähm, ähm, ja, also wenn der hier wieder mit dabei ist, also das wird mit Sicherheit lustig. Sehr, sehr lustig. So. Ich freue mich eigentlich schon drauf, wenn, äh, Dave Dinner mitfährt und dann, ähm, also, wie gesagt, wir wohnen eigentlich, also er wohnt in Zinovitz. Wie kennst du ihn persönlich? Ähm, nee, wir hatten es noch nicht geschafft, uns mit persönlich zu treffen, aber ich wohne vor der Insel Usedom, so gesehen, ein Ort davor, und er wohnt auf der Insel Usedom. Und, ähm, ja, wie mich ja schon mal heute nach, frühen Nachmittag im ersten Interview gesagt hat, ähm, Strom und Dave, das sind so zwei Sachen, ja. Das wissen wir ja noch aus 2009. Nee, aber gut, ähm, ja, ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass ihr weder vom Alter noch vom Äußeren her zusammenpasst. Von der Körpergröße her, von der Körpergröße passt zwar, aber... Also ich bin 1,90. Ja, ja, äh, aber... Ich glaube, er ist doch jetzt so alt wie ich, kann das sein? Das mindestens, und, äh, er ist, äh, ein recht, ähm, muskulöser Mensch, das muss man mal sagen. Ja, das weiß ich, das habe ich schon auf Fotos gesehen, ja. Ich glaube, er leitet auch ein Hotel. Ja, ja, genau. So, Carsten Willhelm hier versucht alles, genauso wie Jörg Vogel. Momentan beide Teams der GLXF, also Team 1 und 3 auf Platz 5 und 6 gelegen, versuchen hier irgendwie nach vorne zu kommen. Und, äh, ja, wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Ähm. Ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Marcel noch ein bisschen mehr Zeit hat heute, aber scheinbar klappt das bei ihm auch nicht so richtig. So, um 10 müssen wir den nächsten Break machen. Halb 8, den habe ich nicht vergessen. Ja. So, haben wir denn irgendwo noch ein bisschen... Oh ja, oh ja, ich glaube, wir sollten mal wieder ganz nach vorne gehen. Ähm. Naja, gut. Also, momentan findet Daniel Faber nicht wirklich ein Rezept gegen... Entschuldigung, gegen Ronny Hähnel. Und kommt jetzt auch in die Box. So, und da ist jetzt natürlich die Frage... Bleibt er im Auto, oder... Wer hat denn eine andere Fahrer weiter? Ich sehe gerade, DP Racing ist auch in der Box. Genau, die stehen davor. Tja, und was kann RSR hier noch reißen? Das ist die große Frage. Die fahren jetzt sicher auf Platz 4. Mit... Ja gut, der Abstand jetzt zu Marius... Ja, Baris Bert ist ins Auto eingestiegen. Ja, mit ungefähr einer Minute Rückstand. Ne, stimmt nicht, weil die sind ja jetzt noch in der Box. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Wie weit die da noch ran fahren. Wir gucken mal, Marius Bert müsste jetzt wieder auf der Strecke sein. Genau, ist er. Ja, und RSR ist dran. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob er... Ja, wenn er die noch warmen Reifen nutzen kann, dann... Ja, dann müsste das jetzt in der nächsten halben Runde passieren. Aber ich bezweifle mal, ob er da... Dass er da an Bert vorbeikommt. Also, dass das über die ersten vier Positionen so eng, so lange so eng zur Sache geht, hätte ich nicht gedacht. Ich wäre schon davon ausgegangen, dass wir vielleicht eine knappe Entscheidung um Platz 1 oder um Platz 2 oder um Platz 3 bekommen. Aber dass wir jetzt auf den ersten vier Positionen hier überhaupt noch nichts sagen können, das ist natürlich jetzt die große Frage. Stefan Karnitz fährt momentan um eine Sekunde schneller als Bastian Röhn, also Allstar Independence. Das haben wir auch schon anders gesehen. Und ist auch schneller als RSR, also Pirani mit, ja, fast 2 Minuten 3, aber auch Sebastian Röth fährt 2 Minuten 3. Müssen wir mal ein bisschen einen Blick drauf haben. Aber auch Philipp Nölle ist wieder mal nur knapp hinter Matthias Weber. Also, zweieinhalb Sekunden, also das haben wir schon alles irgendwie im Blick. Robin Hasse, dreieinhalb Sekunden hinter Jörg Vogel. Wir haben hier überall noch wirklich knappe Geschichten. Das engste ist hier aber momentan, sind die beiden hier, RSR und 3Ride Motorsport. Ja, Daniel Schüch kriegt jetzt schon eine blaue Flagge. Wahrscheinlich kriegt er gleich zwei. Ne, das ist doch noch... Was? Der Pfiff Borchers ist das doch... Genau, der kriegt jetzt eine blaue Flagge. Also, das ist sicherlich, ähm... Jo, boah, hammerhart, was der Borchers jetzt hier macht. Das wäre nicht nötig gewesen, tatsächlich. Auf dir aber, schön, dass er es trotzdem macht. Oder, ja. Also, das wäre nicht nötig gewesen. So, letzte Runde für Stefan Kahnitz, 2,020, 7,8. Sebastian Rohröhn, 2,029. Also, neun Zehntel Unterschied. Ja, wir werden sehen, ob das die Rechnung aufgeht, die uns, äh... Micha Reiter hier angekündigt hat, dass sie hier noch, ja, wieder ranfahren. Im Prinzip einen Boxenstopp, den sie mehr haben, Differenz zufahren können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das aufgeht. Die Frage ist halt wirklich, wann kommen die zum Stoppen? Wie weit sind die mit ihrer Strategie von den anderen entfernt? Und wie geht's dann, wie geht das sich dann zum Ende hin aus? Auf der anderen Seite wollen wir das natürlich auch alles ein bisschen noch gespannt halten hier, äh, unter Spannung halten. Also, kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier einfach so, ja, erzählen. Äh, wir haben jedenfalls noch 2 Stunden 44 zu fahren. Also, das ist jetzt hier so ein mittleres Warm-up. Ähm, ja. Ja, für die Piloten dieser Rennserie. Ah, hallo Peter. Hallo Lutz, hallo Christoph. Ja, Christoph ist komplett gemutet, sehe ich gerade. Christoph ist gemutet, ja, der, der hört und sieht nichts. Die beiden wichtigsten Menschen, ähm, in der R-Faktor-Szene. Ja, genau, genau, die bekannteste, ja, genau, ja, nur ein Quatsch. Der eine kann jeden Morgen nach Dänemark gucken, der andere hat einen, äh, Lambruch bei der Tür. Ja, genau. Nee, ist ne, McLaren. Äh, war ein McLaren, also war von hinten aus Wienerburg. Ja, 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 nee, nee, war ein McLaren. Stand auch hinten groß drauf. Genau. Ja. Nicht jeder kann diesen. Christoph liegt nach Dänemark, sondern eher nach Schweden gucken. Also, wenn, ich glaube, ich hab's näher nach Dänemark. Nee, Dänemark. Hm? Nee, Dänemark. Ja, ja, Christoph ist in Dänemark. Äh, ist an der Ostsee. Das heißt, der muss Dänemark da erstmal quer rüber. Bei mir sind das irgendwie 150 Kilometer. Ich glaube, da hat er ein bisschen mehr. Aber egal. Ist wurscht. Ja. Ähm, ich weiß jedenfalls, was du meintest. So, jetzt ist hier bei euch natürlich ein bisschen Rundumschlag angesagt. Ähm. Kriegen wir das Team 2 noch aus den Top 10 raus, äh, in die Top 10 rein? Ja, müssen wir mal schauen. Es ist eigentlich, ähm, momentan haben wir uns mit der Situation abgefunden. Ist ja viel passiert. Auch mit uns ist viel passiert. Und, äh, mittlerweile die Stimmung steigt wieder. Ja. Äh, es wird viel gelacht im Channel. Also, es wird auch nicht mehr unterschieden, ob da einer fährt oder nicht. Weil das nehmen wir alles locker mit. Ähm, Carsten und, ähm, Jörg, die sind da eigentlich chemisch gereinigt. Die stört das auch nicht. Ja. Und, ähm, es sieht jetzt so aus, dass, ähm, wenn der Carsten an die Box kommt, das dauert jetzt nicht mehr lange, dann übernimmt der Max. Max Megamit. Und, ähm, wird dann bis zum Ende durchfahren. Und, ähm, auf dem Auto vom Jörg Vogel und vom Daniel Hake, ähm, wird, ähm, die sind ein bisschen fertig, wird der, äh, wird der Jörg Langen übernehmen. Mhm. Okay. Der Alex ist heute nicht dabei. Äh, nein, der Alex ist heute nicht dabei. Das war immer die Frage. Ich glaube, der muss arbeiten. Ähm, Daniel hatte das im Vorfeld nochmal, ähm, abgekehrt mit dem Alex. Der wusste es noch nicht genau und da er dann auch nicht viel trainieren konnte, ähm, Ja. Haben wir uns dann, ist es, ist, äh, fahren wir besser so. Ja, nee. Ich gehe aber davon aus, dass der auf der Nordschleife, ähm, wieder einsteigt. Ja. Da gehe ich mal ganz schwer davon aus. Ja, großartig. Also, wie gesagt, äh, alles ein bisschen hin und her und, äh, ja, den ein oder anderen Rückschlag hingenommen. Äh, sagen wir mal so, wenn man die, die, äh, Unsicherheiten, was die, was die, äh, Position eines, äh, ja, momentan ist es ja scheinbar entscheidend, wo man ausfällt oder wo man Escape drückt, wenn man das in den Griff kriegt, ist es die bessere Alternative, ohne zusätzliche Strafe zu fahren oder war das mit den, ah, jetzt kommt dann die Box, der Carsten? Ja, aber war das, war das mit den, mit den zusätzlichen Zeitstrafen insgesamt die bessere Lösung? Wir haben das eben mal andiskutiert, ähm, die Meinung ging eigentlich wieder dahin zurück, ähm, auf die zusätzlichen Zeitstrafen, weil das ist, ähm, es ist relativ unübersichtlich, es öffnet auch, ähm, gewissen Sachen Tür und Tor, ähm, ohne hier irgendjemandem etwas unterstellen zu wollen, aber wenn man da mal genau drüber nachdenkt, dann kommt man sehr schnell auf, ähm, mehrere Möglichkeiten, die man hier einsetzen kann. Wir haben einen Vorfall, der muss wirklich genau geprüft werden. Einen Vorfall, der ist sehr, sehr seltsam gewesen, ja. Ja, und, ähm, das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Die Frage ist, ähm, wie lange setzt man die, ähm, Zeitstrafen an? Es muss definitiv minimum eine Runde sein, weil ich glaube, ansonsten, ähm, gibt es Sachen wie die, die wir heute gesehen haben, dass, ähm, du gibst entweder eine Runde drauf oder ziehst eine ab, ist das aber nicht ganz eine Runde, dann hast du schon ein Problem und musst hinterher auswerten. Ja. Also die Strafe muss definitiv, ich sag mal, eine Runde sein oder so. Die muss ja nicht jetzt hier, ähm, zehn Minuten oder, oder, oder acht Minuten oder irgend so was, ähm, da reicht eine Runde. Ich glaube, dann bei einem Disconnect ist so ein Team dann genug bestraft. Ja, ja, das Problem ist tatsächlich, ähm, also wenn man, wenn man jetzt, ähm, einfach, also die zusätzlichen Zeitstrafen weglassen würde und sicherstellen könnte, dass jedes Escape, jeder Disconnect, äh, eine Runde zurück bedeutet, ohne dass das zurückgegeben wird. Ähm, dann sollte das eigentlich in Ordnung gehen. Ich denke, da kann auch jeder mit leben und, äh, man muss sich das auch mal andersrum vorstellen, was wir, oder was du jetzt hier hast, ähm, an, vor allen Dingen an nachträglicher Auswertung. Das ist ja fast, ähm, mit einer Manpower überhaupt nicht zu stemmen. Ja, ja. Da ist ja eine Datenvielfalt und eine Datenflut, die du da zu sicht, oder die man da zu sichten hat, ähm, das ist ja der Wahnsinn. Ja, richtig. Ja, gut, wie gesagt, das ist halt, ähm, mir ging's halt wirklich drum, dass die, dass die, ähm, die Disconnects sich, ich sag mal, wenn man, wenn man fünf Spitzenteams hat und wir haben ja sogar noch ein paar mehr, ähm, und, äh, eins davon erleidet einen Disconnect, dann ist das, war's das Ende. Das fahren die nicht wieder raus, auch nicht über 24 Stunden. Und, gegenüber den anderen Spitzenteams, weil das ist so eng von der Leistungspflichte, dass die Motivation dieser Teams im Prinzip, wenn sie um den Sieg fahren, hinüber ist. So, es ist allerdings auch bei den kleineren Teams, oder bei den langsameren Teams, muss man mal sagen, äh, ist es ähnlich, auch deren Motivation leidet mit jedem Disconnect. Wir haben hier ein paar absolut, äh, wie du sagtest, chemisch gereinigte dabei, wie unsere neuen Freunde hier aus Holland. Ja, finde ich ganz toll. Also, ich hab das auch eben im Interview mitbekommen, wir haben herzabgegacht und, ähm, als ich dann gehört hab, 15 Runden mit dem, äh, mit dem, mit dem Set, also, äh, mal zur Info, ich hoffe, jemand von den Kollegen hört zu, ähm, wir fahren, ähm, 24 Runden und das Zauberwort heißt, ähm, MP1. So, das ist mal ganz einfach. Die haben nicht genügend Sprit im Tank am Anfang. Die haben ihr Setup so eingestellt, äh, die haben nicht genügend Sprit, die fahren drei Runden, dann kommen sie in die Box und tanken nach und dann fahren sie. Okay. Äh, äh, so. Ja. Ne, ist aber, ist aber wurscht. Also, wie gesagt, äh, auch für diese Teams, äh, gut, das sind jetzt Ausnahmeteams, äh, genauso wie Satellite Racing am Anfang, ähm, die haben es ja mittlerweile auch hingekriegt, äh, die ja auch sich mit Unmengen von Boxenstops durchgebissen haben, die permanent, äh, mit sichtbaren Autos gejoint sind und, und, und. Aber trotzdem haben die sich durchgebissen, so, und, ähm, nichtsdestotrotz muss es irgendwo auch mal ein kleines Erfolgserlebnis geben und, äh, wenn man halt permanent, äh, durch diese, diese R-Faktor-Probleme, die es ja letztlich sind, ähm, immer wieder zurückgeworfen und immer wieder zurück in einer Meisterschaft, wir sind ja bisher immer nur Single-Events gefahren, da wusste man, okay, man bereitet sich jetzt sechs oder acht Wochen da auf so ein Event vor und wenn es scheiße läuft, dann ist man draußen. Das ist, das ist aber schlimmer. Jaja, das ist, ist, insgesamt ist es schlimmer, aber es war immer nur ein Event. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten eine Rennserie auf diesem Niveau, also ohne das Plugin, würde ja keine Sau mitfahren. Nein, äh, natürlich nicht, weil, ähm, weil, das, das guckt man sich dann zwei-, dreimal an. Genau, und dann hört man auf. Und dann ist, dann sagt man, ist gut, also das reicht jetzt, weil da wird ja so viel Zeit investiert und, ähm, das... Und jetzt, jetzt hat man halt, ähm, jetzt hier halt das Problem, dass wenn man jetzt hier die Möglichkeit hat, auf alle Fälle zu Ende zu fahren, dann möchte man natürlich auch so gut wie möglich ins Ziel kommen oder so gut positioniert wie möglich ins Ziel kommen und das ist dann halt die Kehrseite des Plugins. Das heißt, wenn man ein oder zwei Probleme hatte im Rennen, die Zeitstrafe, die wir bisher hatten, draufgekriegt hat, war das Ding gegessen. Dann konnte man noch Schadensbegrenzung betreiben, weil es gibt ja Punkte, äh, bis Platz 30, dass man sagt, okay, wir versuchen auf alle Fälle noch so viele Punkte wie möglich mitzunehmen oder wir machen halt unser Streichergebnis, was auch immer, aber es gibt halt nur ein Streichergebnis und so setzt sich das dann fort und wir haben es ja gesehen, Allstar mit dem vielen Pech, die haben zwei Rennen aufgegeben oder drei sogar, ähm, wir hatten einige Teams, die gesagt haben, nee, das hat keinen Sinn mehr und, ähm, dem wollte ich eigentlich, äh, damit Vorschub leisten, dass man hier, und wie gesagt, bis auf eine Ausnahme sind alle Vorfälle erklärbar, also nachrechenbar, relativ einfach sogar im Gegensatz zuvorher, äh, wenn man sich nicht die Notizen macht, also einen Vorfall haben wir tatsächlich, da weiß ich echt nicht, was da, äh, ob das nachzuweisen ist oder nicht, oder ob das überhaupt so war, aber im Großen und Ganzen die Geschichten, ob das Marius Bett war, ob das bei Daniel Hake war oder wer auch immer, da waren ja etliche, die das getroffen hat. Ja, wir haben es zweimal, wir haben es zweimal gehabt und, und, äh, also im Prinzip zweimal in die Box und, 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 richtig, richtig. Dann der Fahrer, dann der Fahrerwechsel noch. Ja, also das kann man alles irgendwie nachvollziehen, das, das lässt sich errechnen, das ist auch relativ, also im Gegensatz zur Nordschleife, was wir da in der Arbeit hatten, äh, ist das noch relativ einfach zu machen, aber wie gesagt, mir geht es halt wirklich darum, wenn wir auf der Nordschleife eine Runde verlieren, ist das im Prinzip auch das Aus, ne, und da ging hier das Drama los, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nur das, was bis zum Ziel fehlt, berechnet haben und damit haben wir uns ja richtig die Karten gelegt und, äh, von daher muss es einfach eine Akzeptanz dann geben auf der Nordschleife, wenn es ein Disconnect gibt, ist die Runde weg. Ähm, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich in dem Fall genauso, ähm, ich sag mal, Nordschleife ist Anreiz genug für jedes Team eigentlich, ähm, daran teilzunehmen und, ähm, ähm, ich sag mal, auch wenn man das hier sieht heute, ähm, du hast eben gesagt, Disconnect, ähm, ich sag dazu, ähm, ein Disconnect kommt selten allein. Ja. So, und, äh, egal ob Top-Team oder nicht, egal, wen es da erwischt, ähm, es kann jeden erwischen und, ähm, ich sag mal, ähm, hat halt eben eines der Top-Teams ein Disconnect oder irgendein anderes Team, es ist vollkommen egal eigentlich, ob das ein Top-Team ist oder nicht, ähm, und fällt dadurch zurück, dann ist das erst mal so. Aber, ich sag mal, ähm, das Hoffen auf einen weiteren Disconnect, das sollte man natürlich keinem gönnen, aber hoffen muss man da drauf. Also, so braun muss man dann auch schon sein und sagen, okay, wir fahren jetzt hier weiter, dass es uns passiert, aber das kann ja jedem anderen auch passieren. So, und, ähm, richtig. Dann gleicht sich die Sache, ähm, eigentlich auch wieder so ein bisschen aus. Es ist immer noch besser, wie gesagt, als in einer Rennsession zu fahren, wo, ähm, wo es halt eben kein Zurück mehr gibt und, ähm, das ist dann ein Sudden Death und der ist meistens bitterer als, äh, als sowas hier. Ja, genau. Ja gut, wir werden sehen und, ähm, ich hoffe, wir haben hier noch ein bisschen Spaß miteinander und, ähm, wir haben, glaube, ganz, ganz viel gelernt in dieser Saison, was geht und was nicht geht. Wir werden für die, für die neue Saison ein deutlich verfeinertes Regelwerk haben, äh, mit vielen Details, die da sich einfach aus dieser Saison ergeben, was man ändern muss oder was man ändern kann, was man vor allem zum Positiven ändern kann und ich denke mal, äh, das war der Sinn dieser, dieser Saison und das ist gut gelaufen und wir haben, gut, wir hatten am Anfang 44, äh, Fahrzeuge hier, ähm, mittlerweile hat sich's eingepillt und handelt auf 27 bis 30 Autos pro Crit und ich muss sagen, ich bin eigentlich halt froh, dass es so ist, weil es ist richtig gut überschaubar, es ist eine völlig ausreichende Crit, man hat keine übermäßige Last auf seinem PC, auch nicht auf dem Server oder sonst war, es ist wirklich, ähm, optimale, äh, Crit, um solche Rennen veranstalten zu können und, ähm, ja, also da muss man sich schon fast überlegen, ob man die nächste Saison nicht tatsächlich sogar auf so eine Anzahl begrenzt, nur dann haben wir natürlich wieder das Problem, dass dann vielleicht nur noch 20 rumfahren und, ähm, ja, man sollte es auf jeden Fall zugassen und, ähm, das ist wie in jeder anderen Rennserie auch, wenn ich das bei uns in der Formel 1 sehe, ähm, das Feld ist am Anfang voll und es reduziert sich immer über das Jahr, das ist ganz normal. Ähm, und, äh, das ist auch überhaupt nicht schlimm, also ich kann für uns sagen, bis hierhin, es hat, ähm, auf jeden Fall Spaß gemacht und, ähm, das war, ich sag mal, dadurch, dass man wieder rejoinen kann und, ähm, die ganzen Sachen halt eben auch zur Verfügung stehen, auch wenn sie nicht immer perfekt laufen, äh, das war das richtig gut. Äh, Lutz, wir kriegen den Fahrerwechsel nicht mehr hin, ich kriege keinen, keinen Fahrer auf mein Auto, kann ich Escape drücken, dass der andere den neu joint, der andere Fahrer? Ja, das wirst du müssen. Wenn du jetzt Escape drückst, fliegst du runter. Ja. Du wirst automatisch gekickt und dann, ähm, muss der andere aufjoinen. Ja, wir hatten das, wir hatten das auch, Stefan. Ja, gut. Das ist leider ein Erfaktor-Problem, wie wir es schon immer hatten. Dann soll sich einer bereit halten und dann, wenn du direkt über Start-Ziel bist, Escape drücken Ich stehe jetzt schon eine Minute in der Box, weil ich dachte... Ach du Scheiße. Ne, 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 runter, da soll sofort einer in die Lobby gehen und, äh, soll joinen, der kann auch direkt wieder rausfahren. Okay, danke. Ja. Jupp. So. Genau. Carsten ist auch hier. Zweimal. Ja. Naja, jetzt haben wir auch noch, genau, Carsten Fischer, Carsten Willehm, haben wir noch einen Carsten Hoffmann, ich habe schon gesagt, wir haben jede Menge Kästen hier. Ähm. Hallo, hallo. Moin, moin. So, kommen wir erstmal zu Carsten Fischer. Carsten, wie sieht es aus bei dir? Naja, also, ähm, noch nicht viel besser. Also, irgendwie, ähm, ich gebe ja zu, dass ich mich langsam ein bisschen verarscht fühle. Also, man überholt die einen nach dem anderen und permanent kriegt man gesagt, man ist 16. Also, Daniel sagt immer, den musst du überholen, dann überholst du den. Und ich sage, wievielter sind wir denn? Ja, 16. Ich sage, das waren wir doch aber eben schon. Ähm. Ja. Ja, und das zieht sich, das zieht sich so die ganze Zeit hin. Also, ich glaube, ich habe fünf Leute überholt und bin immer noch 16. Ja. Ähm. Aber mittlerweile ist es eigentlich, also, wie gesagt, wir haben ja mordsmäßig Spaß. Wir haben ja leider nochmal, ähm, ein Problem gehabt beim Fahrerwechsel, der Daniel hat das Auto gekriegt und, ähm, wollte gerade losfahren. Und in dem Moment wird das Auto hinter die Box gestellt, irgendwo die Pampa. Ja, ja, ich hab's gehört, ja. Ja. Und, ähm, nichts ging mehr. Ja, gut, ähm, wie gesagt, wie vorhin schon gehabt, man sieht es sportlich. Ja. Ähm, wir versuchen jetzt hier noch, ähm, soweit wie möglich nach vorne zu kommen, aber... Ja. Ohne den ganzen, äh, Disconnect-Kram haben, könnten wir vielleicht um zehn rumfahren, aber... Naja. Aber die 16 hast du dich doch jetzt sowas von dran gewöhnt. Da brauchst du auch nicht ständig nachfragen, wo du fährst. Du sagst, ganz ehrlich, quatscht mir irgendwo einer auf der Straße nochmal irgendeine Zahl mit 16, also die nächsten, die nächsten zwei Wochen kann er sich gleich die Hacken scharf machen, das kannst du aber wissen. Hahaha. Das gibt's doch wohl gar nicht. Aber ich glaub, ich hab richtig gesehen, mittlerweile ist Daniel 15 oder 14 oder so. Hahaha. Ich guck gerade. Ja, er ist 14, tatsächlich. 14, ja. Ja, das ist nur aufgrund deiner hervorragenden Vorausarbeit zu realisieren gewesen. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich, also ich war jetzt im letzten Stint also mit meinen Zeiten eigentlich zufrieden. Natürlich immer noch nicht das, was die anderen fahren können. Hier so, ähm, der Herr Wilhelm, der hier gerade neben mir im TS abhängt. Ähm, aber wie gesagt, tiefe 202 vollgetankt hab ich noch nie geschafft und das bin ich hier vorhin völlig entspannt gefahren. Ja. Ist okay. Für mich ist erstmal okay. Ja. So, und hier vorne kommt's auch langsam zum Showdown. Zwischen Allstar und Independence. Nur befürchte ich, dass jetzt irgendwann irgendeiner von den beiden in die Box muss. Also die sind jetzt mal gerade noch eine Sekunde getrennt. Ja, kommen wir mal ganz kurz zu Carsten Wilhelm. Carsten, was bitte macht ihr nach dem Boxenstopp, dass ihr da irgendwie von der Strecke in die in die Gase gestellt wirst? Ja, wahrscheinlich hat uns da irgendeiner so ein langes Seil hinten dran gebaut. Und wir werden da automatisch zurückgezogen. Ne, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Es steht auch nichts davon im Block, dass ihr Escape gedrückt hättet, dass ihr in der Garage gewesen wärt. Es wird ganz normal weiter gerechnet. Die Zeit läuft auch ganz normal weiter. Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Ich kann den Vorgang mal eben erklären. Also wie es beim ersten Mal war. Also ich hatte das Auto. Das war der zweite Stint. Carsten ist Start gefahren und ich habe danach übernommen. Ähm, wir fahren Doppelstints und Boxenstopp steht an. Ähm, Max ist vorher eingestiegen. Ohne Probleme. War auch sichtbar. Und, ähm, beim rausfahren bewegt ist die W-Taste bei mir. Ähm, keine Reaktion. So, daraufhin ist, äh, Max wieder aus dem Auto raus. Und, ähm, ich habe gesagt, okay, ich fahre den Stint noch, weil das macht jetzt keinen Sinn. Wir können ja auch nicht auf der Strecke wechseln oder so oder das nochmal probieren. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Äh, das nächste Spiel steht wieder an. Äh, Max will übernehmen. Diesmal wollten wir es über das Menü machen. Ähm, weil vorher ist er drauf gewesen und, ähm, es hieß immer nur, du fährst mit. Aber kein Name, nur mit. Also seitdem heiße ich mit. Mhm. Und, ähm, fühle mich da ganz gut bei. Ja, und, ähm, dann haben wir es, wie gesagt, über das Menü versucht. Ähm, ich konnte den Max auch auswählen. Er war auch eigentlich im Fahrzeug drin. So, und, ähm, aber die Übergabe hat dann natürlich trotzdem nicht geklappt, was eigentlich auch zu erwarten war. Ja. Ne, äh, das, das, äh, was ich meinte war ja diese Situation, wo, äh, der Max einfach von der Strecke in die Box und sofort wieder losfahren konnte. Das hatten wir, glaube ich, mal mit, äh, Allstar in Spar. Die sind ja auch, äh, ich glaube, aus der Urusch raus in die Box geblieben worden. Ja. Oder so, das ist auch, ist ja auch keine Seltenheit. Warum auch immer. Ja, ja, gut, es ist zumindest schon mal vorgekommen und, äh, aber warum, warum, passiert es dann gleich zweimal hintereinander? Nach dem Carsten ist es ja dann auch nochmal passiert. Und, ähm, im selben Auto halt. Und, äh, das, das ist immer irgendwie, ja, das sind R-Faktor-Marken, das wissen wir ganz genau. Ähm, aber, ähm, das ist genau, das ist wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was wir in Detona gesehen haben, aus der Box in die Startaufstellung gestellt. Ja. Und, ähm, da kann auch der Arjen Krause ein Lied von singen, der kennt das auch recht gut. Äh, ja, das sind halt Sachen, da muss man, ähm, ja, da müssen wir jetzt schauen, was wir damit machen. Äh, im Fall von, ähm, ähm, äh, von Max hat es Zeit gekostet, bei Carsten hat es keine Zeit gekostet. Also, ganz seltsam alles. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil Carsten, ja, okay, ähm, die Position sagt, ähm, hat, wir hatten ja vorher eine Position. Und die sagte dann hinterher, ähm, ich glaub, Carsten, wir waren, ähm, noch hinterm Daniel Haken, ne? Ja, ne, davor. Ne, als, äh, als wir wieder rausgekommen sind, waren wir hinter Daniel. Achso, ja, ja. So, und... Ja, der Daniel war dann hinter euch. Dann, tatsächlich. Ja, also, ich hatte das... Vorher wart ihr zweieinhalb Sekunden davor, und nach dem Ding von Daniel wart ihr zweieinhalb Sekunden dahinter. Ne, war der, war der Daniel zweieinhalb Sekunden hinter euch. Und, ähm, das war irgendwie ganz seltsam. Also, das war jetzt das Ding von, von Daniel, äh, wo ich meinte, aber da steht im Log-File, äh, ungefähr hätte 35 Sekunden verloren. Okay. Also, ähm, von der Logik würde ich sagen, ähm, ich hatte das, äh, nach dem ersten Sektor in dem S, ähm, würde ich sagen, dass das halt die Zeit gekostet hat, die ich von Start und Ziel bis dahin halt gebracht habe. Ja, ja. Aber das ist, kann man ja nachherklären, also das ist jetzt auch... Pfff. Das geht's auch. Ziemlich geachtet. Uns geht's gut. Ja, ja, das ist, ist die Hauptsache, und wir müssen halt, äh, rauskriegen, was ist mit den anderen, und, äh, was ist da noch passiert, und, naja, wir werden sehen. Wird, wird wieder ein bisschen, ein bisschen länger dauern, das alles, äh, zurecht zu fummeln. So, geht jetzt hier mein Dings nicht mehr? Doch, eigentlich schon. Und warum kann ich da nicht wechseln? Ah, Ronny Hähnel hat das Auto übernommen. Ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt, wir haben noch zwei Stunden 24 zu fahren. Ah, die werden, glaube ich, nochmal wechseln. Ja, da kann man aber drüber diskutieren, also ich denke mal, wenn die ein bisschen was vorhaben, lassen die den Ronny jetzt auf dem Auto. Zwei Stunden 24 ist keine, ist keine Länge für einen erfahrenen Fahrer. Es ist Samstag. Es ist Samstag. Und Ronny ist in einem Alter, wo man Samstag keine Rennen fährt. Heute nicht, sagt Manuel. Ah, okay, alles klar. Ja. Nee, für die geht's um einen Gesamtsieg, das ist doch ganz klar. Ja, so, und ich sag mal, wenn die hier heute Podium machen, oder ich sag mal, von Gewinnen wollen wir mal gar nicht reden, aber wenn die hier P2 machen, dann sind die durch. Das ist... Nee, sind sie nicht. Sind sie tatsächlich nicht. Ja, das war hypothetisch. Aber wenn sie auf der Nordschleife losen, dann haben sie zwei schlechte Ergebnisse, während Witchwood dann nur eins hat. Witchwood hat momentan, in der Gesamtpunktzahl liegen sie deutlich vorne. Nur mit dem Streichergebnis sind sie hinter Independence. Weil Independence in Daytona ja so ein grottenschlechtes Ergebnis eingefahren hat. Und wenn sie jetzt auf der Nordschleife müssen, sie würden jetzt hier die Kilos bekommen, haben jetzt 60. Lass sie auf Platz zwei reinkommen, kriegen sie nochmal 30 Kilo und dann mit 90 Kilo auf die Nordschleife. Ähm, das wird mehr als ein Stück Arbeit. Und, äh, ja, Witchwood baut heute wieder Gewicht ab. Äh, das heißt, da sind die Dinge wieder umgekehrt zu heute. Und, ähm, da haben wir ja gesehen, ähm, Independence ist mit 60 Kilo in, äh, in Eastern Creek auf, äh, aufs Podium gefallen. Witchwood mit 60 Kilo in Daytona Vierter geworden. Also, ähm, da muss man, äh, das ist noch nicht gegessen. Das ist wirklich, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, äh, die, euer Team 1 und, äh, 3wide und auch die RML und RSR haben noch theoretische Chancen. Also, das ist alles noch sehr, sehr schwierig. Theoretische Chancen, ja. Also, aber ich geh mal fast davon aus, die beiden, ähm, sind so erfahren und dann mit den zwei neuen Leuten, ähm, das wird eigentlich funktionieren. Also, ich geh davon aus... Die Vorzeichen stehen besser als bei allen anderen, das ist richtig. Das ist so. Ja, aber wie gesagt, sicher ist was ganz anderes. So, jetzt kommt Sebastian, äh, Quatsch, ja, Ronny Hähne fährt jetzt auf Marcus Berth auf. Und, ähm, Stefan Karnitz hat jetzt die 56 Sekunden Vorsprung, knappe Minute Vorsprung auf, ähm, auf Independence, die sie rausfahren mussten. Ja, wollen wir mal schauen, was dann noch geht. Allerdings ist jetzt natürlich Ronny dran und Karnitz fährt jetzt zwei Dreierzeiten. Und Ronny ist jetzt mit zwei Einserzeiten unterwegs. Ja, Karnitz ist aber dann auch kurz vorm Stopp. Naja. Richtig. Vielleicht geht das ja auch, was, äh, Michael Reiter eben sagte, ähm, mit dieser Strategie. Also, ich halte die für gar nicht so schlecht. Also, das, ähm, das könnte funktionieren. Ja. Haben jetzt noch nicht gerechnet, aber das sieht gar nicht so schlecht aus für die Jungs. So, und Ronny geht vorbei. Ein Marius Berth. Und macht das hier auch sehr clever. Oh. Was war das jetzt? Kleiner Leck. Ich hoffe doch mal, dass alle hier diese, diese Einstellung in der PLR gemacht haben mit dem Anleuchten der Fahrzeuge. Max Headlights. Ja. Ne, nicht die Max Headlights. Die, äh... Headlights on Cars. Headlights on Cars, ja, natürlich. Ja, genau. Also, das sollte man eigentlich, äh, ist ja im Grundvoraussetzung um in der Nacht zu fahren. Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weil es gibt ja mittlerweile mit diesen Autos, mit dieser ehemaligen Sandrox-Mod eine weitere, äh, Mod, die sich ja dann richtig Blancpain-Serie nennt. Und das habe ich mir angeguckt, äh, da sind wieder differente Physiks drin. Ähm, die VR fährt das. Ähm, aber die haben alle genau diese Probleme mit den Lichtern. Ähm, Carsten, eben wurde was angesprochen mit den Rückspiegeln. Ähm, kannst du das mal genauer erklären? Da gab's jetzt glaube ich auch in der Nacht irgendwelche Probleme. Ähm, Spiegel? Rückspiegel. Irgendwer sagte doch eben, ähm, es wären weiße Kästen nach hinten zu sehen oder so. Ja, ja, das ist ein Grafikkack. Ja, okay. Das muss irgendwas mit dem Dialflix zu tun haben, weil, äh, die Jungs auf der, im englischen Stream haben das mit den Headlights. Wenn die den Autos zuschauen mit der TV-Cam haben die da so weiße Kästen an den Scheinwerfern. Ich hab das erste Mal gesehen, witzigerweise war das bisher nie, ähm, ich hab das erste Mal gesehen, als ich jetzt hier Silverstone getestet habe, ähm, in der Nacht, äh, da hatte ich das auch. Und, ähm, jetzt hab ich's gerade mal nicht. Also auch hier schon auf dem Rechner, von dem auch gebroadcastet wird, äh, hier ist es jetzt alles gut, aber der Rechner, den die Jungs im englischen Stream haben, der ist identisch. Und, ähm, die haben diese Probleme, hat auch die identischen Einstellungen, also keine Ahnung, woran das liegt. Ich meine, man muss sich mal, ähm, hier eins vor Augen halten, ähm, die Engine, die wir hier benutzen, ist, glaub ich, acht Jahre alt. Mhm. So, dass sowas in der Form überhaupt möglich ist in der heutigen Zeit, ähm, das ist, äh, schon irgendwo mit so einem alten Teil, sag ich mal, ähm, ist es schon fast ein Wunder, dass das alles noch, ähm, ich sag mal, halbwegs funktioniert. Ja, das ist wohl wahr. Aber trotzdem, es gibt nicht, äh, es gibt ja noch keine Alternative, und, ähm, eben ist ja auch über iRacing gesprochen worden, und, wie gesagt, ähm, gibt's nur Tag und Nacht. Und, ähm, insofern, ähm, wäre es gar nicht möglich, so eine Veranstaltung, ähm, wie sie hier läuft, durchzuführen, und, ähm, also... Naja, gut, in die Full Street fahren wir halt 24 Stunden im Hellen, ne? Da gibt's gar keine Nacht. Ähm, okay. Und, ähm, die haben aber, wie gesagt, äh, ja, ich glaube, STRG T oder irgend sowas. Und dann bist du im Prinzip wieder, ohne zu rejoin, wieder mit einem neuen Auto drauf. Und natürlich mit entsprechenden Strafen. Also, äh, ich sag mal, wenn man so einen bunten Mix machen könnte, aus den ganzen Simulationen, glaube, dann hätte man so das Optimum. Aber, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich denke mal, wir fahren noch einige Zeit mit R-Faktor 1, solche Veranstaltungen, bis andere Simulationen auch nur ansatzweise dort sind. Leider ist Live for Speed ein zu, ja, zu nischenbehaftet. Also, das ist leider, ja, die Sounds sind grottenschlecht, äh, die Autos sind auf die Dauer relativ langweilig. Klar ist das alles ganz toll dort, aber, was die, was die, was die Multiplayer-Eigenschaften betrifft. Aber es ist halt nicht so wahnsinnig attraktiv und, naja, da nimmt man dann lieber die, die Widrigkeiten von R-Faktoren in Kauf. Ich meine, die Fahrphysik, die Fahrphysik, die stimmt ja halbwegs und, ähm, das macht ja auch wirklich Spaß. Mir ist es eigentlich persönlich, ähm, vollkommen egal, wie es rechts und links von der Strecke aussieht. Ja, ja. Ähm, das andere muss, ähm, halbwegs stimmen. Das tut halt eben die Physik hier, ähm, es ist vielleicht auch die Macht der Gewohnheit, man kennt sich damit aus und, und, und weiß, was man wie einzustellen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Bammel vor Assetto Corsa, wenn das jetzt rauskommt, man muss im Prinzip, wenn es wirklich eine tolle Simulation oder wenn sie so wird, wie sie versprochen ist, ähm, man muss im Prinzip, man fängt wieder da an, wo man 2005 war. Richtig, das ist komplett Neuland. Da hab ich echt ein bisschen Bammel vor. Also ich glaub, für so einen Scheiß bin ich dann zu alt. Ja, ich schließ mich dir an. Ich werd's mitmachen, ich werd's auch fahren, aber ich sag mal, ähm, du veranstaltest die ganzen Sachen. Ähm, da muss das Fachwissen noch ganz anders aussehen und, äh, und man sich da dann nochmal reinarbeitet in, ich sag mal, so jetzt vorsichtig unserem Alter, ähm, das ist die große Frage. Ja. So, wir machen mal kurzes, kurzen Überblick hier. Ich mein, eigentlich ist es Unsinn, weil ihr seht das fast viel besser, wenn ihr oben die, den Balken beobachtet, wer wo fährt. Aber, gehört nur mal mit dazu. Also Allstar führt momentan, ähm, mit, ja, etwas über 50 Sekunden Vorsprung auf Independence GT2, Platz 3 für Street Ride Motorsports auf der 4 RML, äh, Platz 5 für GAL XF, Platz 6 für RSR, ähm, achso, XF1 auf Platz 5, äh, auf der 7 GAL XF3. Sehr lustig, weil da sind sie nämlich auch gestartet. Äh, Independence Simracer GT3 auf der 8, RML Racing Team 3 auf der 9, Witschwood auf 10, Racing Association 2 auf der 11, auf der 12, äh, GP Racing, GAL XF Racing 2 auf der 13, Platz 14 für die LSF Racer, auf der 15, RML Racing Team 2, RTM Racing auf der 16, auf der 17, haben wir online motorsport.com, auf der 18, Simracing for Holland, 19, Witschwood Cool, äh, Platz 20 für Racing Association, SRC SKS auf der 21, Doc Racing auf der 22, Will Crave nach dem Mörder, äh, langen Disconnect, den sie hier hatten, auf 23 zurückgefallen, die waren, die sind um die Top 10 gefahren. Flatspot Racing, ja, so ein bisschen die stillen Helden des heutigen Tages auf der 24 und leider ausgefallen dann VE Racing, Independence Simracer GT1, Broadcast Team und Lazy Man Racing. Flatspot Racing, und diese Infos bekommt ihr immer live von Simracing for Holland, beziehungsweise SimSync Pro, aber, äh, ja, gut, das ist, mhm. So, gucken wir mal, genau, hier haben wir nämlich jetzt Manuelle, hier am, im dritten Auto, der Independence Simracer, ja, momentan nichts wirklich dicht beieinander, doch, Racing Association ist hier auf eine Sekunde an, äh, Witschwood dran. Weiß ich aber nicht so hundertprozentig, ob Witschwood da nicht gerade erst vorbeigegangen ist, wobei der Matthias Weber da am Steuer ist, also, der kann ja auch ein bisschen was, und Witschwood ist ja mit 80 Kilo momentan richtig gut belegt. Ja, und der Manuel hat's hier auch wieder gut reingebissen, ne, wenn ich mir so die Zeiten hier in der, in der halben Dunkelheit angucke, dann ist der alte Falter ganz schön schnell. Ja, also, ne, äh, witzigerweise, solange er nicht seinen Sohn und den, den Sebastian als Teamkollegen hat, kann der auch fahren. Also zumindest fährt er niedrige Dreierzeiten und, äh, ich sag mal, das fährt Marius Bärten momentan auch. Ja, das muss man so sagen und, ähm, Hut ab vor Manuel, also, der, ich sag mal, auf der Nordschleife haben wir noch, ähm, ein bisschen langsamere Zeiten gesehen, aber ich hatte dann auch mit Sebastian gesprochen und ich sagte, Manuel, ähm, das ist immer eine Frage, wie der trainieren kann und so, und man sieht's dann immer wieder, hier ist eine Strecke und er war ja auch relativ häufig auf dem Server. Und dann sieht man auch, dass der zeitentechnisch natürlich ganz locker mitgehen kann. Also, ich find das toll. Na, jetzt wird's aber doch ernst, weil, da müssen wir da nochmal hin. Jetzt ist er nämlich wirklich dran, der Matthias Weber. So, wer ist jetzt da gerade bei Witchwood im Auto? Der Roman Ivanov. Roman Ivanov, ja. Ist jetzt die Gewichtsfrage, also, ich denke mal, ähm, der Matthias wird das auf der Bremse regeln. Irgendwann, ja. Jetzt hat er erst mal wieder ein bisschen mehr Abstand. Den SS war nicht so ganz glücklich hier eben. Mal gerade auf die Stops gucken. Ja, die haben beide elf, also, ich hatte schon mal so zwischendurch die Befürchtung, dass, äh, Witchwood, ähm, vielleicht, ähm, ein anderes Motorprogramm benutzt, aber da bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher. Äh, die haben jetzt zwar einen Stopp mehr als der Rest, aber das kann auch... Na gut, vielleicht sind sie am Anfang. Der Alex, der hat ziemlich gepusht. Ja. Und, äh, das kann das schon gekostet haben, weil ein höheres Motorprogramm ist ja gleich so viel mehr Sprit, dass du da wahrscheinlich mit drei, vier Stims schon einen Boxenstopp verlierst. Ja, wir reden jetzt hier von, ähm, ich sag mal, drei, zwischen 3,70 und 3,80 bei MP1 und, ähm, wenn ich in MP2 gehe, dann gehe ich also schon locker auf die 4,5. Also 4,3 bis 4,5, je nach Fahrer. Ja. So, jetzt ist er aber hier richtig dran. Wenn er jetzt nicht übermotiviert hier irgendwo was versucht, wo es nicht geht, dann müsste er spätestens auf der Hangar Straight dann... ...in der Lage sein, sich daneben zu setzen. Nee, das ist... Ja, so macht er das genau richtig. Puh, ja. Das... Ja, und schon sind die 10. wieder weg. Ja, er schafft das, schafft das durch die Esse, ähm, ja. Und ist dran auf der Hangar Straight, dann, äh, schließt er das auch positiv ab. So, jetzt kriegt er Windschatten hier und so sollte es funktionieren. Ja, kommt noch ein Feger auf dem Körper zu, der ist dran, also das sollte passen. Ups, ja, da gab's ne Berührung, aber er ist durch. Ich schaue hier immer auf den Stream, aber der ist ein klein bisschen dahinter, was ja auch normal ist. Ja. Was du sagtest, Berührung, ich hab's ja gerade gesehen. Ja, wenn's, wenn der, wenn die Differenz so groß wird, musst du mal refreshen, dann wird's ja wieder etwas kleiner. Also normal ist er, wenn du gerade reinguckst, so bei 3 Sekunden, aber es geht dann auch mal bis 10 Sekunden hoch. Ja, Mensch, der Alex, der hat sich das bestimmt auch ein bisschen erfolgreicher heute vorgestellt. Aber die hatten ja auch wieder, ich sag mal, die kreppte ja auch das Pech wieder ein bisschen an den Füßen und der Alex ist so grundschnell und der Achim Krause ja auch. Also, äh, Thomas Pache mit dabei, das ist eigentlich, ähm, ich sag mal, ein Team, was hier auch jederzeit um den Sieg mitfahren kann, ne? Und, äh... Definitiv, definitiv. Also, wäre ich hundertprozentig, also, Alex Rambo, ich mein, ich kenn ihn ja nur richtig gut. Und seit, seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Und ich weiß ja, was er bei uns zusammenfährt. Und, ähm, der ist halt wirklich, äh, ich weiß nicht, ob das, dieses Format hier nicht so seins ist. Oder, ja, wir haben's ja gestern im Quali gesehen. Da ist er ja dann auch, hat er es ja dann auch gezeigt, dass er es noch kann oder dass es auch hier kann. Ähm, nur muss man dann halt, ähm, ja, im Rennen noch, ich weiß nicht, was er ist. Also, ich weiß nicht, ob er, ob ihm noch so ein bisschen die Einstellung zu diesem Format findet, oder? Der hat die schnellste Rennrunde. Jaja, also, ohne Zweifel. Ohne Frage. Da bin ich, da bin ich hundertprozentig bei dir, aber, ähm, und er ist auch konstant, solange er nicht unter Druck gerät. Aber, es ist halt tatsächlich, ähm, ja, das Pech, was heute dazu kam, wenn, ich sag mal, es war ja auch im Detonor nicht anders. Ne? Da haben sie ja dann irgendwann das Auto abgestellt, ich glaub, nach dem dritten Bisconnect. Ja. Und, äh, wenn sie denn hier, ähm, die werden ganz sicher ums Podium mitgefahren. So, Alex ist aus meiner Sicht, so wie ich das einschätze, also definitiv unter den Top 3 Fahrern hier. Jaja, auf jeden Fall, das, das muss man, das muss man ohne jede Frage sagen, und, äh, vor allen Dingen, äh, ich meine, ich bin ja ein bisschen näher dran, ähm, weil es ist ja eines unserer Fahrzeuge. Ähm, der Alex hat kaum trainiert, so, und bringt dann diese Leistung, das ist, äh, ich sag mal, für mich ist das, äh, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, aber ich bin ja auch ein paar Jahre älter, der Alex kommt aus dem realen Motorsport, ähm, macht dazu der Faktor halt eben auch relativ lange schon. Ähm, für den ist das kein Problem mit so einer Strecke. Nö. So, und die, die, äh, ich kann mich da an einen Punkt erinnern, ähm, ich glaub, ich weiß nicht was, äh, ich glaub, es war Daytona, ähm, da ist der Alex eingestiegen. Ich hab dem zwei Runden erklärt, der hat, der hat das umgesetzt, ich hab gedacht, ich seh nicht richtig. So, und, ähm, wirklich, also von 0 auf 100. Ja. Da gibt's keine Nachfragen, der macht das, so, und, ähm, da gibt's auch keine Korrektur von dem, was man sagt, äh, das kommt dann hinterher. Ooooooh! Das Rewrite ist erstmal vorbei an Allstar. Und die ersten drei sind innerhalb von neuneinhalb Sekunden. Wir haben noch ziemlich genau zwei Stunden, fünf Minuten zu fahren. Leute, Leute, Leute. So, und die Rundenzeiten von Stefan Karnitz mit 2.0.2.3, also die sind gar nicht so schlecht. Das, ich sag mal, die sind so in der Mitte der Stint und das ist ein direkter Zweikampf gewesen, also der Marius Berg macht hier Windschirten. Ja, was macht der jetzt? Das ist zu spät. Das ist zu spät, das schafft er nicht mehr. Er bremst sich hier außen vorbei, aber dann muss er wieder zurückstecken. Das sind beides Autos ohne Kegos, ne? Nee, Marius Bert müsste er haben. Marius Bert hat Gewicht, aber Orza hat kein Gewicht, genau. Nein. Marius Bert hat Gewicht? Wie viele waren die denn in Daytona? Da muss ich jetzt schauen. Ich meine, die haben noch Zusatzgewicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Normal, ich hab's ja hier, glaube ich, noch offen. Äh, 3-Wide, 38 Punkte. Nee, dann haben sie kein... Äh, nee, dann sollten sie kein Gewicht haben. Oh, muss das mal noch mit in die, in die Tabelle mit einbauen. Ja, ich muss wieder aufs Timing umstellen hier. So. Nee, hat kein Gewicht, schreibt er. Also beide unbelastet. Ja, ist schon fantastisch zu sehen. Wenn zwei, die wissen, wie es geht, hier solche Runden drehen. Also hier ist heute absolut fair gefahren worden, ähm, ich hab auch etliche Überrundungen gehabt, ähm, es war lange mal ein Problem in den anderen Rennen, also heute, ähm, entweder deine Ansprache hat geholfen im, im, im Abschlussbriefing heute Morgen, ähm, ich weiß nicht, was es war, auf jeden Fall ging das einmal, ging das einmal frei. Ah, Ridgewood Disconnect. Ridgewood hat ein Disconnect, sorry. Ist rejoined. Und ist jetzt... Ja, noch sind sie Zehnter. Jetzt sind sie Elfter. Der Alex sollte mal losfahren. Wir gucken da mal eben hin. Ja. Da ist er wieder auf der Strecke. Alex Piccolo jetzt wieder am Steuer. Sorry für die Unterbrechung, aber... War jetzt hier eine Erwähnung wert. Ja gut, also wie gesagt, wir hatten am Anfang, so im ersten vier Stints, hatten wir so die ein oder andere, ja, das ein oder andere Manöver, das hätte nicht zwingend sein müssen, aber es ist, war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, um Gottes Willen, haben wir schon andere Sachen gesehen hier. Nein, nein, die fahren ja auch teilweise noch Zweikämpfe, wenn da hinten was Schnelles ankommt und, ähm, ich sag mal, da sollte man dann auch nicht, ähm, Spitz auf Knopf drauf bestehen, dass jetzt alles sofort passiert. Also das kann man auch mit, kann man auch in Ruhe angehen, weil das ist für jeden gleich. Aber grundsätzlich war es heute so, dass das wirklich also perfekt geklappt hat. Der Karlitz, ich dreh frei, was macht denn der hier? Also momentan geht er deutlich, also macht er so viel Druck auf Marius Bert, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Beide fahren jetzt zwei Dreierzeiten, das spült natürlich jetzt wieder Independence in die Karten, weil die fahren jetzt mal eben eine Sekunde schneller. Das ist genau das, was wir vorhin hatten mit Independence und Speedway Motorsport und, äh, Allstar. Äh, dadurch hat's Allstar dann die, äh, über 50 Sekunden ausfahren können. Ja, das ist hammerhart, was die hier abverliefern. Aber er ist wieder zu weit weg. Ja, und das ist ein Duell nach 10 Stunden an der Spitze. Also da sieht man eigentlich mal, wie spannend das hier zugeht und, ähm, das ist schon, äh, schon hammer. Ja, vor allem sind die nur 10 Sekunden hinter dem Führenden. Das ist ja noch der, der Oberbullar. Das heißt, die ersten drei sind innerhalb von 10 Sekunden. So, jetzt ist Karlitz aber auf der besseren Linie. Jetzt nicht mehr. Ja, der hat jetzt, der, der hat jetzt innen die Kurve. Das, das passt. Nee, nee, es passt nicht. Passt nicht. Ich seh's ja ein bisschen früher als hier. Und, jetzt. Nach Start und Ziel, die Kurve gehört wieder Marius Berth. Oh Mann, ist das spannend. Unglaublich. Oh, jetzt hat er sich fast noch selber das Auto weggedreht. Also für Marius Berth war's kein Problem. Kleiner Verbremser von Karlitz, aber sein Heck wurde schon relativ leicht. So, jetzt muss er natürlich überlegen, was er macht, ne? Ich, ich, ich kenne ihn ja nun wirklich schon Ewigkeiten. In Stefan. Und, äh, der kann hier nicht auf Abwarten fahren oder was. Der, wenn er merkt, er ist schneller, dann will er da auch vorbei. Ich frage mich halt, wie's geht, weil Marius Berth ist ja da erstmal ran gefahren. Er ist ja teilweise eine Sekunde schneller pro Runde gefahren. Wo nimmt ja Karlitz jetzt auf einmal die Speed her? Das ist das Adrenalin. Ja, ne? Das ist der psychologische Vorteil, wenn du deinen Gegner direkt vor dir hast. Also jetzt kann ich aus Erfahrung sprechen. Der zweite Sektor macht keinen Spaß, wenn einer direkt davor ist. Man sieht nämlich so gut wie nix. Genau. Also, wir sehen das ja hier, wenn wir hier im Cockpit sind. Das ist ja hier schon schwierig, äh, überhaupt einzuschätzen, wie viel Platz ist eventuell rechts, dass ich da noch hinkomme. Aber jetzt ist er hier, jetzt kriegt er deutlich früher Winschatten. Vielleicht passt, nee, es reicht wieder nicht. Es reicht wieder nicht. Ja, wir sehen's ja jetzt verzögert. Der, äh, Marius Berth müsste ihm dafür innen die Tür aufmachen. Und, ähm, das, ähm, ist ein cleverer Fahrer. Das tut er natürlich nicht. Das, das wird er im Leben nicht tun. Es geht außenrum. Aber man muss deutlich früher, ähm, neben dem anderen sein. Du musst es halt schaffen, ähm, bei dem Daraus... Na, bei dem Daraus folgenden Linksklick innen zu sein dann, ja. Ja, ja. Ja, du musst im Prinzip am Anfang der Geraden, musst du bereits Windschatten haben, um das, um den Überschuss mitnehmen zu können. Boah, und hier passt es wieder nicht. Oh, ho, 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 das ist ja irre. Also ich persönlich... Oh, schau. Ja, jetzt steckst du uns hier an, kriegst du ein paar, kriegst uns da zweiser Ohren. Ja, ich wache heute Morgen auf, kompletter... Oh, Mann, Entschuldigung. Ich sag nur, ich hab den Malleus Bad, vergiss nicht Ja So, da waren wieder unsere holländischen Freunde Aber absolut identisch, guckt euch das an hier Da bewegt sich nichts, kein Millimeter irgendwie Jetzt erst hier beim Anbremsen Hier hat Karnitz wohl einen kleinen Vorteil in den Esses Aber er ist jetzt wieder zu weit weg, es reicht nicht Ich glaub, da kriegt man nach 10 Runden hat man eine Dauerwelle oder so Also das ist echt Zum Haare raufen Hast du noch so viele Haare? Ja klar Ja, ich hätte sie, wenn ich sie mir nicht so kurz schneiden würde Achso, der bitt in die Box ab Ne, ne, der bitt in die Box ab So, ok, Karnitz alleine jetzt Rewrite geht in die Box War natürlich wichtig, den Stefan Karnitz jetzt hinter sich zu halten, weil Der Malleus Bad mit frischen Reifen, denk ich mal Der fährt dann wieder 2 Das ist das, was Kollege Reiter eben gesagt hat. Aber wenn noch zwei Stunden sind, du fährst um die 50 Minuten mit einem Tank? Ja, drei bis vier Stunden. Das reicht ja. Dann hat er das. Na ja, dann müsste er jetzt 20 Minuten noch unterwegs sein. Wenn ihm zehn Minuten auf die Stunde fehlen pro Stop. Wo es denn? Ja, wir haben jetzt 1,55, Tuko. Das reicht auf jeden Fall. Ja, der Michael Reiter schreibt mir hier gerade, die waren ja erst vor sechs Runden an der Box. Also das passt bei denen auf jeden Fall. Also da gibt es keine Diskussion. Also den Vorteil haben die. Also hat die jetzt quasi Allstar einen Boxenstopp-Vorsprung, so wie es aussieht. Und das erklärt natürlich dann auch, warum der so an den Marius Bertrand klingen kann. Nicht, dass der Stefan Kahn jetzt schlechtere Rundenzeiten fährt, aber es ist dann einfach so, dass die Reifen von Marius Bertrand eben auch runter waren. Aber trotzdem hat es nicht gereicht zum Überholen. Das ist schon erstaunlich. Aber wir haben es auch heute gemerkt. Also es ist auf dieser Strecke super schwierig bei zwei gleichwertigen Fahrern. Wenn die die Linie zumachen, dann geht ja gar nicht viel. So, und das haben wir ja gerade zur Genüge gesehen. Und das hat der Marius Bertrand clever gemacht und hat es zumindest mal ein bisschen in die Box geschleppt. Ja. So, jetzt ist es ja ein bisschen ruhiger. Jetzt kann ich noch mal Hallo sagen. Ganz in Ruhe, ne? Hallo Stefan. Hallo Stefan. Ich war ja voll ein bisschen hektisch. Ja. Aber schönen Dank nochmal für die schnelle Auskunft, ne? Ja, du bist es doch selber ein Schott, dass du so lange gewartet hast. Jetzt habe ich noch nie gehackt. Ich fahre wirklich auch schon lange, ne? Und auch so Langstreckenrennen. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich bin noch nie rausgeflogen, habe noch nie Probleme gehabt beim Fahrerwechsel. Nichts, ne? Ich habe es mit beiden Fahrern probiert und, äh, konnte nicht wechseln. Also, ich habe gesagt, ne, ich muss jetzt aufs Klo. Ich will ein Bier trinken. Ich will Feierabend machen. Reicht mir, ne? Also. Ne, also. Wer ist denn bei euch heute gefahren? Ja, wir sind ja das B-Team eigentlich nur. Also, in Anführungsstrichen nur. Also, äh, weil, wie gesagt, ich bin nicht so schnell, bringe den Speed auch nicht mit und, äh, hab dann ein paar Freunde von SGS drüben. Also, den, den Markus Müller und den Gerhard Zeller. Weil ich hatte jetzt den Henning Wollert mal auf dem Server gesehen und, ähm, hab schon gedacht, okay, haben sie ein bisschen aufgestockt. Ja, ich hatte gehofft, dass ich noch jemanden überreden kann, weil, wie gesagt, äh, Michael hätte ja heute Nachmittag fahren können, aber hätte zumindest einen zweiten Fahrer gebraucht, ne? Aber, äh, äh, äh. Hat eben alles nicht so geklappt, wie sollte und, äh, fand ich auch schade, weil die ja beim letzten Rennen super gut unterwegs waren, gerade der Manfred Schneider und der Rico Kistenmacher. Ja, das war ein tolles Ergebnis für euch, also, das muss man ja wirklich sagen. Also, erste Teilnahme und dann, ähm, noch so abschneiden und, äh, ich kenne die Jungs ja alle, ähm, weil ich selber noch gegen die gefahren bin und, ähm, also habt ihr eine super Leistung abgegeben. Ja, wie gesagt, für uns drei war einfach nur, wir wollten mal wieder ein Langstrecken-Event fahren, ohne Druck, ohne alles. Ziel war, nicht letzter zu werden. Wir hatten gehofft, vielleicht in die Top 20 zu kommen, ne? Aber nach dem Chaos hier, äh, ja, da muss ich auch sagen, was du vorhin angemerkt hast mit den Überrundungen. Ich sage, das Großteil der Leute, die wir rundet haben, war völlig okay, was ein bisschen genervt hat, war einfach, dass, du hast ja einen Spotter, ne? So soll es ja auch sein, der dir sagt, wann du eine blaue Flagge bekommst, wann die ran sind, ne? Und, äh, manche haben dann wirklich, die sind noch ewig weit weg, dann fangen die schon an zu blinken, wie blöde, ne? Und das, äh, wenn du eben nicht so sicher bist, wie, wie die ganz schnellen Jungs hier und eigentlich mit deinem Auto in der Strecke zu tun hast, dann geht ja das permanent auf den Sack, wenn dann irgendjemand nur Lichthupe macht, weißt du? Der eigentlich noch eine halbe Runde braucht, um überhaupt ranzukommen, ne? Ich mach das, ich mach das auch, ähm, aber ich mach das nur einmal, weil ich weiß, der sieht das. So, und das muss er einfach sehen. Das heißt noch nicht, dass ich ran bin, aber ich geb einmal Lichthupe und damit er sieht, ähm, okay, da kommt was. So, und dann halt eben nochmal, wenn ich wirklich dran bin. So, und das war auch das letzte Mal, dass man, ähm, ich sag mal, auch bei uns, äh, ich glaub, Carsten macht das nicht anders, dass man da nochmal eine Lichthupe sieht. Also ich hatte heute eigentlich auch nur, äh, Bedankungslichthupe zu verteilen. Ja, sehr viele. Kann ich mich anschließen. Einmal, also gerade, weil ich ja, ich hab ja, äh, wie gesagt, Eastern Creek, hab ich zugeschaut, das Rennen und ein Daytoner war ich Spotter für die Jungs und ich weiß ja, wie eng das da vorne zugeht, weißt du? Und, äh, was sollen wir da hinten im hinteren Feld da irgendjemanden aufhalten? Den Platz macht man ja automatisch, weil, wie gesagt, das, äh, jeder fährt sein Rennen. Aber, wie gesagt, ich hab mir gewünscht, dass der eine oder andere einfach ein bisschen lockerer da rangeht und sagt, okay, ich fahr erst mal ran, melde mich mal an, hier bin ich, ich komme, wie du sagst, ne? Und wenn er dann in der Schlagdistanz ist, dass man dann sagt, okay, man fährt mal beiseite. Äh, aber wie gesagt, es waren wirklich noch Kleinigkeiten, das ist zwei, dreimal passiert und, äh, wenn mir kam dann noch der nicht funktionierende Fahrerwechsel hinzu, dann ist man eben bisschen gestresster, ne? Ja, klar. Aber so macht es halt totalen Spaß, also, die sind auch total zufrieden. Nein, das ist auch eine klasse Mod und, ähm, ich sag mal, die Fahrphysik, wenn man die einmal verstanden hat, äh, dann macht es einen Riesenspaß. Also, das muss man auch sagen. Ja, ich hatte persönlich leichte Probleme mit den Reifen, wenn die erstmal abgefahren sind, bis wir 40 Liter raus sind, ne? Das ist okay und dann auf einmal haben die so ein Loch, da hatte ich mal so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Die fangen sich dann wieder, aber... Also, es gab so, ähm, bei den Warmentemperaturen, also aus meiner Sicht, ähm, kam das erste Loch bei, bei 70. Ja, genau. Also, bei 70 Litern. Bei 70 Litern und dann nochmal bei, ja, zwischen 35 und 40, so irgendwo. Aber, ähm, das war jetzt nicht, ähm, ich sag mal, ähm, so entscheidend. Da kann man sich drauf einstellen, also das merkt man ja auch im Training, weil da fährt man ja auch den einen oder anderen vollen Stint. Und, ähm, dann macht man halt eben ein paar Sachen früher und, ähm, ohne dass die Zeiten halt eben grob nachlassen. So, der, der Max kommt jetzt, äh, Max Miller mit, kommt jetzt in die Box. Der fährt jetzt schmerzfrei zu Ende. Der muss noch, der muss diesen und noch einen. Ja, genau. Nein. Oh. Was ist jetzt mit dem Timing hier los? Ah, es geht wieder, Gott sei Dank. Als du jetzt erst Nein gesagt hast, hab ich schon gedacht, der Max hätte einen Disconnect oder sowas. Nee, nee, ja, ich hoffe mal nicht, weil, äh, ja, auch Karnitz hatte gerade einen Lag. Also ich hoffe mal, dass das jetzt hier... Ja, da war noch eins, das waren zwei, die ich jetzt gesehen hab. Ich glaub, das liegt aber nicht an Karnitz. Weiß nicht, ist da jetzt gerade einer reingejoint? Alex, nö, ist keiner gejoint. Piccolo, das ist schon eine Weile her. So, er reicht halt ein bisschen, hast du recht, ja. Bin mir auch. Ja, ich glaub, das muss man einfach mal refreshen. Also hier hängt jetzt einiges, hab ich so den Eindruck. Ähm, darf ich kurz stören, Lutz? Ja. Der Stefan Bäumer leckt fürchterlich, sagt der Stefan. Ja, wir sehen hier auch irgendwas, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist. Ja, ja, wir sind hier... Warte mal, ich guck mal eben nach den Pings, die sind in Ordnung. Ähm. Lifetime hier steht bei mir komplett. Bitte? Lifetime hier steht bei mir komplett. Ja, aber wenn ich's refreshe, krieg ich nochmal Daten. Nee, ist geholft. Bei mir geholft. Also, komplett durch. Es dauert wirklich tatsächlich, bis die Seite ein bisschen aufbaut, äh, komplett aufgebaut hat. Ah, ich will hoffen, dass das jetzt hier keine Probleme gibt. Stefan hat die Verbindung verloren. Ich glaub, das Plug-in hängt. Hast du mal? Nee, hab ich nicht gerade. Ähm. Also, richtig ist, dass sich hier momentan gerade nichts bewegt. Okay, Lifetime... Nee, Lifetime steht nicht. Ist aktualisiert. Langsam, aber es tut es. Gut, also noch läuft es. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Am besten mal, die das jetzt das Problem haben, das Ding schließen, mal ein Cache löschen vom Browser und eventuell neu verbinden. So, ich melde mich dann auch mal wieder. Ach was? Wer bist du denn? Der, der auf Dänemark guckt. Da, wo es so früh dunkel wird. Nee, ich guck nach Polen. Nach Polen, ja, okay, du guckst nach Polen. Nee, der Jens Potschka guckt nach Dänemark. Genau. Kriegt die Seite hier nicht auf. Hier steht jetzt auch, dass der Marius Bärt eine Lücke... Ja, jetzt steht es wieder richtig. Schon neben 11 Minuten. Ich sehe den, ich sehe den Ronny Hähne auf... Das springt ja hin und her, also im Lifetiming der Ronny Hähne war eben auf 6, jetzt auf 4. Ja, ich muss mal eben einen Support. Okay. Ja, damit ist jetzt das Durchschnittsalter dieses Livestreams... Komplett zerstört, sag es doch. Nein, wie auf einen alten Standard. Ich meine, okay, jetzt nachdem Lutz jetzt auch noch raus ist und wir beide nur noch sind, ist es eigentlich als wäre Lutz da. So ungefähr, ne? Und durch Carsten sitzt jetzt noch jünger, wie als Durchschnittsalter. Ja, grüßt euch euch beiden. Ich habe euch ja die letzten 20 Stunden euch ja gar nicht gehört. Ja, wir sitzen ja schon eine Stunde rum und warten auf einen gewissen Christoph Weber. Der ja komplett gemutet war und sich jetzt mal wieder meldet. Ihr habt so schön geredet, da habe ich gedacht, naja. Lutz wird ein paar Themen ja angreifen und da ziehe ich mich mal ein bisschen zu. Und ja, also ich habe ja mit Max darüber gesprochen und kurze Zeit später ist es ja beim Team 2 passiert. Ja, kriege ich jetzt Ärger von euch? Gibt es Ärger von uns? Nein, natürlich gibt es keinen Ärger von uns. Was sollen wir denn machen? Wir müssen mit der Situation leben und müssen so zu Ende fahren. Das ist das, was uns übrig bleibt. Und was hinterher dabei rauskommt, muss halt eben berechnet werden. Es gibt gewisse Sachen, die kann man nicht greif im Rennen machen. Und das ist für uns kein Problem. Wir kennen diese Situation und wir gehen da eigentlich positiv ran. Und auch wenn die Stimmung vielleicht erst mal ein bisschen unten ist. Jetzt so seit anderthalb, zwei Stunden ist es schon wieder so, dass wir, ich sage mal so, diese, ich drücke mich jetzt mal ein bisschen fies aus, lecke mich am Arsch-Einstellung haben und das Ding zu Ende fahren. So, und jetzt endlich, ähm... Kann sein, dass Mario's Baden Disconnect hat. Moment. Weil hier steht nämlich jetzt gar nichts mehr von ihm. Ja, der ist weg. Nee, der ist auf sieben. Guckt mal, Ping-Up-Frage mit dem Speak. Aber es gibt kein Timing mehr. Also, äh, von Marius' Wert. Das ist das, was ich jetzt hier sehe. Ich habe gar kein Bild. Auch schön, ne? Ich habe den ARD wie auch hier geschrottet. Nein, aber jetzt nochmal, Christoph. Also, der Server scheint gerade abzuschmieren, weil, ähm, manche Runden werden jetzt nicht gewertet. Och man, Leute, das hat doch 10 Stunden und... Ja, das ist aber die Zeit. So, und, ähm, also wenn das jetzt passiert, dann hat das nichts mit der Serverqualität zu tun. Ähm, sondern ist das ganz einfach, ähm, ich sag mal, ähm, ein gewisses, ähm, game, was R-Faktor heißt. Das ist, das kennen wir, das ist normal. Da braucht sich keiner drüber aufzuregen. Und, ähm, das, das, äh, selbst der beste Server der Welt wird das, ähm, so nicht anders machen. Ja. Und ich glaube, jetzt ist es passiert. Ich will auch was sehen. Mann. Jetzt weiß ich, wie, wie sich so manche Leute fühlen, die, äh, keinen Stream anhaben, den ich jetzt übrigens mal anmache, damit ich überhaupt sehe, was da... Der Server ist abgeschmiert. Ja, der Server ist abgeschmiert. Das war, war, war klar zu sehen. Ja, mein Kollege, der sieht keine, keine Fahrzeuge mehr. Er ist kein Fahrzeug mehr. Nee, nicht mehr. Moment, 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 Moment mal. Meine, Moment. Oh Gott, ich höre mich doppelt. Meine Damen und Herren, ja, wir bleiben jetzt erstmal alle ganz ruhig. Nein. Keiner verlässt das Schiff. Okay, Stefan geht. Naja, äh, Frau und Kinder zuerst, ne? Ähm. Und der italienische Kapitän. Ach so, ja, den, naja. Auf jeden Fall, Restzeit eine Stunde 42 wären noch zu fahren. Jetzt weiß ich nicht, wie das aussieht. Ich denke mal, die wird auf jeden Fall noch gefahren, weil es kann immer noch was passieren. Das kann sein, dass der LXF Racing 1, 2, 3, äh, vielleicht doch noch nach vorne kommt. Oder dass Marius Bell vielleicht noch ein Disconnect in der Zeit erlitten hätte. Oder, dass ein, äh, Christoph Weber sich das Simrace TV Auto Deutschland nimmt und damit noch irgendwie über 250 Runden aufholt. Das kann alles sein. Nein, ähm, ich weiß jetzt absolut gar nichts, was da jetzt abgeht. Ähm. Ähm, also unten wird jetzt was stehen. Also um 20.45 Uhr soll es wohl weitergehen. Ja, we must make a break. Have a break. Have a KitKat, ne? Oder so ähnlich. So ist das. Ja, in der Zeit erzähl mir so ein bisschen was, Peter, ne? Wenn du Lust hast, Zeit hast und Lutz uns nicht abkappselt. Nein, warum sollte Gutz uns abwürgen? Der hat jetzt ganz andere Probleme. Ich sag mal, ähm, die Situation, die wir jetzt hier haben, ähm, da muss man mal was für die Zuschauer sagen, ähm, die ist nicht außergewöhnlich. Das ist eine, für uns Fahrer eine Situation, die wir alle kennen. Ähm, wir laufen hier auf die zwölf Stunden zu und man sagt immer, so der, der Break von dem Server liegt zwischen acht und zwölf Stunden. Das muss nicht immer sein. Der kann auch länger laufen. Ähm, aber die Regel, ähm, ist eigentlich so, dass man, ähm, das so in der Zeit, also jedenfalls so gegangen, wie ich dabei bin, ich hab das öfter erlebt und, ähm, immer war es so, zwischen Stunde acht und Stunde zwölf, dass ein Server in die Knie geht, warum auch immer. Ähm, dieses Problem ist in R-Faktor nicht gelöst, dieses Problem werden wir in R-Faktor nicht lösen und ich glaube auch kein anderer mehr. Man bedenke ja, das Spiel ist von 2000... Ja, ich hab's eben gesagt, 2005 oder 2006. Und das letzte Update 07. Richtig. Also das sind schon, äh, äh, mal gucken, können wir noch um die Uhrzeit rechnen? Ja, ne, sechs Jahre, seit dem letzten Update. Und, ähm, ISI hat ja nie gedacht, da mal irgendein Rejoin-Plugin und oder. Äh, das hat alles die Community, ja, also, ähm, naja. Ja, alles, was hier, ähm, ich sag mal, Erneuerung ist, ähm, ich sag mal, sieht man jetzt mal von R-Faktor 2 ab, das ist von, 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 von ISI. Und, ähm, aber das ist halt eben nicht einsatzfähig. Nicht für solche Events einsatzfähig und auch nicht gigataukig. Ähm, die ganze Sache, die wir hier haben, ist halt, ähm, ich sag mal, das Grundspiel R-Faktor. Aus dem Jahr 2005, wie, äh, Christoph das eben sagte, mit dem letzten Update von 2007. Alles andere, ähm, was darauf aufsetzt, ähm, ist entweder von Modern gemacht oder halt eben, ähm, aus der Szene selber. Die, halt eben versuchen, immer wieder, ähm, hier noch einen Funken Verbesserung reinzubringen. Ja, ansonsten, äh, jetzt bin ich natürlich mal auf deine Meinung gespannt, wie fandest du denn den Livestream so, äh, bis dato? Ja, ich hatte ja, ich hatte ja meinen, äh, meinen Turn am Anfang, der dann viel länger war, als, ähm, eigentlich geplant. Dadurch brauchte ich dann hinterher nicht mehr und konnte mich also, ich sag mal, relativ gut auch um den Livestream, oder hab halt eben auch relativ viel im Livestream geschaut, neben dem ganzen Spottern. Und, ähm, die Streamqualität war für mich absolut okay. Ähm, Kommentatoren-Technisch, ähm, müssen wir uns hier gar nicht unterhalten. Ähm, ihr seid erfahrene Hunde. So, und, ähm, mit den Fahrern, die immer wieder reingeholt werden zum Interview, das ist halt eben, ähm, ich sag mal, einfach eine gute Rundesache. Ja, vor allem denn auch noch mit, mit, ähm, meinen, also, das hört sich jetzt ein bisschen egoisch an, egoistisch an, aber mit meinen, ich sag mal, Fachwissen. Ja, die, äh, beiden, wie habt ihr das eben gesagt? Bekanntesten Leute aus der R-Faktor-Szene? Äh, ja. Irgendwas war da, ne? Ja, ja, stimmt, ja, ja. Ja, das ist hier wohl irgendwie einer der bekanntesten, äh, ich weiß nicht, ähm, ich sag mal so, Lutz, wenn irgendeiner aushält, wenn Lutz nicht kam, weil, äh, äh, Freuchen möchte mit ihm ausgehen oder, also, seine Freundin Beate, er sagt dazu manchmal noch... Ja, er rennt ja schon zu Hause mit dem T-Shirt rum, da steht No auf der Brust, damit er das nicht mehr kommentieren muss, weil er kommentiert so viel und hat so viel kommentiert in seinem Leben, dass er, dass er halt eben dann auch nur noch über, äh, über, über, äh, über Buchstaben spricht. Ja, und, ähm, bin dann irgendwie komischerweise immer der Erste, der gefragt wird, ob ich denn ersatzweise kommentieren könnte, äh, klar, das ist für mich so gesehen eine kleine Ehre, ja, aber, ähm, sag mal so... Du bist ja auch schon lange in der Szene und, 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 du machst das ja auch nicht erst seit, seit einem oder zwei Jahren und, äh... Willst du das wissen, wann ich angefangen hab? Ähm, lass mich mal schätzen. Ja, schätz mal. Ich denke, das geht fünf Jahre zurück. Oh. Oh. Oh, 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 fast. Ja, also... Also, mein, 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 mein ersten kommentierten Livestream, äh, damals noch als Co-Moderator, war am 14. April, äh, 2009. Am 14. April hat meine Frau Geburtstag. Ui. Das heißt, am 14.04. im Laufe des Jahres, also diesen Jahres, ähm, gehe ich denn in mein viertes Jahr als Kommentator. Also, das heißt nicht, dass sie 2009 geboren ist. Äh, ja, ich glaube, das hat... So, das... Eieieiei, jetzt kommt der Jörg Voge auch noch. Jetzt wird's erst recht lustig. Ja, schönen guten Abend. Ja, Jörg, ich möchte... Ich darf dich mal beten, eben für mich zu übernehmen und für... Der Christoph macht das mit dir. Ich bin mal ganz kurz auf dem Weg. Ja, Jörg, erzähl mal, was ist da draus los? Ist da Krieg, äh, irgendwie? Moment, ich muss erst mal das Film ausmachen, sonst hätte ich dich gerne mehr doppelt. Ähm, ja... Ich bin jetzt erst mal froh, dass ich meine kompletten Stints mehr oder weniger gut durchbekommen hab. Ja, ja, jetzt am Ende vom Stint fing's einfach an zu lecken und es war einfach irregulär und da hat ziemlich viel Sinn geflogen. Ja, viel gibt's da nicht zu sagen. Meine Leistung heute oder auch das ganze Wochenende hier über war sehr schlecht. Ich hatte kaum Zeit zum Trainieren und, ja, wir sind eigentlich noch relativ froh. Also, ich bin relativ froh mit dem, weil wir waren jetzt auf Platz sieben, bevor die Probleme anfingen. So, mit dem Ergebnis bin ich noch relativ zufrieden. Ähm, weißt du schon irgendwelche Informationen? Also, es geht auf jeden Fall weiter, ne? Ja, ja, die werden jetzt, äh, wenn ich's richtig mitbekommen hab, geht's jetzt auf einen anderen Server. Weil, äh, es ist ein Problem scheinbar im Rechenzentrum. Es werden jetzt auf einen anderen Server umsteigen, der am anderen Rechenzentrum steht und, ja, wird dann, keine Ahnung, wird sich, glaub ich, in Ziemeln verzögern, dann geht's weiter. Ja, angeblich soll's noch 5 Minuten weitergehen. Wir machen trotzdem weiter. Ja, ähm... Du fährst den Alpina, ne? Ne, du fährst Audi. Ich fahr den, ja auch. Den, den vom Team 3, ne? Ganz genau. Ja, ähm... Was kann ich dich denn noch so fragen? Ich hatte ein paar Fragen vorbereitet, wo ich ja Pause gemacht hab, ne? Aber jetzt ist mir schon wieder alles entfallen. Ja, warum, warum gab's eigentlich diese Lacks? Beziehungsweise diese Probleme? Kam irgendeiner mit einem Mismatch drauf, oder ist es wirklich komplett das Rechenzentrum dran schuld? Weißt du da irgendwelche, irgendwelche Infos, Informationen? Äh, es gab vor 3 Stunden irgendein Mismatch. Das war... Wann sind wir TV-Englisch, ne? Genau, ich... Es war, glaub ich, ein HTV-Mismatch. Es kann sein, dass es ein Synchronisations-Mismatch war. Ich weiß nicht, ich war zu der Zeit nicht auf dem Server. Ich hab's auch nur hier am Teamspeak gehört. Und im Stream. Und, ja, ansonsten gab's eigentlich gar keine Mismatches. Ja, auf einmal, ich weiß nicht, so... Jetzt so 6 Runden vor Ende, bevor der Server wirklich komplett in die Knie ging. Äh, gab's die ersten Lacks. Habt ihr gesehen, dass Jens Potschka immer ein bisschen hinhergesprungen ist vor mir. Dann hatte es sich wieder beruhigt für eine Runde 2. Ja, und dann fing's wieder an und dann flogen auch viele vom Server und... Manchmal kam die Meldung, dass irgendjemand keine Daten mehr empfängt und, ja... Also, entweder hat R-Faktor der Delikated Server die Säge gestrichen und wollte keine Verbindungen mehr annehmen. Oder im Rechenzentrum gibt's irgendwelche größeren Probleme. Ja, ansonsten, äh, was machst du jetzt noch nach dem Rennen? Wird da ausgewertet, das Rennen? Oder wird danach schlafen gegangen, weil morgen früh ja wieder, äh, vor mir langweilig ist, oder? Äh, ich geh mal davon aus, heute wird bei uns mal gar nichts mehr ausgewertet. Wir werden eh dann erstmal das offizielle Renn-Ergebnis wahrscheinlich abwarten müssen. Weil, ähm, wir hatten ja... Äh, Team 1 wurde zweimal zurück in die Box gestellt und die haben Zeit verloren. Und bei uns im Dreier-Team gab's auch noch einen Zwischenfall. Und, ja, das muss dann alles verrechnet werden und da müssen wir mal sehen. Für mich, äh, war das jetzt eh erstmal das letzte Rennen hier für diese Saison in der langstrengen Meisterschaft. Äh, für mich geht's jetzt eher zum Lernen. Ich hab im Mai Abschlussprüfung und da hab ich weniger Zeit zum trainieren. Und vor allem für die Nordschleife wird das dann zu wenig Zeit sein. Ja, ein bisschen Zeit müssen wir noch überbrücken. Aber das schaffen wir schon. Irgendwann kommt auch der Peter wieder. Hoffentlich. Ja, ich hoffe du kannst jetzt mal 30 Sekunden ohne mich auskommen, ich muss mir mal ein Bier holen gehen. Oh, 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 das Rennen ist noch nicht vorbei. Ich feier, ich feier, ich feier auch nicht mehr. Ja, okay. Wehe, wir sehen dich auf dem Server, dann gibt's sofort Stop-and-Go-Strafe. Naja, bis gleich. 22.42 Uhr haben wir es. Wer sich wundert, warum nichts gezeigt wird, äh, ganz kurze Unterbrechung aufgrund eines Problems. Also soweit es möglich ist, können natürlich auch von den Teams nochmal welche kommen. Ich meine, da ist jetzt eh grad so ein bisschen Tamtam, aber, äh... Ja, ansonsten, was können wir noch so erzählen? Eigentlich gar nicht. Weil mir grad absolut gar nichts einfällt, muss ich mal ehrlich sagen. Ja. So, ich bin da wieder da. Ja. Das ist schwierig denken und tippen gleichzeitig. Ja, alle fragen sich jetzt natürlich, wieso ist da Flyer, wo ist Strecke, wo ist Action? Und ja, von daher tippe ich einmal und dann copy-paste einfach. Ja. 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 Ja, möchtest du sonst was aus deinem Lebenswerk erzählen oder aus deiner Airfactor-Karriere? Was für ein Lebenswerk? Ja. Ja, dann geh mal hoch zu deinem Team, ne? Das hat so gesehen immer noch im alten Teamspeak war, weil da waren wir ganz unten bei den Simrace TV und jetzt sind wir ganz oben. Das ist mir immer so aufgefallen im Laufe des Tages, was man verwechselt hat mit oben und unten. Ja. Ja. Das wird aber jetzt ziemlich spannend. Mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen, welche, vor allem welche Runde das Ganze jetzt wieder hergestellt wird, weil es gab ja doch kurz vor diesem Beginn der Legs ziemlich viele Boxenstops. Und die Spitze wird natürlich jetzt wieder komplett zusammen sein. Die ersten drei auf jeden Fall. Mal schauen, ob unser Einser-Team dann auch noch dabei ist, weil das war gerade so eine Geschichte, dass gerade um die Zeit darum Max in die Box musste. Und dann kannst du, wenn nach dem Boxenstopp gewährt wird, kann es sein, dass wir eine Runde Rückstand haben. Das waren dann glaube ich ein paar Sekunden, die aber hinter dem ersten waren nach dem Boxenstopp. Allerdings eine Runde dann zurück. Ja, Jörg, deine nächsten Rennen. Nächstes Wochenende habt ihr wieder internes Formal 1 Rennen bei der GAL. Ja. Ja. Ja, nicht. Also ist morgen das Rennen. Morgen? Ja, morgen. Solltest du vielleicht auch wissen. Jetzt ist es ersprachlos. Ja, morgen. Aber letzte Woche war es doch erst. Ja, wir haben aber nur eine Woche. Nächste Woche ist Ostern. Das ist dann so ein bisschen schlecht. Dann muss dann ein Rennen fahren. Da hat nicht jeder unbedingt Zeit. Wir haben jetzt nur eine Woche. Ach Gott, und ich bin jetzt vom 14 Tage Rhythmus ausgegangen immer. Nächste Woche. Ja. Ja, mal heißen. Ja, jetzt muss ich aber mal in meinem Terminkalender gucken. Ha. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Bei mir steht immer ein 2-Wochen-Rhythmus drin. GAL, GAL, GAL GAL, freies Wochenende GAL, freies Wochenende, GAL Ich meine, okay, jetzt kommentiere ich auch noch die RML ProDTM, die sagen hier auf SimWave TV Ja Danke für den Hinweis dass ihr ja jetzt vollkommt habt Ach, ich hätte ja morgen schon geschrieben, dass ich den Server für dich eingerichtet habe und dann hättest du es auf jeden Fall gewusst Ja, dann hätte ich gesagt, hä? Ich glaube, ich bin eh wieder bis 19 Uhr bei SimWave TV auf Sendung, äh, ja Ja, wir haben ja auch den Carsten hoffe ich mal, dass er morgen da ist Ja, ansonsten freue ich mich offenbar, es ist ja, die Strecke gefällt mir eigentlich relativ gut Wobei, gut Testen war jetzt in einer Woche nicht viel weil hier zwölf Stunden und dann auch GAL Ist ein bisschen stressig Aber schon Ich hoffe ja, dass ich morgen wieder aufs Podium komme Aber vor allem das Wetter wird da wurde eher entscheidend Wenn da so ein Monsum-Schauer runterkommt dann hat man Spaß beim Fahren Ja, bei einem habt ihr ja überzogen Warum konnte ich das ja leider nicht bis zum Ende kommentieren Aber Gott sei Dank war der Carsten noch da Ja gut, da konnten wir ja Der hat auch nichts machen gegen die technischen Probleme Ja, und wenn einer Der Kommissatoren morgens um halb fünf aufstehen muss, ne? Dann müsste man auch um zehn dann auch ins Bett irgendwann Vor allem wenn man dann im Büro arbeitet Ich arbeite auch im Büro und ich muss auch erst um halb sieben aufstehen wenn ich ins Büro muss Ja Um halb sieben fange ich schon an zu arbeiten Ne, ich um acht Was stehst du so früh auf? Ja, weil ich ja auch noch mit dem Zug fahren muss Also wenn ich die Schule habe, fahre ich auch im Zug Dann muss ich um halb sechs aufstehen Um sechs Uhr gehe ich auf der Tür und Ja So braucht es aber kaum Zeit Ich gehe um fünf Uhr fünfzehn aus meiner Haus Ja, ansonsten Hast du schon zufällig irgendwelche neuen Infos? Also die gehen so langsam alle wieder in Ja, im Support Channel steht auch die neue Die IP vom dritten Server Das ist nämlich da, wo dann jetzt Das stattfinden soll Besitzt da glaube ich noch keiner Obwohl, weiß nicht, das Limetiming geht auf einen anderen Port Also es gehen zumindest schon mal alle wieder in ihre Channets so langsam Das soll was Gutes bedeuten, würde ich jetzt einfach mal sagen Jörg, ich bedanke mich erstmal recht schätze ich bei dir Oh, kein Thema War mir wieder eine Ehre mit dir zusammen ein Interview zu führen Ja, ob es da irgendwas Sinnloses geredet Ich habe die Zuschauer interessiert das gar nicht wirklich hier Ja, aber es ist auch kurz vor elf Es sei uns verziehen schon Ja, wir haben schon einen anstrengenden Tag hinter uns Ja Und wegen morgen, ey Ohne miss, wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest Ich muss echt gucken Nicht, dass ich da irgendwas dazwischen Boah, krass Das ist mir noch nie passiert Um ehrlich zu sein Aber das schreibe ich dir nochmal Jörg Schönen Abend noch Ja, wünsche ich dir auch Viel Spaß bei Wenn wir das Segen hören Angenehme Nachttour Ja, dir auch Und viel Spaß beim Kommentieren Ja Mal gucken, ne Ja, bis dann Tschüss So Meine Damen und Herren Der gepflegten Speed-Abend-Unterhaltung Ja 22.52 Uhr ist es Gleich geht es weiter hier auf Simrace.tv Denn auf einen anderen Server Und dann wird noch 1 Stunde 45 gefahren Circa Das heißt, das Rennende verschiebt sich denn auf 0 Uhr 45 Mitteleuropäische Zeitrechnung Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir noch haben Ich gucke darum direkt auch mal 70 Zuschauer Das ist ja schön, dass mir 70 Leute zuhören Ich grüße euch alle Ich darf mir jetzt diese 70 Leute anstupsen Hi Das wäre es ja jetzt Ja, ansonsten Ähm Das Standing können wir auch gar nicht durchgeben Fällt mir gerade so ein Da wir keins haben Das wird ja erst alles Noch eingestellt Ich würde sagen, dann hören wir uns die Nico Nochmal Ja, Nico Das ist denn auch immer so eine Sache in Airfactor, ne? Dass der Server abschmieren kann Ja, das habe ich jetzt auch mal mitbekommen, ja Ja, Nico Bei iRacing ist es im Wunderfall, wenn Serverarbeiten vorgenommen werden Sprich, wenn Updates drauf kommen Ja, ansonsten wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit geschrieben Nehmen bei mal so ein bisschen Ähm Was man erwähnen sollte Es war doch noch ziemlich spannend, ne? Also, es gab auch Zweikämpfe noch Und das nach etwa 10 Stunden Rennendauer Also, ich meine, vor allem zwischen, ich glaube, des ersten und zweiten war es Die haben sich recht schön gefeitet Und, ja Nach den Stupsereien von All-Stars war es, glaube Sind ja wieder beigezogen Aber wenn man das bei iRacing gemacht hätte, hätte man schon längst ein Too Much Damage Oder sonst irgendwas Oder ein Aerodynamik-Schaden Aber echt spannend bis jetzt Ja Wir warten natürlich Mülütlich Oder wie soll ich kennen das Wort Gar nicht aussprechen Ähm Dass es weitergeht Darum übrigens auch die Pause Weil sonst Nur für's Kein Verhasst Boom Von daher Ich habe hier erstmal so eine Pause gemacht Aber ich merke schon, das hat so gar nichts gebracht eigentlich Und Ja Ja, wer mich übrigens morgen hören möchte Äh Der kann dies auf Simmer TV ebenfalls machen Und zwar bei der Air Factor minus Motorsport Liga DTM Saison 2013 In der Pro-Serie Da werde ich Kommentieren Am Nürburgring sind wir dort Rennestart 16 Uhr wie immer Und ja Ich freue mich schon riesig drauf Ansonsten Ja Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, Nico Ähm True Air Factor Dann können wir ja so einen kleinen Äh FHQ machen Also Fragen Also Fragen Lieb ich zu Air Factor jetzt eigentlich nicht Eigentlich fast genau das gleiche wie iRacing Außer vom Menüaufbau ist natürlich ganz anders Da hat man keine Website, wo man auf den Server zugreift Zu spielen Sondern da hat man Eine Exe, wo man ausführt Und dann auf den Server zujoint Natürlich halt Ganz was anderes Ja Äh Ich hatte Nicht die Chance iRacing zu testen Wollte es auch nie Ähm Ja Wenn die damit richtig viel Kohle verdienen Ja Sollen sie machen, ne Ja Die verdienen richtig viel Wenn ich denke Ich habe jetzt alleine Ich kann mal kurz Ich habe Über 500 Euro Nur an Strecken und Autos Eingesteckt Ja wieso Jetzt Also das ist eine Frage Die sich natürlich die Air Factor-Fahrer stellt Wie kann man 500 Euro Ausgeben Äh Nur Wegen Strecken und Autos Ich meine In Air Factor kriegt man das alles umsonst Und Ja Boah Ich meine okay Da muss man monatlich zahlen Ja Aber Ja Das ist so eine Sache Da musst du ja selbst entscheiden 500 Euro Weißt du Was du mit 500 Euro Alles hättest machen können Mit den 500 Euro Hätt ich locker auf Spanien Und wir Zurückfahren können Aber Ich meine Der wirkliche Grund ist Warum ich das ausgegeben habe Spaß am Spiel Ich wollte mitfahren Wollte natürlich Die ganze Saison durchheizen Und Ähm Dass ich das machen konnte Braucht ich natürlich die Strecken Und die Autos Die Autos sind ja Zwar jetzt nicht gerade das teuerste Aber die Strecken Die gehen halt schon ins Geld Vor allem wenn du jetzt ne Zum Beispiel die Ähm Iris Prototyp NGT Challenge Mitfährst Da sind es alleine Ähm Drei Autos Wo du kaufen musst Und Du kannst mal Wie viel Straf Ja du kommst gerade so ein bisschen abgehakt An Niko Aber wir begrüßen erstmal Damit sich das Durchschnittsalter Noch weiter Senkt Den Carsten will hier bei uns Hallo Carsten Hallo da bin ich wieder Nacht Mittlerweile Und ich bin sehr glücklich im Moment Oh oh Wenn der Carsten glücklich ist Dann Ja ne Ich hatte die Befürchtung Dass Die Serverzeit Beziehungsweise die Startaufstellung Ähm Ähm Bisschen zu spät genommen wird Weil Der Server ist kurz Bevor Max in der Box war Also Max Melamed Auf unserem 1er Auto In der Box war Haben die Probleme angefangen Und Da war er noch in einer Runde Mit dem führenden Auto Und ich hatte die Befürchtung Dass es halt nach dem Boxenstopp Genommen wird Das heißt Dass er Einen Runde Rückstand hat Jetzt ist es aber so Dass Ähm Genau halt Zu dem Zeitpunkt Von dem Boxenstopp Das genommen wurde Das heißt So äh Ganz kurz Ähm Wir starten in Kürze Christoph Kannst du das wieder managen? Äh Wenn ich ein RAD-Wild bekomme Achso ja Du kriegst jetzt auch ein RAD Augenblick Ähm Ganz ruhig bleiben Lotz Ja ich bin ganz ruhig Ich bin nur effektiv Deswegen klingt das etwas gestresst So und du kannst wieder rauf Ja Und wir fahren noch anderthalb Stunden Ja Nach dem Restart Ja wir haben es jetzt kurz vor elf Wir fahren dann noch anderthalb Stunden Genau Genau Also bis kurz nach halb eins denn Ja gut Ich muss wieder hoch zum Marseille Ja ich muss die Leute rausschicken Ja Alles klar Ähm Wenn der jetzt hin Hier verdammt ich nochmal Er hat ihn gefunden Also gleich haben wir auch ein Bild Versprochen Ach nee das war der Carsten Äh Jetzt habe ich ihn gefunden So ich guck mal ob der Niko wieder Äh Er hat's einen erhöhten Ping 400 So da sind wir mal gespannt Vielleicht geht's auf jeden Fall weiter So Niko Jetzt hast du ja nochmal ein Ping Jetzt ähm Können wir wieder nochmal reden Ja kaum sage ich Das steigt er wieder Boah verdammt Die nie alleine so gerne fluchen So jetzt Ja Ähm Ja anderthalb Stunden fahren wir jetzt noch Entschuldigung Da muss ich jetzt gerade mal gehen Ist ja auch schon spät Ist ja auch schon zwölf Stunden auf dem Bein ne Mh Willst du wissen Seit wann ich wach bin Ich bin seit äh 7.30 Uhr wach Ja ich auch Bin aber dann wieder ein bisschen eingenigt Bis 9.30 Uhr Äh 10 Uhr Ich bin keine Ahnung Ja dafür hattest du aber schon eine kalte Dusche heute Ja hatte ich aber heute auch schon ein Fußballspiel Genau Äh eigentlich zwei kalte Duschen ne Morgen so und dann nach dem Fußballspiel Ja ansonsten äh Was können wir noch so erzählen Okay das übrigens Das beste Beispiel Nico hier Man macht nur einen Aufruf Äh äh Suche Team und schon melden sich Wie viele Anfragen hast du bekommen Also einen hier im Channel Und wie viel per Textchat Textchat habe ich eine vom Torst Schwer Schwertfeger Ja das ist auch RML Ja Und Noch ein Anstupserwartet von Vom Team Das kann ich nicht sagen Oh da musst du jetzt aber weit hoch scrollen So die sind oben Ah ja Ähm Braund Exporter Von welchem Team weiß ich es gerade nicht Ah das ist GP Racing da wo ich auf der Nordschleife fahren werde Auf dem Lamborghini Gallo LP560 Plus Aber übrigens dass die mich schon wieder austauschen wollen Aha Dann würden sie doch keinen Sechsenfahrer suchen Das ist wieder interessant Weil ich Äh Okay Am Nico ist immer noch Ping Probleme Ja So Bisschen mehr Ja ich hab zur Zeit leider ein bisschen Probleme mit dem Internet Gerade eben tausender Ping gehabt Ja solltest du bis zum Nordschleife wie wir den Tempel bekommen wenn du mitfahren willst Ja das kriege ich schon hin Ich werde wahrscheinlich auch Mein Pezel bis dorthin gefixt bekommen Bzw. ich werde mit meinem Internetprovider mal deftig in den Arsch treten Damit diese Scheiße hier so Ja auch wohl okay wir haben es 11 Uhr da darfst du es dann Ja ja Jugendschutz Ja stimmt auch wieder okay ich würde dem Internetprovider mal sagen wo es lang geht Dass sie mir das mal wieder fixen Dass ich mal wieder ein Ping von 29 habe Was ich jetzt auch gerade habe Aber zwischendurch geht der Ping irgendwie von 0 auf 100 gleich 1000 hoch Das ist krass Ja man muss ja äh sagen wir sind jetzt Äh wir haben jetzt 23 Uhr das heißt FSK 16 oder USK Also ab 0 Uhr dann äh ja darf man eigentlich auch die ganz ganz schlimmen Wörter sagen Die die kleinen Kinder nicht hören Die ganz ganz schlimmen Ja das haben wir ja noch 55 Minuten vor uns ne dann haben wir ja schon Sonntag Ja Sonntag am Montag wieder arbeiten Und zum Glück habe ich nächste Woche frei Wie gesagt ich werde ja dann sobald ich weiß wo ich fahre Werde ich hier den Mod downloaden und gleich mal loslegen zu trainieren Ganze Woche ich habe ja Zeit Ja das Gute ist ja dadurch dass man nur 4 Tage hat ne Äh vergoldet man auch nur 4 Tage Urlaub eigentlich Aber äh naja ich habe mir dafür jetzt am Freitag eingenommen Und äh weil boah es ging absolut nicht War irgendwie ich weiß nicht Ich war jetzt fertig Äh Nein Nico versuch mal anzubimmeln Ah Ich werde mir wahrscheinlich gleich mal einen geilen Klingeltonen So also die Fahrzeuge werden jetzt auf die Strecke geschickt Ich sehe das von daher kann ich auch nichts machen Bild kommt gleich keine Angst Ja Vergessen euch liebe Zuschauer natürlich nicht Ich glaube ich habe die Nummer falsch eingegeben Soll die Auskunft anrufen Was willst du jetzt mit Auskunft vor allem um die Uhrzeit? Rotlichtmenü ist ganz woanders Äh Nein Piep Ich glaube das darf man sagen um die Uhrzeit Das darf man auch Mittag sagen Ich hätte jetzt fast eine Nummer gesagt Wollte ich eh nicht sagen Das ähm Ja Ich habe zugegriffen die ersten zwei Ähm Zahlen rausgespuckt Wo senkt es sich so langsam hin? Nein Äh Man muss halt immer schauen Es sieht so aus Ja okay Die labern da irgendwas Ne Und äh Aber es ist schwierig Weil Äh Ist falsch Veräppel mich nicht Ich habe auch schon wieder 66 Zuschauer Ach ich habe Ja ja Hm Okay Mist War fail Ja Ähm Toll dass die 66 denn da noch dabei sind Ja es sieht immer so aus Äh Ja die labern da irgendwas Ne Aber nein Man muss bedenken Wir haben gar kein Drehbuch Ja Äh Wir denken uns das Was wir erzählen eigentlich aus Die Rennen laufen auch nach keinem Drehbuch Und Ähm Ja Okay du kannst auflegen Nico Ich soll mich wissen Während So Christoph geht jetzt wieder los da Gleich Gleich und Momentos Senor Spanuel Ah und ich dachte Wir sind ja auf einem deutschen Channel Ja, eigentlich kann ich auch gar kein Spanisch Aber das ist das einzige, weil ich auch Spanisch kann Äh, komischerweise Okay So, äh, viele Fähne nicht mehr, das kann ich dir sagen Ja, ich sehe es aber schon mal, die Boxen Ja, das sind schon mal ein gutes Zeichen, wenn du das siehst Und wir sehen, es ist auch schon dämmerig, also So wie es aussieht, sind jetzt Ja, genau So langsam sollte es dann auch Gleich losgehen, wenn wir dann schon ein Live-Bild haben Ich habe jetzt auch gerade ein Auto vorbeifahren sehen Das ist immer gut Ist denn das jetzt, wird das Rennen komplett neu gestartet, oder? Nein, oh Gott, das ist so, nein, nein, nein Also nicht komplett, ich meine nicht komplett neu gestartet Sondern von den Büfen, die so losfahren Und dann in Zeitabstand, wie das halt eben davor war Fahren die anderen hinterher Oder ist es dann so eine Art Restart, Safety Car vorne dran Oder läuft das ab? Wir fahren ja noch anderthalb Stunden Und, äh, ja, die Abstände können jetzt so nicht mehr Beigehalten werden Das geht irgendwie Im Nachhinein aber Und, ähm, es gibt ja so ein Ja, Restore Session Tool Da kann er die Runden Blasen Und, ja So hat die Abstände nicht Ja Daher Sieht so aus, als würde es ein Zweikampf Aber eventuell, wenn man Part 1 mit dazu rechnet Kein Zweikampf mehr So Alle sind jetzt draußen Auf der Strecke Alle Fahrzeuge Und das sieht gut aus Ja, ich habe es zu langsam auch mal im Bild So als Stream Ja So, die Einblendung um Stimmt natürlich auch noch nicht Ähm Das ändern wir auch noch mal ganz schnell Jetzt Ja Zack, da haben wir es Und mit den Runden Also, ähm Ja So schnell geht das Und ich meine, dass es da jetzt so ganz hell ist Das ist das halt, wenn da so 28 Beziehungsweise 25 GT3-Fahrzeuge Ähm Mit Licht unterwegs sind Das strapaziert natürlich die Rechner extrem Und ja Bei mir strapaziert jetzt nur den Internet-Provider Ja Auf jeden Fall Na gut, Nico Wir bedanken uns noch mal recht herzlich Dass du noch mal vorbeigeschaut hast Gleich geht's los Ein Ding Und ja Wir, äh Hören und schreiben uns Jo Also, wenn Viel Glück den Fahrer an Jetzt, wo wir jetzt noch auf der Strecke sind Man Sieht sich Ja Bis Jo So Hier haben wir Dockracing im Bild Hier auf Provision 2 gelistet werden Hier haben wir Boymasters hier Wie gesagt, das ist noch nicht der Rennstart, der da jetzt eben war Aber wir haben erstmal Luftsäcker wieder bei uns Genau, genau Ich muss jetzt hier Das wird jetzt hier noch ein bisschen lecken Ähm In Kürze kommt Die Meldung Äh Dass das Rennen in der nächsten Runde freigegeben ist Wir wollen mal hoffen, dass das funktioniert Und äh Ja Hat das jetzt irgendeinen bestimmten Grund, dass Stefan Beumer zum Beispiel auf 2 aktuell ist? Ja Wann die Erklär ich gleich Erklär ich gleich Okay, gut Wenn Lutz das sagt, dann Ja, nein, das ist alles richtig Das ist alles völlig richtig Ich muss nur ganz kurz bei den Jungs im englischen Stream noch das Overlay ändern Oh, das ist der ARD abgestart Nö, doch nicht Na doch, ich hab schwarzes Bild Also bei mir Na, wenn ich nicht schuldig Ja 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 Man Entschuldigung Ey, ich krieg hier gleich ein Anfall So. Genau, wir sind hier wieder da, wo wir sein sollten. Der Rennstart läuft und in diesen Sekunden erfolgt der Restart und wir sind froh, dass das hier richtig gut vorangeht. Und ich werde Ihnen kürze erklären, warum die Aufstellung jetzt so seltsam ist. Das ist kein Hexenwerk, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Full Course Yellow. Und somit stehen die Fahrzeuge nicht in der Reihenfolge des Rankings, sondern so, wie sie zuletzt über Start und Ziel gefahren sind. Das heißt, der erste ist, was weiß ich, hinter, war gerade am Überrunden, also steht der Überrundete, der zu Überrundende jetzt vor ihm. Und deswegen gibt es jetzt jede Menge blaue Flaggen und das gesamte Scoring wird sich beim Überfahren der nächsten Runde einmal aktualisieren und dann stimmt es. Das heißt, Marcel gibt jetzt im Prinzip die Runden dazu und dann ist das wieder alles richtig. So, und jetzt ist es im Prinzip schon richtig, wie ihr seht. Also jetzt im Scoring führt Independence vor Allstar und GAL XF. So, das Plugin läuft. Bitte benutzt die IP des Servers zusammen mit dem Port 8080. Hatte ich aber jetzt mehrfach angesagt. Ist er noch da, Christoph? Hallo? Oh, der hat sich hier gemutet, das ist ja lustig. Ich dachte, der ist noch da. Gut, also, natürlich ist jetzt hier jede Menge Hektik auf der Strecke und, äh, weil hier natürlich jetzt erstmal überrundet werden muss und, äh, natürlich werden jetzt hier die blauen Flaggen nicht wirklich, ähm, werden jetzt natürlich nicht bestraft. Aber hier geht es natürlich jetzt voll rund. Und wir gucken mal nach vorne zu, äh, Allstar. Die müssen jetzt hier erstmal an Witschhut vorbei. Und ich sehe, das RML-Team ist schon in der Box. Warum das denn? Hm, holle Sache. Hm, holle Sache. Hm, holle Sache. So, da sind wir wieder. Ja, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das hier alles super gut von starten geht. Alex Piccolo hat jetzt hier auch Allstar gut durchgelassen. Also, wir werden sehen, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Natürlich haben wir jetzt keine direkten Abstände. Ähm, aber schon auch hier die Leute, die jetzt hier unterwegs sind. Zum Beispiel Daniel Hake, der hat jetzt zwei Sekunden Rückstand auf das Team von RSR Gaming. Also, das sieht hier alles relativ gut aus. Allerdings vermisse ich... Nee, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Auch das Team 2 von GAL XF Racing ist auf der richtigen Position. Ich weiß jetzt nicht, was mit Christoph ist. Ich hoffe, der kommt hier mal ganz schnell wieder. So, wir haben jetzt noch Rennzeit 1 Stunde 25 und ich bedanke mich bei allen Teams und allen Fahrern für die vorbildliche Disziplin während der Restart-Phase. Ähm, das hat jetzt etwas länger gedauert, weil wir mussten den Server wechseln. Und, äh, sonst hatte ich immer einen zweiten Server vorbereitet. Und, äh, ja, dadurch, dass wir heute aber eine neue Version des Plugins eingesetzt haben, war das Plugin noch nicht auf dem Server. Musste erst dort hingeladen werden. Äh, Java installiert, Blablub und, ähm, die aktuelle Version und so weiter. Und somit hat sich das heute hier ein bisschen verzögert. Äh, natürlich der Restart. Das reine Restart-Prozedere dauert ja auch nochmal gut 10, 15 Minuten, bis das dann alles wieder am Laufen ist. Also somit haben wir jetzt hier, ähm, ja, fast 40 Minuten vertrödelt. Aber ist nicht zu ändern. Wir fahren jetzt noch anderthalb Stunden, sodass die insgesamt die 12 Stunden Rennzeit, ähm, bleiben. Äh, wir sind dann also gegen, ca. gegen 1 Uhr fertig. Also insgesamt mit einer Verzögerung von, ja, knapp 47 Minuten. So, gehen wir mal gucken. Hier ist natürlich jetzt überall Betrieb. Wir sind jetzt hier bei Alex Rambo im Auto, der jetzt hier von Symmoristic 4Land durchgelassen wird. Und klar gibt's jetzt hier überall blaue Flaggen, weil die Teams, die vorne sind, müssen natürlich jetzt erstmal wieder, ähm, ja, in ihre Position kommen. Also wie gesagt, es ist ein, ähm, äh, es ist ein, ähm, äh, es ist ein, ein Restart gemäß den Regularien einer gelben Flagge. Geht auch gar nicht anders. Ähm, das heißt, Teams, die halt, ja, noch andere zu überrundende Fahrzeuge zwischen sich und ihrem direkten Gegner hatten, müssen da jetzt genauso dran vorbei, als wäre das Rennen normal weitergelaufen. So, Alex, kriege ich gerade gesagt, wurde abgeräumt. Ich sag mal, bei so einem Restart, jetzt liegen auch ein bisschen die Nerven blank. Ich will's nicht schönreden. Es ist immer extrem ärgerlich, wenn das passiert. Äh, wollen mal hoffen, dass das Ganze sich in Kürze normalisiert. So, Danieles Confianza hier für RSR. Auf der Position 6, 3-Wide Motorsport, äh, auf der Position 5, Entschuldigung, Marius Berth für 3-Wide Motorsport auf der 4. Den haben wir hier und der ist jetzt dran an Alex Piccolo, äh, um ihn zu überrunden. Das ist natürlich jetzt, äh, nochmal bitter, äh, für die Teams, die, ja, ähm, nur, vorher nur eine Runde Rückstand plus aber, ähm, ja, eine entsprechende Minutenanzahl hatten. Äh, die sind natürlich jetzt, ähm, stehen jetzt natürlich gleich wieder zur Überrundung an. Also, die kurz, die auch vorher kurz zur Überrundung standen und der Alex macht das jetzt hier wirklich, also, ja, wir werden sehen, was mit den Protesten ist, die, äh, ihm, die zu ihm, gegen ihn ausgesprochen wurden am Anfang des Rennens. Müssen wir uns die Situation noch anschauen. Ja, wir werden sehen. So, unsere Zuschauerzahlen steigen auch wieder, wir sind gleich wieder bei 80, 79 im Moment, also, ja, ich bin schwer begeistert, auch mal herzlichen Dank an unsere Zuschauer, die das jetzt hier ausgehalten haben, diese Zeit. Ich bin überzeugt, das sind nicht nur, äh, Mitglieder der Teams, die hier gerade nicht fahren. Also, ziemlich coole Nummer. Ja, also, zum Grund, nochmal, der Server reagierte so gut wie nicht mehr. Es waren aber, ich habe zwei Maschinen dort in diesem Rechenzentrum stehen und beide Maschinen waren so gut wie nicht zu erreichen. Also, Teamviewer bzw. eine Mood-Konsole haben ewig gebraucht, bis sie sich verbunden haben. Wir konnten dann wenigstens noch das Resalt-File sichern. Ähm, ja, nach circa, während wir dabei waren, den neuen Server einzurichten, stellten wir fest, dass der alte wieder normale Speed hat. Aber da wir nicht wissen, was da jetzt in diesem Rechenzentrum vorsichtig gegangen ist, haben wir gesagt, nee, ähm, das riskieren wir nicht. Wir fahren jetzt auf der Maschine und wir sind jetzt, wie gesagt, äh, die Maschine wurde neu installiert. Die IP-Adresse ist ja noch bekannt, die haben wir ja extra nicht mehr benutzt, weil es da massive Probleme gab in der Vergangenheit. Aber die Maschine ist neu connected mit derselben IP-Adresse zwar, aber, ähm, und hat die letzte Zeit keine Probleme gemacht. Ich hoffe, die hält jetzt hier die anderthalb Stunden durch. So, ich begrüße Christian L. Punkt. Lehmann? Ja, der Herr Lehmann. Ja, genau. Wie bei... Ach, nee, das war Hempel unterm Sofa. Ja, nee. Ähm, Christian. Ja, alles gut soweit? Naja, wie man zimmt, ne? Was war das für ein Boxenstopp? Äh, ne, zwei Boxenstops. Wie zwei? Ähm, nach dem Neustart, ähm... Ich weiß jetzt nicht, wer es war und da auch keinem irgendwie die Schuld zu weisen. Ich meine, Niklas ist den Start, den Restart gefahren. Ja. Ähm, vorne wurde die Speed angezogen, auf einmal wurde abrupt mal irgendwo wieder verlangsamt oder voll auf die Bremse getreten. Mhm. Und einer hat rausgeschert und der andere hat dann Niklas den Splitter verloren. Mhm. Ist in die Box, hat das Auto auch direkt an Robin übergeben, der war recht genug auf dem Server drauf, aber hat keinen neuen Splitter bekommen. Ja. Daraufhin ist dann Robin wieder in die Box, hat das Auto jetzt wieder Niklas übergeben. Der hat jetzt, Gott sei Dank, einen Splitter, aber, ähm, ja gut, von Position drei dann jetzt auf sieben. Ja. Na gut, ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich ganz selbst sein. Gut, äh, die Position, in der ihr eben ins Rennen gegangen seid, war nicht eure Rennposition. Ja, das ist mir bewusst, aber wenn man das zurückgerechnet und so, ne, war ich die ganze Zeit, also drei waren, also wären da gewesen, drei oder vier. Ja, das ist natürlich ärgerlich, klar. Aber gut, äh, immer noch besser als ein Disconnect und, ähm, ja, jetzt hoffen wir mal, dass das hier alles gut geht. Ich bin ja froh, dass schon wieder jeder da ist. Ich weiß ja nicht, was mit dem Christoph passiert ist, ob der eingeschlafen ist. Aber ich weiß, dass er moderiert hat, während ich die Autos auf die Strecke geschickt habe. Und, äh, wie auch immer, was auch immer jetzt das Problem ist bei ihm oder warum er weg musste, sei ihm verziehen. Weil, ganz ehrlich, ohne Christoph wäre hier der Broadcast überhaupt nicht möglich. Und, äh, oder nur phasenweise, ganz oft dann ohne Moderation. Also, das ist schon ziemlich cool. Ich erinnere ihn fleißig dran. Ja, naja, gut, er ist wirklich ein sehr, sehr gewissenhafter und ordentlicher. Ich meine, klar erzählt er manchmal, wo man sagt, ja, ist gut jetzt. Aber das passiert mir genauso, dass ich mich in irgendwelchen Themen verliere. Und, äh, er macht das wirklich von Mal zu Mal besser. Und er hat mittlerweile, ist er richtig gut geworden. Also, wenn ich da so an früher zurückdenke, also, da hat er sich wirklich vieles angeeignet. Und das klappt jetzt richtig gut. Und vor allem, wie gesagt, man braucht nicht erinnern oder sonst irgendwas. Er ist immer da. Und, äh, auch wenn er mal irgendwo einspringen soll, man schreibt ihm in der SNS, ja, mach ich. Ich hab noch nie ein Nein von ihm gehört. Ich glaub, das Wort kennt er nicht wirklich. Ist aber bei uns auch so. Also, wenn er ihn fragt, er hilft echt immer. Also, da kann man echt nichts gegen sagen. Ist echt top. So. Wir gucken mal hier weiter. Da haben wir den Daniel. Bitte? Wollte ich nur aufklären, was da halt war mit Niklas. Ja, genau. Wo wir so zweimal in der Box waren. Ja, nee, das ist, äh, ja. Aber, äh, die anderen Teams sind, sind, sind gut. Hatten keine Probleme. Äh, nee, da war alles soweit okay. Überhaupt, das dritte Team freut mich persönlich sehr. Weil da der Philipp Nelle und der Thorsten alleine fahren. Und der Thorsten ist eigentlich sehr, also, was heißt der, krank? Er ist krank, definitiv. Ja. Ähm, macht da echt einen guten Job. Ja. Und auch der Philipp ist verdammt schnell. Also, freut mich echt bei denen. Äh, das 2er Team hatte halt heute auch schon so ihre Probleme mit Disconnect. Aber trotzdem haben sie auch von den Positionen, ich denke mal, wenn man drei Teams an den Start bringt, und jeweils nur zwei Fahrer, ist schon ganz okay. Okay. Klar, für das erste Team jetzt ärgerlich. Aber gut, er hätte jedem passieren können, ich meine. Ja, natürlich. Spaß hat's auf jeden Fall gemacht. Oder macht's immer noch so. Du kennst uns ja. Wir sind auch schon weitergefahren mit, weiß ich nicht, wie viel Disconnect. Kommt ja auch ein Spaß drauf an. Definitiv. Definitiv. Also, wie gesagt, ähm, ähm, dieser Disconnect jetzt hier, äh, da war diesmal weder R-Faktor noch irgendwas anderes schuld, weil der zweite Server, den ich hier habe, war auch so gut wie nicht zu erreichen. Also, nur nach, also wenn man, wenn man, äh, gesagt hat, Connect, dann hat das ungefähr 10 Sekunden gedauert, dann hat sich das Team-Viewer-Fenster ganz langsam aufgebaut. Also, der hatte so gut wie keine Bandbreite mehr. Und, ähm, äh, das war ja auch der Grund, warum das nicht abrupt alle runterflogen, sondern ein paar noch drauf blieben und, äh, äh, das Coring sich alle 10 Sekunden mal irgendwann aktualisierte. Ähm, ähm, ja, Wechsel sind auch möglich, aber ihr habt ja schon gewechselt, gut. Ja, 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 der, ja, zweifach getestet, also. Ja, gut. Wunderbar. Und ich sag mal so, selbst wenn es jetzt irgendwie am Plugin auch gelegen hätte, was definitiv hat man ja gesehen mit dem Server, ähm, was ihr hier macht, echt super Job. Ähm, wie viel schon viel, oder das öfter gesagt wurde, ohne das Plugin, das würde es ja gar nicht ermöglichen, dass ein Rennen in dem Umfang mit so vielen Fahrern, ja, noch so stattfindet, würde ich mal sagen, ne? Allein deswegen großes Lob. Ja, mit so vielen Fahrern im Ziel zu sehen, ja. Ja, deswegen großes Lob, auch wenn da mal was vielleicht mal schief geht mit dem Plugin und, und, und. Wie du ja sagst, teilweise, ja, wie du teilweise sagst, Lernphase und, und, und. Aber, ähm, wenn sonst ein Disco, also ich meine, ich bin auch schon bei anderen, möchte ich da jetzt so die Namen nicht sagen, aber Langstrecken, ja, da war dann Feierabend. Die haben es dann durchgezogen, selbst wenn nach 24 Stunden dann noch drei Autos, ja, war super, was sind das für Langstrecken, also. Mhm. Also das Plugin ist ja echt super. Ja, das kennen wir ja zur Genüge selbst. Ja. Das niedrigste, was wir mal hatten, waren, ich glaube, sieben Fahrzeuge. Das war gleich im ersten Rennen. Ähm, und ansonsten waren es dann von 45 gestartet und immer so 12 bis 15, die dann ins Ziel kamen. Und, ähm, das ist natürlich hochgradig unbefriedigend, weil man darf nicht vergessen, das ist, sind drei Viertel fast, die das Rennen nicht beenden. Und, ähm, also 75 Prozent sind gefrustet. Und das sind ja nicht nur 75 Prozent der Teams, sondern zu jedem Team gehören ja in der Regel auch vier Fahrer. Und, ähm, bei einem 24-Stunden-Rennen, ähm, ja, äh, da hat man halt das Problem, dass man dann, ne, die Leute, die wollen ihren Frust auch loswerden. Und dann ist erst mal derjenige, der das organisiert, die Zielscheibe. Und, äh, später beruhigt man sich dann. Und die waren zwar jedes Jahr wieder neu da, aber gut. Jetzt haben wir eine Rennserie damit, wäre, hat man vorhin ja schon mit dem Peter Grau besprochen, wäre unmöglich ohne das Plugin. Also ein Einzel-Event ist ja gerade so noch das, ne, machbare ohne das Plugin. Aber man weiß halt, dass gut 75 Prozent ausfallen. Und, ähm, äh, ja, aber so eine Rennserie ohne das Plugin wäre undenkbar. Nein, wie gesagt, deswegen, also Top-Arbeit, die ihr da macht und mit Marcel zusammen, weiß ich nicht, wer da noch dahinter steckt. Ähm, Marcel in, also Marcel zu 90 Prozent und, äh, oder sogar zu 95 Prozent und 5 Prozent der Achim Endbach. Ja, ne, er ist auf jeden Fall top, weil ich denke mal, ich spreche da so für alle, die hier in der Serie mitfahren. Ähm, klar gibt's welche, die dann vielleicht öfter einen Disconnect haben und dann sagen, okay, sie sehen da keinen Sinn mehr. Ähm, aber bei uns so von allen Teams und, ich glaub, in einigen Rennen oder so am Anfang, wo wir hier gestartet haben, hatten wir da ziemlich viel Pech. Auch öfters auf einer guten Position gewesen. Aber dann, das öfter ein Disconnect oder sonst was gehabt, aber irgendwie nie so einen Spaß verloren, weil wir dann gesagt haben, gut, jetzt sind wir schon zwölf oder dreizehn Stunden gefahren, dann machen wir halt auch noch einen Rest, weil von dir keine tausend Euro, ob wir erster, dritter oder weiß ich nicht, viel da werden. Hier soll's um Spaß gehen und das macht's unseren Jungs definitiv. Es kommen immer mehr auch von der Liga von uns dazu. Dann immer nebenbei verfolgen und fragen, ah, wie viel steht's und im Facebook schreiben und das, ja, also. Macht auf jeden Fall lau. Ja, es ist ja auch eine geile Leistung, die von den Fahrern gebracht wird, das ist ja keine Frage. Ich mein, schau einfach, rechne mal nur die Trainingsrunden zusammen aus den Hotlabs und wie viel da im Schnitt trainiert wird. Jörg Langen treibt ja den Durchschnitt schon unglaublich hoch. Aber es ist schon so, dass jeder so ein paar hundert Runden hier definitiv trainiert. Und das ist, wie gesagt, das wird ernst genommen, trotz der Problemchen, sag ich mal, die wir haben. Und, ähm, ja, also wie gesagt, jetzt ist natürlich jetzt ganz, ganz schwer, äh, nach dem Restart, äh, hier die, ähm, die Ergebnisse jetzt da einzupflegen von vorhin. Aber ich hoffe, dass das funktioniert. Gut. Du bekommst es bestimmt. Christian, nichtsdestotrotz, wo, äh, also ich mein, ähm, der Niklas ist jetzt auf sieben, ähm. Und hat wie ein Splitter, ja, aber nach vorne, denke ich mal, ja. Nicht wirklich, also, ne. Und alle da vorne, außer Daniel Hake, der hatte nur eine 2.02, alle auf 2.01er Zeiten da vorne. Aber alle, durch die Bank. Ja, das stimmt. Ja gut, also ich denke mal nach vorne so, wird schwer, außer es passiert. Ich wünsche es keinem, aber, naja, man kennt es ja, ne. Ja. Und ansonsten... Wir gehen mal hin zu Marius Bert, der fährt nämlich jetzt ran, hier an Maximilian Melamed, aber ich glaube, der Max ist da gerade erst vorbei. Ja, definitiv, der fährt da nicht ran, der Max war in Position weiter hinten. Also ich denke mal, dass die, dass das Ranking auch nach wie vor noch stimmt. Äh, wir mussten natürlich ein, wir konnten nicht die letzte Runde nehmen, weil da schon viele Teams ausgefallen waren. Mussten da ein Stück zurückgehen, wo halt der Server noch keine Probleme gemacht hat. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung so. Bei uns hat alles soweit gepasst. Ja. Na gut, Lutz, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, super, alles klar. Vielleicht macht der Weber ja nochmal auf. Jo, jo, kann gut sein. Ich gehe davon aus, das wird schon noch werden. Und, äh... Wir hören uns dann eh nochmal. Na klar. Gut. Okay, mein Lieber. Okay, bis denn. Bis dann, tschüss. Ciao. Bis dann, tschüss. So, wir sind jetzt auch mal ganz mutig und lassen den Stream jetzt hier auch durchlaufen. Wir machen keine Unterbrechung mehr. Die hätten wir nämlich um 10 machen müssen. Das haben wir ein bisschen verträudelt hier. Oder war die ganze Zeit... Guten Tag. Guten Tag, Herr Reiter. Da war die ganze Zeit die Diskussion hier im Gange. Dann habe ich es vergessen. Und dann kam der Abbruch und jetzt lassen wir es laufen. Dann split man das Fall. Na ja. Micha. Ja. Äh, der Stefan war ganz aufgeregt während der Startphase. Äh, ja, hat sich jetzt gelegt. Äh, bei uns ist jetzt eher, äh, miese Stimmung. Ja, ihr habt natürlich euren Vorteil verloren mit den Boxenstops, ne? Äh, äh, nö, das nicht mal, aber, ähm, wir sind halt jetzt durchgegangen und, äh, haben halt festgestellt, dass da einiges nicht so stimmt, wie es jetzt da läuft. Wieso? Ja, der Mariusbert war, äh, 58 Sekunden hinter uns. Ja, das ist ne Geldphase. Nö, 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 der Melamed war da locker nochmal eine Minute hintendran und er fährt jetzt plötzlich auf drei, genau wie Hakel. Die waren alle in einer Runde und das wird zusammengeführt. Ja, da, äh, sind wir uns eben nicht so einig. Bis Platz acht waren alle in einer Runde, definitiv. Also, das, das, das weiß ich mit Sicherheit, weil ich hab auch einen Screenshot von, ähm, von dem Scoring, äh, vom Abbruch. Und, ähm, die waren alle in einer Runde und das ist nun mal das Leiden einer Gelbphase, dass dann die ganzen rausgefahrenen Abstände wieder zusammengeführt sind. Ja, und, äh, da drin ist uns jetzt relativ Latte. Also, ich denk mal, Stefan fährt den zweiten vielleicht noch nach Hause. Aber, was halt, äh, sehr, sehr merkwürdig ist, dass die Jungs mit den Disconnects, äh, jetzt so nah an uns dran sind, obwohl wir noch nicht einen hatten. Und das nervt halt schon extrem. Gut, äh, es sind, es sind noch ein paar Sachen, ähm, offen, ähm, wo eventuell noch Zeit wieder dran gehangen werden muss. Das ist schon noch so. Und, ähm, 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 ich kann jetzt nicht mehr, ich hab hier meine, meine Liste, wo ich, wo ich weiß, die muss ich noch alle durchgucken. Also, das, äh, das Ergebnis, was wir hier heute am, äh, um eins haben werden, ist sowas von inoffiziell. Also, wir können zwar so ein paar Interviews machen, aber dann auch wirklich nur mit den Teams, die jetzt, im Prinzip müssen wir, müssen wir die ersten fünf, sechs interviewen, um sicherzugehen, dass wir die ersten drei nach dem offiziellen Ergebnis überhaupt dabei haben. Ja, ich denke, das war viel diese Strafenrausnahme. Also, ich fand das besser. Nee, 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 wir haben keine Strafenrausnahme. Nee, 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 vom Plugin da, mit diesem, äh, mit diesem Rejourn, weißt du? Nee, nee, wir haben einfach nur, nein, wir haben tatsächlich einen Denkfehler gehabt bei den, ähm, äh, wenn einer Escape drückt. Äh, an bestimmten, dass das an, an, äh, je nachdem, wo der ist, unterschiedliche, ähm, also ob das in der Box drückst oder, äh, direkt nach Start und Ziel. Ähm, zum, und das haben wir hier aber alles auf dem Zettel. Das heißt, diese Zeiten, die da, äh, mancher hat gar keine Strafzeit gehabt, also wirklich nur die reine Zeit zum Rejoin, manche haben 30 Sekunden, manche 40 Sekunden gekriegt, das wird gegengerechnet. Das muss gegengerechnet werden, es geht nicht anders. Und, äh, das ist alles, äh, das hab ich alles direkt mitgeschrieben, äh, nachdem ich bereits gemerkt habe, dass bereits nach dem Start, äh, drei Teams, äh, eine Runde fehlte. Und, ähm, deswegen hab ich das alles direkt auch mitgeschrieben, damit ich nachher weiß, worauf ich suchen muss. Also, da könnt ihr einigermaßen sicher sein, dass das sauber ist, äh. Ja, aber das hab ich ja nicht gemeint, Lutz. Ich, ich dachte generell, dieses, diese Strafe vom Tool, weißt du, diese fünf Minuten in der Box stehen bleiben. Ja, das war, diese, diese, dieses, äh, diese Zeitdifferenzen, die wir jetzt hier haben, die hatten wir vorher auch. Bloß ist es nicht aufgefallen, weil wir noch fünf Minuten Strafe hatten. Eben. Das ist das, äh, was mich ein bisschen verwirrt an der ganzen Geschichte, äh, es ist so, dass, das, das wir, das wir jetzt, das hier ohne, äh, ohne zusätzliche Strafe, ist im Prinzip genau das gleiche wie vorher. Nur, dass halt diese Strafzeit von vier Minuten, die wir vorher hatten, jetzt nicht nochmal draufgerechnet wurde. Ansonsten ist es so, je nachdem, wo derjenige Escape gedrückt hat, hat er einen kleinen Vorteil oder einen Nachteil. Du, da konntest du vorher nicht wissen, ne? Das hast du vorher nicht wissen. Das ist nicht aufgefallen, weil es relativ egal war, ob du fünf Minuten zwölf oder fünf Minuten, äh, neunundreißig gestanden hast. Da hast du dich nicht gefragt, warum hat der fünf Minuten zwölf gestanden. Ja. Ja, ist halt, im Moment ist die Stimmung leicht, äh, getrübt, würde ich mal sagen. Also ich denke mal, ihr müsst nicht betrübt sein, ihr seid richtig gut unterwegs. Und, äh, Stefan ist fünf Minuten, äh, fünf Sekunden hinter Ronny, anderthalb Sekunden dahinter ist der Melamed. Und, äh, ja, ich sag mal, wenn man sich die Zeiten so anguckt, äh, gut, Stefan jetzt in der letzten Runde vier Zettel langsamer, aber ich denke mal, da geht noch ein bisschen was. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ja. Also, Stefan ist ziemlich ruhig, sag ich mal. Zu RML Independence, Independence Simulator GT3 waren die ersten mit einer Runde zurück. Und RML 1 ist jetzt deswegen eine Runde zurück, weil sie direkt nach dem Start noch zweimal in die Box mussten. Ja, das hatten wir irgendwie anders in Erinnerung, ich weiß aber nicht mehr genau, wie, ich hab auch keinen Screenshot gemacht. Nein, definitiv, definitiv, ich, das kann ich dir zu 100% versichern, dass dem so war. Ja, ist ja auch egal, wie gesagt, ist ja nur eine Runde. Mach mal ab. Nö. Mach mich nicht. Ist mir das zu hart da mit deinen Stahlkörbchen. Nee, war ja zu komisch, weil Stefan war ganz ruhig und sagte, da stimmt irgendwas nicht. Und ich sag, warte, ich guck und dann kam Andi, ja, da stimmt was nicht. Ich sag, mach doch mal locker da. Geht ja mal, ja gut, war klar. Ja, nein, also ein Restart ist immer für den einen ein Vorteil, für den anderen ein Nachteil. Das ist einfach so. Das ist in der Realität nicht anders. Die hätten lieber gewusst, wie es ausgeht mit diesen Boxenstops, weil wir uns da ziemlich unsicher waren. Ja, frag mal Sebastian Röhn. Er hat mir keine Antwort gegeben da, weil ich hab ihn gefragt. Ich meine, ja, mit der Boxenstopp-Strategie, die hätten Spa locker gewonnen, wenn diese Restarts nicht gewesen wären. Ja, das ist immer bitter. Ja. Aber ja. Was ist eigentlich mit Christoph? Schläft der oder? Ja, ich weiß es nicht. Guckt der Beate-Use-TV oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaub, das gibt's da nicht, wo der wohnt. Boah, doch. Also, wenn man Dave da manchmal hört. Ich glaub, das gibt's schon. Ist ja jetzt nicht mehr so lang, ne? Ja, weil ich dachte, Stefan hat das große Grübeln gekriegt, warum er nicht als erster starten durfte oder wie auch immer. Oder weil der Stefan Bäumer vor ihm war. Ja, das hat ihn ein bisschen irritiert. Ja. Aber dann war's ihm klar, dass wir so starten, wie wir auf der Strecke waren. Ja, richtig. Aber dann hat ihn da Piccolo ein bisschen irritiert, dass der direkt hinter uns war. Ja, aber mit runden Rückstand. Ja, aber das wusste er ja vorher nicht. Und ich hab geflucht, weil das Goring nicht ging. Ja. Ja, war ein bisschen komisch jetzt, aber... Ja, gut. Also, ich denk mal, ich denk mal, das kriegen wir jetzt hin. Und ich bin sehr froh, dass das trotz der Widrigkeiten jetzt hier wieder läuft. Und, ja gut, jetzt sind wir halt bis um eins auf. Ich bin dann, mach wahrscheinlich dann die Nacht durch. Ja, das hast du ja auch verdient, ne? Was, die Nacht durch machen? Ja, ja. Finde ich schon. Ja, ich mach das auch gerne. Ja. Die Nacht durch. Glaube ich hier. Ja. Kaffee. Ein bisschen rechnen. Ja. So, was wünscht man sich mehr? Ja, ups. Piccolo hier mit dem Wegrutscher. Aber nichts Dramatisches. Ich find der immer noch geil, wie die Jungs da mit den Kilos fahren. Na, ist echt, also, besonders Ronny da, wie der da vorne durchdreht. Also, ich will gar nicht wissen, was der fährt, wenn er keine Kilos hat. Ja, das will keiner wissen, ehrlich. Das will wirklich keiner wissen. Wobei ja laut Sebastian das alles am Setup liegt. Ja, das glaub ich ihm sogar. Wie gesagt, wenn man sich so in den Setup reinbeißt, wie der Sebastian das macht. Und Ronny kann ja nicht Setup, ne? Ronny kann kein Setup, nicht mal ansatzweise. Wobei das auch genial ist. Du stellst halt Ronny hin und der setzt sich rein und sagt, ja, ist okay. Ja. Naja, vielleicht gibt der mir ja mal seinen Setup, wenn wir fertig sind. Du musst oft genug auf dem Trainings-Ober sein. Das ist schon mehr als einmal passiert, dass Sebastian dann mal auch an alle geschickt hat. Ja, das ist halt das Problem, da sind wir ganz selten. Ja. Ja, was heißt ganz häufig? Also, ich weiß von einmal, was passiert ist. Nicht ganz häufig, das ist Unsinn. Aber, ey, ihr könnt's ja mal ins Forum stellen. Das soll mal nicht so sein, ne? Ja. Immer dieser Ego-Trip, also ich verstehe das nicht. Ja, 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 dass sie immer nur an sich denken. Ich verstehe das. Einfach so öffentlich zur Verfügung gestellt und der Beste gewinnt damit. Fertig. Ja, genau. Der Beste gewinnt. Ja. Ja, ja, genau. Wir können auch mit dem Einheits-Setup fahren, das brauche ich aber dann. Das wäre noch besser, ja. Ja, genau. Ne, ne, das lassen wir mal lieber bleiben. Ja, Leute, ich glaub, da passiert nicht mehr viel jetzt. Außer doch, ah gut, Max hat eine Position verloren. Der Marius ist vorbei. Ja, ich hab's hier gerade gekriegt, aber die sind noch ganz dicht beieinander. Und, ja, und wenn ich das hier richtig sehe, haben die auch noch Besuch von einem RML-Team, von dem Niklas Maxchin, der sich hier zurückrunden will. Und das ist ja nur auch kein Nasenbohrer, der Niklas. Ne, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die so weit hinten sind, da. Ja, die waren zweimal an der Box, jetzt gleich. Okay. Die waren auf zwei, wohl, oder auf drei. Ähm, und, ähm, ja, und der Niklas hat sich wohl in der Formation Laptop da abgefahren. Na, und... Ja, und, äh, da hat wohl irgendeiner eine Bremsung hingelegt. Und, äh, da ist er, wollte er noch ausweichen, hat's aber nicht ganz geschafft. Naja, und dann hat sich einen Splitter abgefahren, hat der Christian eben erzählt. Ja, und dann ist er in die Box, wollte das Auto, hat das Auto übergeben, einem Teamkollegen. Und der hatte dann auch keinen Splitter. Dann haben sie es nochmal, sind sie nochmal in die Box gefahren, haben es wieder zurück übergeben und dann hatten sie einen Splitter. Ja, war das vielleicht nicht nur ein Grafikpack da? Passiert ja manchmal auch, da siehst du keinen... Oh, ich glaube, da ist gerade der Melamed tierisch in Bredouille gekommen. Wir gucken uns das nochmal an. Jo, und jetzt hängt er hier im Kies fest. Oh, das war hier eine Aktion mit, ähm, Max Schien. Jo, da kriegt er eine mit. Wir sehen was. Und dann geht's natürlich ab. Ei, wie bitter. Und dann auch noch voll in den Kies und vorne und hinten eingeschlagen. So, und jetzt muss er natürlich hier erstmal raus. Und das ist... Oh, das ist so bitter. Ja, das ist böse. So, wir gehen wieder live. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob er in die Box muss. Jo, ich denke schon. Oder er riskiert, weil Boxenstopp jetzt, äh, kostet dich ja jede Menge Zeit. Vielleicht riskiert das auch. Wieso? Ja, wenn er jetzt in die Box geht, äh... Ja, ja, jetzt kann er nicht in die Box. Also, wenn das Auto noch einigermaßen fahrbar ist, muss er weiterfahren. Und ich meine, er ist jetzt in der lustigen Truppe. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Mit Piccolo, mit, äh, mit, äh, RSR, äh, Gaming. Und, also, da ist jetzt auch mal nicht so einfach, äh, Lichthupe geben. Also, ich weiß gar nicht, wer gesagt hat, die blauen Flaggen kommen zu früh. Äh, Piccolo hat... ...jetzt blaue Flagge gekriegt. Also, zwei. Also, das ist, ähm... Ja, ich finde sie halt ein bisschen zu lange, also, äh... Hm, fand ich gar nicht. Also, wenn der vorbei ist, pass auf jetzt, es geht Melamed vorbei. Und eine blaue Flagge ist weg von Piccolo. Ach ja, stimmt. Das geht eigentlich, schaut eigentlich genau hin. Ja, im Spiel siehst du sie halt ziemlich lange noch oben links. Ja, die ist ja völlig unwichtig im Spiel. Ah, gut, das wusste ich eben nicht. Die, die im Spiel ist völlig, äh, weil, da kriegst du ja im Prinzip von jedem, der mehr Runden hat, ähm, äh, beziehungsweise die schnellere Rundenzeit gefahren hat, kriegst du ja eine blaue Flagge und von denen, die mehr Runden haben. Also, das, das brauchst du nicht. Nee, 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 hier, das ist wichtig, was das Flaggen anzeigt. So, und jetzt sind alle blauen Flaggen gecleant. Alles ist schön. Tolles Feature, jetzt sind sie wieder da. aber nicht für piccolo aber für einige hinten dran ja das ist dann halt bei anderen dann so gehen wir mal gucken wie es jetzt vorne ist und zwar wird sehr eng jetzt bei rsr gegen millimeter ist mir damit jetzt wohl vorbei er scheint nix am auto also nichts großartiges am auto zu haben richtig also scheint geklappt zu haben er ist durch und fährt natürlich jetzt hier sich die wut aus dem bauch ja die 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 ss schikanen die sind gefährlich wenn er da wirklich hin dran bis im windschatten und da bremst einer nur kurz oder geht nur kurz vom gas da hast du keine chance mehr weil wenn du bremst geht dir direkt das auto weg ja ja tolle sache eng ist hier auch nichts mehr so wirklich nur wirklich eng schon noch wenn ich mir vorstelle also wir hatten form abbruch die ersten drei innerhalb von zehn sekunden das haben wir jetzt auch also das einzige ist halt dass ihr gegenüber ich glaube es wie weit den vorteil hat nicht noch mal stoppen zu müssen oder nur noch einmal stoppen zu müssen wie weit hätte noch zweimal reingemusst ja richtig richtig jetzt gern gewusst ob es ausgegangen wäre gegenüber ronni aber ich glaube da der der röhl ist so ein fuchs ich halte ich halte ich auch für für unwahrscheinlich nicht für ausgeschlossen aber ihr hättet insgesamt dann wohl einen boxenstopp mehr gehabt aber am ende von der strategie ich glaube ihr wart relativ gleich auf ja ich denke auch weil weil ronni war noch bei uns im ts vor dem restart und sebastian sagte ja wir hätten das ding definitiv gewonnen und ronni sagte woher willst du das wissen das sehe ich jetzt nicht so weil wir hatten ja 56 sekunden vorsprung nene hatte zum zeit das war schon ihr wart schon wieder so gern 50 ja 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 50 ja aber dann war ja noch ein bisschen zu fahren deswegen sage ich ja ich hätte das gern gesehen aber gut ein andermal so da hinten fliegt glaube ich das ja auf dem kerb und dann ist ende gelände ja gucken wir noch mal da war aber kein anderes auto involviert hier geht es ab dafür und ja so mal gucken schlägt da ein konnte das auto gerade noch so von der mauer fernhalten aber schön zu sehen dass er sich sauber wieder auf die strecke also abseits der ideallinie wenn es war von der seite aus nicht schwer von der anderen seite wäre es schwerer geworden aber hat wirklich geguckt dass er da nicht so weit auf die strecke raus fährt das ist ja auch immer so ein thema und ich denke mal die haben jetzt alle so ein bisschen hals klar ja denn die fahren einige jetzt glaube ich mit messer zwischen 10 ja und für die independent sim racer gt3 hier mit andrea laikam war der restart ja ein vorteil und die waren auch nicht schon waren die waren auch vorher auf acht jahr ja die sind die ganze zeit auf acht schon schon ja schon ziemlich lange ach ja stimmt das ist ja team 3 nicht team zwei team 2 ist ja ausgefallen schon und steuig zeiten ja jetzt ist max in der box laut timing ja das ist sehr früh in 40 minuten jetzt gefahren und wir haben noch 50 minuten zu fahren das heißt das ist jetzt zeit also er wird mit sicherheit der erste sein der nicht mehr stoppt aber er wird auch derjenige sein der am längsten steht jetzt beim nachtanken weil der muss echt voll tanken ja ich denke mal der lässt wahrscheinlich sogar reparieren oder naja nee das auto war ja nicht wirklich kaputt wo ist er jetzt hin ach carsten willhelm geht ins auto war ich jetzt erschrocken dann war das auto eventuell gelb und durch den fahrerwechsel ist er dann repariert ja richtig das finde ich auch so ein blöder bug bei afagon dass dann direkt der schaden wieder da ist bei der kleinsten berührung ja das ist der neue fahrer ein komplett repariertes auto bekommt finde ich bescheuert warum kann er nicht mit dem kaputten auto weiterfahren aber ist auch richtig ronnie dreht seine kreise ja ja also ist samstag abend 12 uhr ja ja ich habe auch schon gesagt normalerweise ist das nicht die zeit woran die rennen fahren sollte aber manu hat verhindern geschrieben heute schon ach so okay solange du die füße unter meinen tisch streckst hast du keine frau im arm wenn ich jetzt ja ist schon klar finde ich jetzt blöd da hatten wir ja auch so ein bisschen drauf gehofft dass ronnie ab 11 uhr auf die pirsch geht und sebastian zu ende fahren muss weil wenn sebastian zwei stunden am stück fährt dann wird er zittrig glaube ich 6 sekunden hat er jetzt vorsprung auf stefan sechseinhalb aber dafür ist der bad dran an stefan auch timing eine sekunde ja ich glaube eng wird es nur noch auf den ersten drei plätzen ja 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 Äh, war ich jetzt zu hören? Nein. Super, weil mein Stecker war hier rausgezogen, warum sagt hier keiner was? Ja, ich dachte, du wirst Kaffee machen. Nee, war kein Kaffee machen. Ich hab mit dir geredet, aber ich hab keine Antwort. Ich lese hier das ganze Scoring vor und mache und tue und wundere mich, dass der Reiter nichts sagt. Ja, clever. Oh, ich hab dich hier was gefragt, aber keine Antwort. Ich hab keine Kaffeemaschine gehört. Keine Ahnung. Ja, nee, der Stecker war ein Stück rausgerutscht und... Ja, ist ja schon spät. Ja, genau. So, jetzt wird's heavy hier mit Boxenstops. Es gibt momentan drei Teams in der Pit, unter anderem auch Witchwood. Ja, ich bin eigentlich auf die ersten drei gespannt, Boxenstopp-technisch, weil wir waren ja von Beginn an des Rennens unterschiedlich. Also, Ronny fuhr irgendwie am längsten und wir waren immer als Erster drin. Mhm. Und jetzt sieht das... Ich weiche dich. Ja, im Prinzip ist es Banane, weil es unterscheidet sich dann einfach nur noch, wenn Ronny jetzt wirklich drei Runden länger draußen bleiben kann wie ihr, spielt es keine Rolle mehr für euch, weil dann kommt er da eh nicht mehr ran. Äh, es sei denn, äh, er fährt so grottenschlechtere Rundenzeiten jetzt zum Schluss, bevor er in die Box kommt, dass Stefan da zwei Sekunden schneller fährt. Ja, das, äh... Aber das wird nicht passieren, denke ich mal. Nee, das passiert auch nicht. Und alle vorne sind auf einem Level. Ja, ja, definitiv. Ne? Ronny, 225. Marius war bis eine Sekunde dran, aber jetzt nicht mehr. Genau. Ronny, 225. Stefan, 222. Äh, Marius, 225. Äh, 229 für Daniel Hake, 225 für Daniels Konfierenzer. Ah, jetzt ist Ronny in der Box. Bitte? Jetzt ist Ronny in der Box. Sind sie mit zu wenig Sprit losgefahren, oder wat? Jetzt ist er, ja, jetzt ist Stefano Marius vorbei. Ist aber deutlich früh, entweder haben sie das Motorprogramm hochgemacht. Ja gut, es spielt jetzt im Prinzip keine Rolle, sie haben ein komplett neues Auto gehabt und die können jetzt echt Motorprogramm 3 fahren, wie sie lustig sind. Ähm, weil den Sprit, den sie jetzt dadurch vielleicht vergeudet haben, der macht's hier nicht mehr. Also... Ne, ich glaub auch nicht. Ne, er hatte jetzt 6 Sekunden Vorsprung. Und, äh, da müssen sich die anderen schon aber deutlich jetzt... Ich denk mal, wenn der rauskommt, fährt er wieder 2 1er Zeiten jetzt. Ja, geh ich schon aus, weil Carsten fährt die jetzt auch mit frischen Reifen. Ja. 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 Ja, wir waren halt auch am Anfang am überlegen, aber ich glaub Stefan hat's nicht gemacht. Glaube... Ne, ich bin mir sicher, der Ronny ist schon wieder... Ja, der fährt schon wieder raus. Was ist das? Das sind noch 40 Minuten. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Da haben wir Carsten Willehelm. Der geht jetzt hier richtig hammerhart zur Sache. Ist 24 Sekunden hinter Ronny. Und Ronny hat... Dem fehlen 28... Ja, knapp 40... Ja, also... Ja, 48 sind's doch Stefan. Ja, knapp 50. Ja, knapp 50 Sekunden, also... Wobei das dann wieder aufgeht, wenn Stefan weniger tanken muss, ne? Ja, wenn er wirklich jetzt noch 3, 4 Runden draußen bleiben kann, ja. Oh, jetzt ist der Bert an ihm vorbei. Was ist denn jetzt passiert? Ja, das gucken wir uns... Ne, jetzt ist Marius in der Box. Ah, okay, ja. Der fährt dann eher über die Ziellinie, glaub ich, ne? Als Stefan. Wenn er in die Box geht. Ja, Stefan ist wieder vorne, genau. Jungs? Ja? Kann's sein, dass ihr im Replay seid? Das kann sein. Weil Gott... Ja. Ja. Danke. Ei-marmel-Profis arbeiten. Ei-marmel-Profis arbeiten. Ei-marmel-Profis arbeiten. Ja? Das geht ja mal gar nicht. Das tut weh. Das schmerzt. Das tut so weh. Ja. Ich helf doch gerne. Ja, ja. Nein, nein. Also, ich mein, das ist ja einer von den Guten. Also... Ja. Sehr viele gibt's dann nicht, aber er ist einer von den Guten. Guck mal. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha. Pfff. Guten Abend. Was hast du da mit dem Niklas gemacht? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wolltest du mit mir kuscheln. Oh, der Sebastian ist da. Der Sebastian ist da. Nein Herr Rhön. So Herr Rhön. Wie lange ist es her? Sebastian, wie lange ist es her? In Daytona warst du glaube ich gar nicht da, oder? Was ja? Doch dann am äh... Ah... Am... am... am Ende als dann schon alles zu spät. Jaja, genau. Genau, genau. ja ja ich habe euch interessanterweise zugehört und verstehe eigentlich nicht warum ihr das nicht auch macht also ich meine ich meine jetzt die teams gerade jetzt allstar und es ist ja jetzt die frage aufgekommen warum wir jetzt schon rein sind und es ist einfach ganz klar die je länger man draußen bleibt desto mehr verliert man durch die abgefahrenen reifen und wenn ich den stint kürzer machen kann dann ist das eigentlich besser also bis zum fuchs hoffe ich dass es sich ja so jetzt gucken wir mal jetzt ist der von mir ziemlich sicher ronny hat jetzt 49 sekunden rückstand nachdem stefan gestanden hat jetzt mal gucken das geht sich locker aus definitiv denke mal die zwei runden die jetzt länger draußen waren werden nicht reichen kommt doch wieder darauf an auf programme gewählt wurden wer wie viel verbraucht hat ja aber gut also ich kann sagen wir fahren definitiv kein höheres motorprogramm ja wir auch nicht und aber was den sprit halt betrifft das nachtanken geht hier relativ fix also zehn liter oder sowas das sind nur 30 in drei sekunden oder sowas also das macht gar gar nicht fett also was beim boxen stopp halt kostet ist der reifenwechsel ich glaube es durch er ist durch ja jetzt gucken wir mal stefan kommt jetzt hier wieder raus gut eine sekunde hat es gebracht obwohl das muss man auch jetzt erstmal abwarten ich glaube das hat nicht wirklich was gebracht eine halbe sekunde ja das ist richtig aber wenn halt jetzt jemand einen kompletten stint mit 100 litern zu ende gefahren wäre dann hätte unsere taktik definitiv was gebracht jetzt bringt das natürlich nichts ob das jetzt da nur ein zwei runden unterschied sind das ist dann egal wir haben jetzt noch 37 minuten zu fahren also alles schön soweit kannst du da nicht irgendwas klar machen oder so er kann dem rollen welt geben ja jetzt sind wir hier weil ich wieder alle zusammen so der marius jetzt hier ja was hat er rückstand ja auch sechs fünf sekunden auf stefan denk mal klar ronny fährt jetzt 216 ich denke mal das wird bei den bei stefan bei marius bei carsten daniel daniele wird das ähnlich aussehen die runden seiten nach dem boxen stopp ja nicht schlecht das ganze ja spannend bis zum schluss naja drin eigentlich wie immer oder wie fast immer wobei ich ganz ehrlich sagen muss dass ich das ohne den server crash natürlich besser gefunden hätte wahrscheinlich nicht nur ich er will kreis macht ihr fein platz ja stefan verliert jetzt hier zeit ich habe allerdings keine runden zeit von stefan ja ich sehe auch noch keine aber er hat jetzt eine sekunde glaube ich verloren ja in der runde hier da bin ich wieder joo aber gegenüber marius bert ist es nicht so dramatisch obwohl marius jetzt die letzte runde 201 1 44 gefahren ist fast seine persönliche best set wieder ja wie bitte fast seine persönliche best set ja ja die habe ich nochmal unterboten aber wir sind beide 202 08 gefahren da alex und ich okay aber alle diese zeiten also alles um die 1 herum niedrig das ist echt krank also das sind echt schnelle zeiten ja ja wobei ronny mit 60 kg und eine 2 009 ja also was der ronny da auffüttet das ist nochmal was anderes also das ist schon ronny ist out of order er hat 30 kg mehr als wir im auto und geht da ab mit säpfchen das ist aber ja schon immer so gewesen und das soll ihm auch zustehen ja ich glaube ja ich glaube ich glaube das ist ganz einfach zu erklären weil wenn die kein kein gewicht hätten wären die bei weitem nicht so gut weil ronny kennt das gar nicht anders und überall da wo strafgewichte waren hatte er welche und spätestens am ersten rennen und Sebastian ihr habt nach sparen noch nie wieder wart ja nie wieder mit 0 kg unterwegs ne ne Sebastian ist nicht mehr da ach so der ist nicht mehr da also waren sie auch nicht wir reden mit ihm ach ja er wollte uns ja nur darauf einstellen dass wir mit unseren Taktiken die wir da die ganze Zeit besprochen haben missgebaut haben missgebaut haben weißt du aber Michael eure Taktik war glaube ich schon ganz gut vor allen Dingen am Anfang und ähm ich glaube ähm wenn es jetzt hier nicht zum Servercrash gekommen wäre ähm hättet ihr euch am Ende kaputt gedacht weil das wir haben das mal wir haben das mal ja wir haben das mal durchgerechnet das das passte ganz gut ja ja schon aber ähm auch bei 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 Independence äh war das war das gut berechnet also äh das wäre verdammt eng geworden zwischen den zwei aber jetzt zu sagen wir können es ja nicht sagen der oder der Fakt ist es haben äh vor dem Serverabsturz vier Sekunden gefehlt um einen Boxenstopp rauszufahren ob wir die rausgefahren hätten äh na und dann steht ein Stern aber ihr wart auch einen guten Weg ja waren wir definitiv aber bringt jetzt alles nichts also nach unserer Rechnung hätte es gepasst ja wäre sich ausgegangen ganz knapp ganz 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 knapp ja gut das darfst du ja nicht vergessen ich wäre ja kurz vor Schluss nochmal ins Auto ja dann wär's natürlich wir wärst natürlich zu scheiße ja dann hätt ich da alles rausgeballert aber so 2-0-0-5 2-0-0-4 ja 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 du meinst du meinst 2-0-5 ja klar ja sag ich doch ja ich habe 0-0-5 verstanden ja ne hast du ja hast dich verhört Ne, die Jungs haben es verdient Wenn sie gewinnen, haben sie es echt verdient Ja, also, definitiv Einwandfreie Leistungen, das muss man wirklich anerkennen Blöd, das klingt, ich glaube, auch so Wie das Rennen jetzt dann aus Wenn es so ausgeht, wie es jetzt steht, dann Kommt es von der Performance auch eigentlich bei allen ganz gut hin Ja, kann ja jeder zufrieden sein Wir haben ziemlich viel Scheiße am Schuh Und Trotzdem noch fährt da Und sind mit drei Autos in den Top 10 Ja, verdammte Axel, was wollen wir denn mehr? Drei Autos auf den ersten drei Ich wollte gerade sagen, ein, zwei, drei Ah, kommt auch noch In vier Wochen Ja Habe ich jetzt mal angesagt Naja, okay Der Österreicher ist anders als andere Österreicher Ja, mei, der Raph Das ist so bei uns der Teamspruch Ja, mei, der Raph Trifft dir an Silverstone sehr gut zu Oh, es geht aber noch Also ich fand, da gab es andere Strecken, die waren schwimmer Ja, ich finde in Silverstone so Wenn der Tank bei der Mitte war So 50, 40 Liter Da ist es kritisch gewesen Aber danach ging es wieder Oh, die Reifen waren Ja, die Reifen waren echt Freunde Also das muss man wirklich sagen Und es gab so zwei Punkte Wo die abbauten Und das passte auch vollkommen mit dem Überein, was trainiert worden ist Und da konnte man sich sehr gut drauf einstellen Wurde in den Runden halt eben dann auch schon Von sich aus vorsichtiger Und das hat schon gepasst Wobei ich mich nicht anfreunden kann mit der neuen Strecke Ich auch nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wer die gebaut hat Also Hast du gehört? Ein Schulleiter Ja, das Gebäude Ich werde damit nicht warm Piccolo jetzt hier Ran an RML3 Also würde sich Hier mit einem Überholmanöver Wieder in die Top 10 bringen Eigentlich Von Richard denke ich auch in eine starke Form Mit 80 Kilo Ja Also wie sehr Erfahrene Leute Silverstone kennen Und auch so fahren Hat man bei uns In der Formel 1 Letztes Jahr gesehen Da ist nämlich jemand In die parkierte Boxengasse abgehoben Ja, das würde mir höchstwahrscheinlich auch passieren Ja Das ist man so gewohnt Aber wir haben vorhin einen auch gesehen Der wollte da rein Der hat gerade noch so den Schlenker Wieder auf die Strecke gestrickt Ja, cool Das alte Leon Ladet einfach viel mehr hin Ja, es ist Also zumindest für die 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 schon längere Jahre Hier gefahren sind Auf der alten Strecke Ist es unglaublich schwer Ich muss jedes Mal Hier unten auf die Zeit gucken Steht da eine Minute Oder stehen da zwei Minuten Auf allem ist geht mir die Frage Wo bist du gerade? Start Ziel Was? Ja Oh, alte Start Ziel Ja Ich meine es ist ja immer noch Besser gewöst worden Ähm Als Als Ähm Das was in Bahrain gelaufen ist Also ich sag mal Bahrain hat man ja echt verschandet Aber die ist ja mittlerweile Wieder zurückgebaut Ähm Lutz, du müsstest glaube ich Mal auf den Bert gehen Weil Der lässt glaube ich Richtig Der will sich jetzt in Karl 2-0-9 Letzte Runde Eine Sekunde Eine Sekunde Ja, eine Sekunde Auf Stefan Auf Stefan, genau Du or die Also die Performance von Marius Bert besonders Boah Also besonders im zweiten Sektor Fährt der einen Schuh Brrrr Also Immer wenn er hinter mir war Hatte ich panische Angst Im zweiten Sektor Also der scheint echt gut durchzugehen Der Ferrari Aber ich glaube Du hast im Audi Stellenweise eh schlecht gekartet Weil der einfach so lang ist Einfach das Gewicht hat man gespürt Glaube ich auch Ja Ich glaube auch Der Audi ist halt Sehr gut auf der Bremse Meiner Meinung nach Ja Ja Aber das war's auch schon Nur überhaupt Reicht zum Schnellfahren Jo Ja 2-0-1-4 Die Frage ist Ob der Marius Bert Jetzt wirklich noch Das Motorprogramm unten hat Warum steht denn jetzt Im Monitor finished Finishing Lol To go 27,38 Was ist jetzt los? Ja ich würde sagen Re-Start Oh Leute Da bin ich wahnsinnig Ehrlich Aber wir machen jetzt Re-Start Ja würde ich auch sagen Halbe Stunde Ja Ganz bestimmt Machen wir jetzt noch Re-Start Was ist das jetzt hier Warte mal Ich muss dann erst mal Masell fragen Was wir jetzt hier machen können Ob da noch irgendwas geht Weil anscheinend Fahrer fahren weiter Ja ich frag mal Stefan Ja ich soll auch Im Gründels Willen Weiterfahren Also Der Server steht Auf finishing Man kann ja mal schauen Ob die Runden Weiter gezählt werden Ja es passt von der Zeit Überein Also Der Start ist ja Leicht verzögert Von Starten gegangen Also anstatt um 12 Um 12 Uhr heute Mittag Um 12.20 Zwischen 12.16 Und 12.20 Irgend so was Und genau da Macht er jetzt zu Oh ein fieses Plugin Aber am Server Rente Zeit noch weiter Also die Fahrer Ging alle noch Zeiten angezeigt Was ich so sehe Da bin ich wieder Sebastian du kommst Genau richtig Ich glaube das Problem Ist Dass 1 Stunde 30 Eingestellt Worten ist Und Mittlerweile Der Server Jetzt schon 1 Stunde Über 1 Stunde 30 läuft Weil wir wohl 30 Minuten Gebraucht haben Bis das Rennen Gestartet wurde Er zeigt aber Im Live View Zeigt er Finishing an Und To Go 25.39 Ich sehe das Ich habe das Timing Auch auf Also Interessant wäre Jetzt nochmal Die Streckentemperatur Also Da wird angezeigt 14,6 Luft Luft Ambient Ist die Luft Meines Wissens noch Auch egal Die Zeit zählt aber Jetzt auch nicht Weiter runter Also Im Live View Steht Doch Es zählt Doch Weiter runter Moment Ja Doch Es zählt So Meine Damen und Herren Bitte Um Himmels Willen Weiterfahren Das Rennen Ist zu Ende Wenn da unten steht To Go Null Dann Ist das Rennen Zu Ende Wir wissen momentan Noch nicht Wo das Problem ist Weil Wir sehen auch An den Sektorflaggen Dass die Strecke Noch grün ist Und da müsste Normalerweise Checker Red Flag Stehen Und So Ich frage Wird jetzt nicht Weiterhin am Server Die Runden Werden mitgezählt Am Server Weiterhin Ja das schon Aber Wer will denn das Zusammenfällen bitte Wir fahren jetzt Einfach weiter Und nehmen dann Erstmal die Tabelle Hier Die Hier Ähm Wie jetzt hier Das Scoring uns ausgibt Und ich hoffe Der zählt jetzt Weiter Die Runden Tut er nicht Ich hab grad geschaut Ist mir Ron das letzte Mal Trübe gegangen Ist es nochmal Wengeblieben Ich mein Die Abstände Wern weiterhin gezählt Ja dann Weiß ich auch nicht Dann muss ich mal Zum Masse So Und wenn ich das Richtig sehe Ist dann Marius Bert Jetzt Am Stefan K. Netz vorbei Ja Dann müssen wir jetzt Mal weiter Moderieren Ja Michael Da kriegen wir auch locker hin Oder Ja natürlich Natürlich Ja Fang ich doch mal mit Allstar Ja Allstar ist auf Platz 1 Äh Independent Simracer auf 2 Und GL auf 2 Ja nein Jetzt mal Spaß beiseite Ihr hattet ziemlich viel Pech In den letzten Rennen Ähm Boah Ja Erinner mich nicht dran Mit Disconnects Und Äh So weiter Wo hat das Ähm Jetzt mal Um das aus deinem Mund zu hören Wo hat das eigentlich Wo hat das deinen Ursprung Wo hat das dran gelegen Ähm Disconnects hatten wir keine Aber gar keine Die letzten 15 Rennen glaube ich nicht Also ist nichts mit Äh Mit Mit irgendeiner Internetverbindung Oder Nee Gar nichts Also bei uns Wir sind noch nie ausgefallen Mit einem Disconnect Seit David Willner nicht mehr bei uns Wo Stromausfall hatte Aber seitdem Das kenne ich auch noch Ausgefallen mit einem Disconnect Noch nie Wo hat es bei euch dran gelegen Äh An Autos die quer auf der Strecke standen Die er dann immer getroffen hat Ja Ganz komisch Also Spa war Äh Im ersten Rennen Waren wir gut dabei Und urplötzlich Äh Ploppte Ein Racing Association Auto Mitten auf der Strecke auf Und Stefan hatte keine Chance mehr auszuweichen Und knallte voll rein Gieß dann Creek Genau dasselbe Und Daytona Äh Zweimal Dasselbe Innerhalb von einer Viertelstunde Das waren unsere Ausfallgründe Das ist natürlich dann schon heftig bitter Also ich sag mal Ähm Obwohl Eigentlich Ähm Vom Feld her Doch recht vernünftig gefahren wird Ich sag mal Und ähm Das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto In solche Situationen reinzukommen Und das in der Vielfalt Richtig Das war auch nie der Fehler des Teams Das war Dieser komische Bug da Von Von Äh R Faktor Dass wenn du diesen Disconnect hast Dass das Auto Kurze Zeit auf die Strecke gestellt wird Und genau an der Stelle Zu sein Äh Grenzt schon echt an Äh Ja Also wir sollten vielleicht mal als Team Äh Lotto tippen Spielen Ja Ihr braucht doch glaube ich nur eine Reihe auszufüllen Um die drin Ja ich glaube auch Ja das war das Siehst ja Wenn wir keine Zwischenfälle haben Dann äh Dann läuft das Aber Ja Nein ihr seid ja auch alle Ähm Ich sag mal Seit Jahren dabei Und ähm Ich sag mal Reine Michael Du und Und Stefan Ohne den ganzen Rest Äh Der da bei euch noch so aufläuft Ähm Ihr seid sowas von grundschnell Ähm Da muss man normalerweise Ähm Ich sag mal mit so einem Team Äh Hat man ganz klare Erwartungen Und äh Die dürfen bei euch gar nicht anders heißen Als Sieg Also Daniel Hake benennt zum Beispiel so sein Setup Fürs Rennen Das heißt Sieg Kann ich mir bei ihm gut vorstellen Ja Ja ne Also von Sieg äh äh Haben wir uns äh distanziert Weil Das Feld Das Fahrerfeld wirklich so extrem eng ist Dass die kleinsten Fehler über Podium entscheiden Also du kannst jetzt nicht ins Rennen gehen und sagen äh Das Ding gewinnen wir Du kannst zwar sagen wir fahren um die Top 5 Aber äh Ein Disconnect oder ein Fehler Und dann war es das Ja aber die Ansprüche für einen Sieg sind schon da Und die Fahrer Die sind da ja Die Fahrer für einen Sieg sind alle mage da Das kommt ja auch noch dazu So und wenn ihr als Team auftretet Dann habt ihr die entsprechenden Fahrer am Start Das haben wir Das hat äh Independence Und ähm Da sollte man eigentlich glaube ich auch gar nicht groß über irgendwas anderes nachdenken Klar hast du recht Wenn du sagst Auf jeden Fall Top 5 So wenn man denn Figurefrei durchkommt Das muss man hier mittlerweile Ist schon richtig was du sagst Äh der geringste Figure Ähm Führt halt eben dazu Dass ähm Ich sag mal Mit der Spitze dann nichts mehr zu tun hat Aber vom Grundsatz her Müsste es bei euch schon heißen Sieg Von den Fahrern her Genauso Das ist bei uns nicht anders Das ist bei Independence nicht anders Und äh Da ähm Brauchen wir uns glaube ich auch gar nichts vorzumachen Ja wobei äh Das bei uns immer noch äh Eventuell das erste Rennen Und dann fing es äh Team intern schon an Äh Fahrer sprangen ab Dann war Stefan und ich alleine Dann kam einer dabei Der ist 5 Jahre nicht mehr gefahren Dann kannst du nicht von Sieg sprechen Weißt du Weil du weißt Stefan fährt Ich fahre Und wenn dann äh Der Thomas kommt oder so Der hat halt noch Fehler drin Und dann kannst du nicht von Sieg sprechen Geht nicht Das hier war wirklich so ein Lehrjahr Und wir sind eh Dieses Jahr Uns am neu formieren Und am gucken Wer kann mit wem Und Das ist ja auch immer eine Sache Das Setups Weil wir haben zum Beispiel Setups gebaut Mit dem kam der nicht klar Aber absolut nicht klar Und du musst ja So ein Zwischending finden Und deswegen gucken wir jetzt Und ich denke Paarung von heute Ja die Die war schon super gut Da kannst du von Sieg sprechen Mit den drei kannst du auch Kannst du auch 24 Stunden fahren Das geht auch Also ohne Probleme Ja dafür sind wir zu alt Peter Also ich auf jeden Fall Nach zwei Stunden Tut mir da rutsch Entschuldige mich mal Wie alt bist du? 32 Nein Ich hab noch 20 mehr als du Und ich mach das Ja aber Ja ich bin da Anders Ne ehrlich Also nach zwei Stunden Tut mir alles weh Also Ja mir tut auch alles weh Aber ich sag mal Das kann man mit einer Schmerztablette ignorieren Ja ich weiß Letzte 24 Stunden Rennen Hab ich verpennt Also bin ich ganz ehrlich Wenn du mal schläfst Dann schläfst du Da gehst du nicht ans Telefon Nix Gar nix Dann bin ich aufgestanden Und sag Oh ist ja schon 7 Uhr Wo seid ihr denn? Joa Wir sind schon raus Also ok Dann legen wir wieder hin Ja Ja wir nehmen das alles Nicht mehr so ernst Nein Das ist ja auch bei uns so Wir haben ja auch Jede Menge Scheiße hier mit Mitgemacht Und Trotzdem sind wir Jedes Rennen wieder dabei Und Immer voll motiviert Und Das ist halt eben das Schöne hier Sag ich mal Das ist richtig Man muss das Man muss das einfach Akzeptieren Nicht akzeptieren Man muss dem Dem Wurz Einfach Ein gewisses Maß Antribut zollen Der hängt sich hier rein Und Der hat genau die Leute Die hier immer wieder auftauchen Die hat er verdient Weil Der macht ja eigentlich Bis auf den Kini Gov Who the fuck is Gov So liebe Freunde Wir haben Wir haben Ein offizielles Endergebnis Und Das lautet Nein Ein inoffizielles Endergebnis Das lautet Independent Swim Racer For All Star Und 3 Byte Motorsport Ähm Ob und wie Dieses Rennen Gewertet werden kann Müssen wir im Laufe des morgigen Tages Entscheiden Ähm Ich hab Jetzt sehr lange mit Marcel gesprochen Und äh Er hat Keine Idee Was da Der Grund sein könnte Dass das Scoring Vorzeitig abbricht Server Session Zeit Ist korrekt Also ist auf War auf 25 Stunden Eingestellt Also war Mehr als Ausreichend Zeit Weil die Spielt auch gar keine Rolle Für das Plugin Das Plugin benutzt Eine eigene Zeit Im Plugin Steht auch noch Zu To go 16 Minuten Jetzt Aktuell Also wir wissen Wir wissen Beim besten Willen Nicht Was hier Jetzt Der Grund Ist Marcel Muss die Zeit Bekommen Um Eine Entscheidung Um Eventuell Eine Ja Den Fehler Zu finden Und wir Müssen die Zeit Bekommen Um darüber Nachzudenken Ob wir Dieses Rennen In dieser Form Werten können Ihr kennt das Spiel Von der Nordschleife Wenn es Zu einer Verzerrung Des Wettbewerbs Führt Können wir das Rennen Natürlich nicht Werten Was wir dann Allerdings machen Weiß ich Auf den Schlag Nicht Also Fakt ist Als Ronny Die 323 Über die Ziellinie Stand direkt Finisht Als wäre Server eingestellt Mit 323 Runden Weißt du Die sind so Über Start und Ziel Gefahren Und alles ist gut Und das ist Momentan der Stand Also ihr könnt Jetzt ausrollen Ich schreibe das Jetzt am Server Und Ja Ja dann Gratuliere ich Hier gleich mal Ja Den ersten 3 Lutz und Vorschlag für die Nordschleife Du kaufst Einfach einen Pfund Kaffee mehr Und wir hängen 12 Stunden dran Wenn das Silveston Rennen Nicht gewertet wird 36 Stunden Hey das wäre Das hat doch keiner Gemacht Das wäre So geil Da denken wir Jetzt erstmal Ganz vorsichtig Drüber nach Nein Na gut dann gehe ich mal kurz runter Bis gleich dann Ja ich bin runter Ich auch Ja so wir gehen jetzt auch alle mal in den Support Channel bitte Und wir sagen Wir sagen jetzt erstmal in dem Moment Glückwunsch an die Independence Simracer GT2 Ich glaube das steht außer Zweifel dass die das Rennen gewonnen haben Was mit Allstar und 3Ride ist werden wir sehen Wir müssen jetzt erstmal das momentane Ranking benutzen um zu sagen wie das aussieht Und das wäre wie gesagt Und das wäre wie gesagt Independence Simracer GT2 für Allstar und 3Ride Motorsport auf Platz 4 GAL-XF 1 GAL-XF 1 GAL-XF 3RsR Gaming Team 1 RML Team 1 Independence Simracer GT3 auf 8 Auf der 9 GAL-XF 2 Auf der 10 RML Racing 3 Witschwood auf 11 Racing Association auf Team 2 Auf der 12 Auf der 13 GP Racing Team Auf der 14 RML Racing Team 2 Auf der 15 LSF Racer Auf der 16 RTM Racing Auf der 17 OnlineMotorsport.com Witschwood Cool Auf der 18 Auf der 19 Sim Racing for Allland 20 Racing Association 1 SRC SKS Fahrgemeinschaft Auf der 21 22 Dog Racing 23 Will Crave GTA 30 24 Flatspot Racing Ich bin etwas angekratzt Muss ich ehrlich sagen So habe ich mir das Rennen heute Abend nicht vorgestellt Aber auf der anderen Seite Ja Wir können es nicht sagen Wir sehen jetzt hier die Teams machen Ne ihr seht es nicht Ihr seht ja den Banner Und wir können doch nicht genau sagen Ob wir das Rennen wiederholen Oder In welcher Form das Was gemacht wird Wir sehen uns auf alle Fälle Am 21.04. auf der Nordschleife Und Ja Und was wir bis dahin machen Werden wir sehen Also Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Und Ja Ich hoffe wir sehen uns alle am 21.04. Dahin Schöne Nacht noch Schönen Sonntag Bis bald Euer Lutz Enger But